Ich habe jetzt erstmal die Intro-Szene. Die ist bekannt. Das heißt, wir fangen von vorne an. Okay, gut. Kannst du sie skippen? Ich kann sie skippen. Die ist übrigens sehr gut. Passiert. Dann können wir jetzt mal einen Evil-Run machen. Wir können jetzt zurücksetzen, weil man nicht. Kannst du mir eine Invite checken? Nee, gerade noch nicht. Ich habe jetzt doch erst nicht zurückgeschreckt. Wie kann ich dich dann inviten? Hier, Freund, inviten. Aber ich will nicht, dass das meinen Spielstand zurücksetzt. Nein, tut es nicht. Die Spielstände werden einzeln gespeichert. Das ist bei jedem neuen Spiel. Du hast deine alten Speicherstände noch. Das wäre sonst blöd. Die sind sogar nach Charakter sortiert. Das heißt, das sollte kein Problem werden. Aber ich kann dir eine Nachhilfe geben. Finden wir raus, wie das Ganze funktioniert. Okay, wollen wir uns noch ein paar Randoms generieren? Ich würde sagen, wir nehmen die NPCs mit ins Team, wenn wir uns entscheiden. Okay, müssen wir erst mal Charakter-Creation. Ja. Dunktes Verlangen können wir machen. Willst du einen Dark-Urge-Run machen? Also einen richtig bösen Run? Nee, ich würde eigentlich einen guten machen, aber... Du hattest doch beim letzten Mal einen guten. Das mache ich auch gern wieder. Was heißt denn, Dunktes Verlangen? Das ist mit Ex... Das ist, wenn du wirklich Mörder-Hobo spielen willst. Das heißt, alles töten, was es so gibt. Nee, eigentlich nicht. Ich würde nach wie vor Kämpfen ausweichen können. Äh, okay. Ich kann mir auch Leze nehmen und Leze umgestalten. Das heißt, auch dir. Nee, ich würde... Die NPCs kommen am besten... Ich meine, es ist deine Entscheidung. Ich finde, die NPCs kommen am besten als NPCs. Ist das jetzt hier, wenn ich jetzt auf Astarium klicken würde und das dann... Den... Kann ich den umgestalten? Wenn du bei Herkunft Astarium nimmst, dann kannst du ihn neu erstellen. So wie du ihn gern hättest. Weil wir auch nichts Barbaren haben. Ein Herkunft Original-Karaktier. Kann ich die Original-Karaktier im Spiel auftauchen und ändern, oder? Du kannst die Klassen ändern, aber die Geschichten halt nicht. Und die Sequenzen sind halt dann unterbrochen, wenn sie sprechen würden. Aber ja. Du kannst machen, was du möchtest. Ich meine, gesehen zu haben, dass Leute... Dass jemand im Single-Player mit vier eigenen erstellten Charakteren rumläuft. Das war die Frage. Das muss man als eigener... Du, das ist... Das ist, wenn du bei Lazarus die Mietlinge mitnimmst. Achso. Die kannst du nämlich neu erstellen. Ja, stimmt. Das können wir auch gern machen. Habe ich auch schon versucht, aber... So, ich spiele diesmal ein Drachengüttling. Das würde ich schon auch noch mal machen. Welche Klasse nehme ich denn? Kommt drauf an. Ich würde tatsächlich gern wilde Magie Barbaren spielen. Nee, du... Achso, wenn... Du kannst mir jetzt nicht beim... Wirst du trotzdem Mönch erstellen, falls du... Falls wir jetzt doch für die... Für den Uhrenkampf kämpfen, oder... Werden wir wahrscheinlich nicht, aber ich kann auch einen Mönch spielen. Mönche machen auch sehr viel Spaß. Hm, Volksunterart. Schwarzer, blauer, Messing, Bronze, Kupfer... Warte, da habe ich... Da habe ich... Zu Drachenblüttling habe ich mir... Da habe ich mir... Das D-Spielerhandbuch gerade mal durchgelesen. Zu dir, dass du da... Zumindest zu dem Volksunterart. Ich glaube, golden... Golden konnte... Golden und Rot war mit Feuerspucker. Und da war das... Wie war das bei den... Ähm... Weiß... Rote Drachenblütigen müssten den normalen Feuerspucker haben. Feuer... Frostodem... Hm, welchen will ich spielen? Schwere Entscheidung. Den schwarzen Drachen mit Giftspucken. Ich mache Feuerspucker eigentlich... Oder Blitz wäre auch was tolles. Ich glaube, ich mache mir einen Mönch mit Fokus auf Stärke und... Aber kriegen wir das irgendwie hin, dass du mir in dem Bosskampf helfen kannst? Weil das bräuchte ich jetzt wirklich. Das ist für dir... Das wäre schon krass für dir. Ich glaube, das ist nicht drin. Ich könnte Hilfe gebrauchen im Orenkampf. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber egal. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das ist nicht drin. Ich mache mir jetzt... Ich mache mir jetzt einen Gnom-Mönch, wenn du nichts dagegen hast. Also ich spiele einen richtigen... Du nimmst es nicht ernst und spielst einen... Spiele Stumpen. Äh, doch. Wenn du einen richtig guten Run haben möchtest, dann bin ich da halt auch dabei. Und dafür habe ich ein Charakterkonzept und das ist ein Gnom-Mönch. Aha. Oder wollen wir zwei Heiblinge beim Waren spielen? Ich bin auch für beim Waren zu haben. Aber ich bin auch echt, wenn man manchmal spielt. Zwei Heibling. Ich bin aber wirklich richtig krass... äh... freundlich und allen helfen. Hm. So. Ich kann mich gerade für die Farbe schon nicht entscheiden. Das wird... Ich werde hier eine Stunde im Charakterentwickler grundsetzen. Ja, du. Ich wahrscheinlich auch. Wobei ich habe halt ein Konzept schon. Ich habe... Ich habe nie ein Konzept. Das weißt du aber. Das ist auch manchmal das Problem, wenn wir die in die spielen. Weil das basiert darauf, dass du Charaktere baust, die dir wichtig sind. Ich bin Profi davon, kein Konzept zu haben. Was sieht denn hier am hübschesten aus? Also schwarz sieht eigentlich sexy aus. Also... Aber das hat Gift. Das ist... Einen roten Drachen. Gold? Ich weiß nicht. Goldener Drache ist halt so ein bisschen... Äh... Da steht so Gold. Das ist so ein bisschen... Goldene Drachen sind super cool. Weißt du was, fuck it? Ich spiele jetzt doch einen Barbaren. Da nehmen wir halt Karlach nicht mit ins Team. Och, nee. Karlach ist super. Wir werden Karlach im Team haben. Dann können wir das zu einer Fighterin machen. Vergiss es, Karlach nicht mal mit ins Team. Ein Gale können wir gerne rausschmeißen. Nein, ein Gale ist essentiell tatsächlich. Ja, leider. Leider schon. Ich habe ihn auch bei mir irgendwann versucht, da rauszuschießen. Ich meine, der verkauft magische Artefakt am Anfang gaben. Ich hätte ihn am Anfang töten sollen. Nein, du hättest ihn bloß nicht töten sollen. Um Gottes Willen. Bis dass die Welt zu Ende geht. Ja, aber der Typ ist schwach. Der kann nix. Bis auf seine magischen Sachen. Nein, Gale ist extrem stark, weil er ein fucking mächtiger Magier ist. Der hat Magie, aber das ist der... Der stirbt sofort in jedem Kampf, der ist der ist. Kupfer. Dachkonische Abstammung. Feuerodom. Ich nehme goldenen Drachen scheiß drauf. Klasse. Dann Bader nehme ich ihn noch mal. Da habe ich daraus gelernt. Mache ich Paladin? Paladin ist auch strong. Wait, dann muss ich mal überlegen. Ich muss nicht die Farbe noch mal eingereicht. Ich glaube, es ist grau, passt. Es ist grau, passt. Paladin ist aber ja so mit... Das ist Magier. Das ist mit... Magie, ich spiele es eben. Auf Magier. Paladin ist, glaube ich, der Perfekt, wenn ich mich richtig habe, der perfekte Misch aus... aus einem Magier und einem Kämpfer. Also so ein bisschen mit Magier verwendet. Und ein Paladin-Klasse. Das ist so ein Mix aus... Also kann... Paladin ist sehr gut, ja. Kann mit... Kann mit stark... Stark mit Waffen kämpfen, kann aber auch Magie verwenden. Vernünftig. Ich muss mal kurz gucken. Dann muss ich vielleicht... Ein Kölner drauf und weiß ich halt, wie das... Obwohl zum Paladin würde das passen. Ich werde nicht Gift schützen. Also Gift ist halt so ein bisschen... Also der Schwarze gefällt mir schon sehr, aber... Säure-Odem ist das. Gefällt mir ja nicht so wirklich. Säure ist auch relativ... Wenn ich dir ein Rat geben darf, Feuer und Säure lieber nicht. Nimm lieber die anderen, weil die meisten Sachen haben generell immer irgendeine Resistenz gegen Feuer oder Gift. Also Blitz. Blitz ist stark. Ja, das habe ich mir gemerkt. Aber Blitz haben wir... Dann haben wir einen blauen. Das ist... Und für Bronze kann auch... Bronze kann auch... Bronze kann auch Blitz... Riechen Bronze. Dann kann der Blitz attacken. Dann nehmen wir einen Paladin. Eid der Hingabe, Eid der Vergeltung und Eid der Ahnen. Wichtig, du musstest im Spiel roleplayen, ansonsten wirst du ein Eidbrecher und das ist normalerweise nicht so cool. Okay. Das ist kritisch. Äh, das heißt... Jetzt musst du dich entscheiden, möchtest du neutral, möchtest du böse oder möchtest du gut spielen? Ich werde meine Entscheidung fünfmal umändern und das dann für einen Paladin nicht so gut, glaube ich. Ja, ganz genau. Da bin ich nämlich... Das ist jetzt nämlich wichtig. Ähm... Ich würde jetzt tatsächlich... Ich würde tatsächlich sagen, wir machen einen neutralen Run und stellen uns erstmal an die Seite von den absoluten. Einfach weil, glaube ich, wir beide die Seite noch nicht hatten. Nee, nicht auf die absoluten. Die will ich nicht. Die sind tatsächlich nicht so schlimm. Und ich nehme einen Schurkenkarakter, der darf sich... Der darf sich... Der darf sich umentscheiden. Und guter, böse werden. Ja, kannst du auch machen. Na, ich will immer einen Paladin... Ich... Ich würde mal einen Paladinos probieren wollen. Ach, was soll's? Wenn ich... Ist ja nur bei... Wenn ich's verkacke, dann... Dann sehen wir die Folgen. Das ist da... Das ist dann... Ist halt so. Ja, das Spiel ist da sogar noch fieser als ich als Spieler. Das Spiel haut dir halt direkt einen Eidbrecher rein. Ich geb dir zumindest noch eine Chance von wegen, hey... Überleg dir gut, wie du das spielen möchtest. Ach, werden wir sehen. Wenn ich als Eidbrecher überbreche, dann ist das halt... Dann wird's auch spannend. Die sind auch relativ... Die sind auch relativ stark, aber die sind halt von Natur aus böse. Werden wir sehen. Ähm... Wird auch spannend. Streitst auf der Seite des Nichts im ewigen Kampf gegen die Dunkelheit, um... Die Heiligkeit des Lebens und der Schönheit der Natur zu bewahren? Äh... Seh ich nicht so. Ähm... Du folgst dem Ideal des Ritters, in strahlender Rüstung und handelst ebenso ehrenvoll wie tugendhaft in den Bestreben, die Schwachen zu beschützen und Gutes zu tun. Du bist bereit, deine eigene Reinheits zu opfern, um Unrecht zu besühnen und jene zur Rechenschaft zu ziehen, die furchtbarste Sünden begangen haben. Aha. Also entweder als der Hingabe oder als der Vergeltung. Der eine ist irgendwie so der Böse und der eine ist irgendwie der Gute, wenn ich das... Vergeltung ist nicht böse, äh... Eid der Eroberung ist böse. Und zwar richtig. Gibt's... Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht zur Auswahl. Ich weiß, aber für... Ich glaub, hier ist tatsächlich, äh... Vergeltung das Schlimmste, was du haben kannst. Mach das Inquisitos, aha, okay. An sich böse, aber das ist auch ziemlich stark und du kannst es auch gut spielen bei mir im privaten Run, wie es so well mittlerweile, ähm, Eid der Vergeltung. Mach das Inquisitos. Deine Waffenangriffe oder die eines Verbündeten bewirken zwei begleisender Schaden. Du können Ziele einen Zugang lang genommen machen. Das klingt sehr gut. Ja, das ist relativ stark. Das ist... So der Bonus, den du halt als Paladin kriegst. Och, ich bin... Ich bin älter Vergeltung. Unrechtssüge. Okay, der lässt sich eigentlich relativ neutral spielen. Das klingt am besten. Zumindest wenn du's halt gut machst. Ich muss mich noch für eine Fette... Hintergrund, Akolyt, Scharlatan, Krimineller. Krimineller passt ja irgendwie gar nicht zu dem... Hast du das zu nehmen als Sitterkunst eine Paladin? Paladin kann alles sein. Ist ja nur wie du angefangen hast. Du kannst dir gemerkt haben... Straßenkind, Adeliger. Aufgewachsen. Ja, das klingt nach was. Du kannst fernzimisatorische Annehmlichkeiten überlegen. Überleben. Das will ich. Ich bin Sonderling. So, jetzt muss man... Kann ich mal irgendwie den Charakter aussehen bearbeiten? Hier, hier. Du warst noch nicht mal beim Aussehen? Nö. Oh Gott. Körperbau 1, Körperbau 2. Was ist der Unterschied hier? Beim Drachenblütigen fällt das nicht so sehr auf. Weiblich-männlich ist der Unterschied immer. Aber welcher von was? Ich glaub Nummer 2 ist männlich. Das sieht ja männlicher aus. Es ist nicht ganz klar. Ich glaub eins ist, wenn man... Es ist kleiner und... Ein bisschen eleganter. Das ist also... Aber das finde ich so gut beim Drachenblutcharakter. Das ist der... Das ist eher... Das ist der... Man erkennt es nicht so auf klassischem Wege. Man erkennt es nicht so direkt. Ob das jetzt männlich ist oder weiblich ist. Das gefällt mir eigentlich. Stimme 2. Die Stimme, die fast nie eine Rolle spielt. Woher zu nächstes? Obwohl es spielt, aber es gibt eine... Beim urigen... Nach dem urigen Kampf, aber... Falls da irgendwo mal hinkommen wir... Ähm... Hm... Was war das? Wir hoffen, dass die Lokale... Gesundheit... Was? Beleidig. Es ist öffnet. Mehr von diesen wunderschönen Dingen. Es gibt Magik, die in diesem Kast geschlossen. Woher zu nächstes? Hm... Was war das? Wir hoffen, dass die Lokale freundlich sind. Das ist doch Schattenherz-Stimme. Gesundheit... Hm... Das ist Karlach-Stimme. Beleidig. Dieses Ort ist getrocknet. Es ist öffnet. Mehr von diesen wunderschönen... Es gibt Magik, die in diesem Kast geschlossen. Ich fühle mich. Ich fühle seine Aura. Identität nicht binär. Da hat man auch sehen nichts. Jetzt verstößt man richtig gegen die TOS, wenn ich aus Versehen auf... was mir tatsächlich geklebt wurde. Natürlich ist es auf YouTube. Es ist halt YouTube. Hier ist ein hübsches Hörnchen dran. Stachelkronen, das sieht doch gut aus. Noch ein hübschen Bart. Also ein Drachen Bart. Ein glattes Kinn bei einem... Drachen ist irgendwie nicht das Richtige. Die Musik in Beidorskates 3 ist einfach. Ich liebe es. Die Musik in Beidorskates geht. Ich bin buzz. Ich habe ein bisschen gemacht. wenn wir jetzt eigentlich alles im team haben entscheidend spontan bin ich eigentlich gegen gerade beim multiplayer ding wir haben halt nur zwei slots und also kala außerdem möchte ich habe es ich kann ja sagen bei mir wo ich gespielt wenn ich private also privat nicht aber mal single play kampagne habe ich kala und jetzt um es als lieblings kandidaten am team die anderen kommen und gehen also ich bin wollen wollen wir uns vielleicht einfach entscheiden dass jeder von uns ein mitnehmen darf dann nimmst du geben es so dass was entweder gale oder astarion als magier tatsächlich würde ich mit starren als maria das ist interessant wir brauchen magier außerdem ist er ziemlich ist er nicht schlecht dafür und alle anderen töten oder was oder lassen wir den kämpfer schimmeln so wie ich mit allen anderen karakteren exakt gut also wir nehmen auf jeden fall mal ich muss mich noch entscheiden entweder kardam oder leze kardach bin ich kardach meine große liebe ok dann nehmen wir karlach als barbarin mit dann spiele ich tatsächlich einen mönch obwohl ich es irgendwie geschafft habe mit leze ins plätze zu springen das ist nicht schwer nach dem neuen update schon die haben die die haben die die haben das war wird verschnitten die haben das die haben die das schwerer gemacht da gab es einen großen aufschrei für kannst du du musst jetzt du musst dir erstmal jetzt ist anerkennung verdienen und dann kannst du erst mit ihr ins bett nach dem letzten update so jetzt kann ich die hautfarbe noch mal ändern ach so aber nur auf nur unter punkte und kann auch alle hautfarben machen dann sagen es mir scheiß egal kann man trotzdem grünen aus exakt aber das sieht jetzt hier aus gut hier sind dunkleren ton warum ist der höchste tun dunkel ich verstehe es nicht naja man kann später eh noch mal wechseln dass man spielt gut wo es sagt ich bin noch lange nicht fertig du hast jetzt ein paladin oder ja ich habe einen paladin gewählt so körper schmuck gut ja ich bin jetzt mit allgemein das fertig und das dauert noch es dauert noch ein paar stunden bis hier mit fertig werden lass dir ruhig zeit körper schmuck macht meinen drachenblüten nicht wirklich sind das fällt da nicht wirklich so dass bei meinem elfen bahn bahnkater sah das schon schön aus aber hier das fällt nicht wirklich auf hier nichts ich bin von von heteronorma heteronormatik komi kann es nicht aussprechen noch eine uge rot schwarze aber nicht ein bisschen schminke drauf ein bisschen schönheit soll auch bei drachen sein ich bleib noch nur bei dem charakter mini ich mag es wie das wie so ziemlich der gesamte soundtrack die gerade abspielt und der schwanz also dieser ist mein schwanz nicht der und drachenblütig eigentlich standard mäßigen schwanz oder nicht das ist die frage und schweif ich glaube ich glaube nein erlots dien die nicht ich habe da keine antwort drauf gefunden deswegen frage ich dich da es ist je nach charakterstimme wahrscheinlich eher unterschiedlich aber es ist ja halb mensch halb drache deswegen ist eigentlich logischerweise könnte man sagen eigentlich nein ich glaube normalerweise nein also ich erste die möglichkeit zwischen drei schwanz typen oder keine es ist möglich ist es wahrscheinlich ist die frage wie es laut regelwerk standardmäßig ist es ist relativ egal wenn es hier welche gibt dann gibt es hier welche ich suche mir jetzt schon mal einen namen raus vielleicht brauchen wir fallen wieder nur deutsche alte männernamen ein es gibt doch hier fans ist gut suche suche mal nach fancy name generator da gibt es für den habe ich sowieso da gibt es für die und die da gibt es immer für alle völker die du dir daraus um kannst ja ich weiß ich habe was glaubst du wie meine npcs benannt werden so wo kann ich denn den namen benennen wenn du fertig bist ich muss jetzt aber erstmal attributes gehen stärke geschicklichkeit nimm das empfohlene du bist nicht gut genug darin um das wirklich gut einzuschätzen nimm das empfohlene aber es ist hier bonus zu weisen kann ich machen ich kann einmal plus 2 und einmal plus 1 zu weisen also ich würde das gehe so nehmen wir sind aber ja nimm das empfohlene wo nehme ich plus 1 hier steht plus plus 2 auf stärke und plus 1 auf charisma ja macht Sinn ja kürz mal was sie so mit hoff sekunde ich habe mir da was aufgeschrieben ich habe doch einen tollen namen für den drachenblütigen ja 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 zu ich bin fertig man glaubt es nicht ich auch gleich es sei ich ändere noch mal meinen aussehen die hände sind das muss meine aussehen wirklich noch mal ändern weil die hände sind irgendwie falsch ich habe ich habe dunkles gesicht aber im körper irgendwie hautfarbe warum ist denn der körper so hell ich bin unsicher aber es kann sein dass das handschuhe sind ja es verändert sich aber mit dann ist das halt so ein bisschen irritierend dass die hände ziemlich hell sind aber das gesicht du kannst sagen dann später der körper ist aber wahrscheinlich später auch ein bisschen der hat auch im verlauf fortfahren ich bin ehrlich ich drücke fünf mal auf zufällig wählen und nehmen das ich habe mir da ich ich war so enttäuscht ich war so enttäuscht als der sich dann verwandelt hat ich habe dann so gesagt alter fick dich ich habe die kraft da so gut ich hatte so viel spaß bei dem mit dem dass der dann als der dann ich mache mir einen halblink und das ist überhaupt keinen sinn macht und auch ein drachenblütigen geht gar nicht kann kein drachenblütigen nehmen wir sind das nicht ich weiß nicht wahrscheinlich brauchen sie nur humanoide oder sowas ein halbogen und ein drachenblütiger ein halblink macht es zwei dreimal auf ein halblink oder ein halblink der mit einem drachenblütigen zusammen das ist doch am lustigsten es ist doch so ein mindflayer von daher aber das weiß man die zwei drittel des spiels weiß man das nicht sein wir mal ehrlich doch man merkte schon relativ früh ich habe es aus irgendeinem grund nicht bemerkt dass der dass er dass er nicht der dass das nicht der war der es der es vorgibt das war schon eindeutig klar aber dass das ein mindflayer ist das kam das habe ich mir nicht gedacht ich habe die meiste zeit geschwankt zwischen mindflayer oder irgendein zulässiges ding also irgendein engel oder ähnliches es macht sinn nachdem man es ist es macht sinn dass ich das müssen überlegt habe es wenn er sich am anfang von anfang an als mainflayer ausgegeben hätte dann hätte der karakter dem nicht vertraut ganz ehrlich hätte ich auch das spiel auch gesagt fick dich also nachdem er aus dem nachdem er aus dem alien raumschiff aus dem mainflayer raumschiff entkommen ist dann ein mainflayer zu kriegen der der kommt und sagt vertraue mir bitte das wäre nichts geworden also es macht sinn es kommt auch an wie gesagt drückt doch einfach ein paar mal auf zufällig ist sowieso irrelevant ich nehme tiefling in den tiefling hier ich spiele übrigens auch im tiefling ich dachte du willst du meinst genommen spielen ich bleibe beim mönch aber ich habe jetzt einfach mal den genommen weil ich den dann nehme ich kein tiefling sowieso für eine dnd-runde vorbereitet dann kann ich gleich übernehmen und nein ich muss mein karakter nach normalen geben ich bin zurückgegangen ich habe den doch nicht im kopf wenn wir einfach gärt oder sowas spielt sowieso keine rolle für das spiel da du siehst den namen dauernd ich habe den aber um ehrlich zu sein bei mir auch komplett ignoriert da steht nur um ist dann mir ist der nie wirklich aufgefallen du kannst den namen schon sehen oder was ich gucke in deinem stream ja ich kann deinen namen schon sehen ich will nicht wieder mit einem kleinen zwerg rumlaufen das ist zwar das fand ich in meinem spiel irgendwie und wann das hat größenverhältnismäßig keinen sinn ergeben dass wenn die sich dann wenn sie dann in die augen geguckt haben uns der zwerg neben dem elf so dass man wie zum henker gucken die sich gerade in die augen das ist dann das ist ein zwerg neben einem halb elf und wie funktioniert das technisch ziemlich gut normalerweise aber die saßen auf einer stufe das ist wie trotzdem wie gesagt drückt doch einfach ein paar mal auf zufällig und dann nehmen das was da kommt das ist sowieso der irrelevantes teil von allen den elfen ich würde heute ganz gern doch durchaus noch anfangen wenn die fähig auf was das aussehen so ein bisschen was soll es schon sein die haare sehen ja blöd aus ich habe glaube ich eine grünhaarige alte frau gekriegt oder sowas ich weiß es nicht ich habe eine weiß die grün grünhäutige frau haare kann man die haare zumindest färben das sinn macht das ist die erkraubung haarfarbe das ist doch nicht so ziemlich das ist doch eine andere frigo damit es nicht leze ist so nehme ich rote menschen auf zurück gedrückt ist mir auch irgendwie passiert so ich bin ich bin Die Stimme ist wichtig. Remarkable. Folle deine Instinkte. Remarkable. Folle deine Instinkte. Remarkable, wirklich. Folle deine Instinkte. Wir sind die Stimme. Ja, Moment. Ich muss noch den Imperator erstellen. Ich brauche nur noch 2 Stunden. Ach, du machst jetzt aus einem Menschen einen... ...Einen Imperator. ...und so Kratzen überspringen. Habe ich auch gemacht. Ja, kennen wir doch. Wer die sehen will, soll sich meine letzten Jahre auf YouTube angucken. Ja, komm, die Anfang kennt man sowieso. Ist zwar sehr ekelstirb. Wir werden wahrscheinlich sowieso ein bisschen mehr in eine neutralere Richtung gehen als dein normaler Run. Von daher. Ich glaube, ich habe mir die Lust den Goblins zu helfen. Wollte ich gerade vorschlagen, wollen wir Tiefling abschlapfen? Wollte ich sagen, ja. Wollte ich sagen, ja. Ist Tieflingsvölk dort. Ah. Ich meine, ich habe es eh beim ersten Durchlaufen nicht wirklich geschafft. Ich bin da... Letztendlich im Schattenreich habe ich die dann irgendwann verloren, weil ich die dann irgendwie nicht... ...die habe ich dann nicht gerettet gekriegt und so, dass da... Ich habe die tatsächlich gut gerettet gekriegt, aber wie gesagt, ich habe halt Game-Breaking-Bugs. Ich habe jetzt übrigens doch mit Babar angefangen. Kann ich mit dir reden? Nee, kannst. Kannst du, glaube ich nicht. So, das Wichtigste zuerst. Ach du Scheiße. Zieh dir was an. Jetzt. Ich spiele einen Baban. Ich spiele einen. Ich spiele einen. Ich spiele einen Baban. Du kannst froh sein, dass ich die Unterhose trage. Der Parasite ist jetzt hinter deinen Augen. Nein. Willst du dich... willst du explodieren oder soll ich? Äh, ich untersuche gerade das Becken. Ich weiß nicht mehr, was da genau war. Intelligenz minus eins, na großartig. Ähm, warum mache ich Intelligenz minus eins? Weil ich ein Drachen blut bin. Die Kastung ist fragil. Der kleinste Tuch könnte es umdrehen. Hast du auch ganz gut geschafft? In das Becken greifen. Das klingt nicht richtig. Du hast mich in die Luft gejagt. Ja. Du hast aber auch mehr Energie als ich. Mit Haste. Willst du suchen mal Schattenherz? Hier. Feuer. Wo ist hier? Wo ist Schattenherz? Wo ist das? Ich kann offensichtlich gläues Feuer zocken. Kann Plätze. Äh, mach das nicht. Das ist tatsächlich ein effektives Ding. Meinst du ist ein Zaubertrick. Ich bin tot. Oh, gut. Ich werde mich kürzt. Wo waren die nochmal? Warum woanders? Ich loote erstmal den Goblin und... Wollen wir das hier mitnehmen oder nicht? Du willst den Goblin mitnehmen? Du bist ja ein Barbar, du kannst es steppen. Ich meine den Typen oben. Ich bin noch unten. Ich mache hier schon mal die Quest und ich gucke mal ob ich die Checks genug mache. Wenn du mir sagst, wo Schattenherz ist, dann kann ich die schon mal holen geben. Die war drüben, oder? Da wo die Z ist, wo die gleich davor kommt. Du kannst die Laser-Dingens da schon mal machen, die Quest. Okay, ich gehe hier schon mal raus. Oh nein, Intelligenz minus eins. Habe ich auch. Wie kommt denn das? Ja, ich bin zu dumm. Ich habe nur zwei gewürfelt. Oh nein, eine Cutscene. Was passiert hier wohl? Ich weiß nicht, was ein Gehirn ist. Oh, eine Geflankheit. Leck... Leckenschlag, komm schon. Was ist ein privater Dialog? Dann siehst du nicht, was ich mal hier mache, oder was? Dann sehe ich nicht, was du da tust. Deine Kopf schreit und deine Haut schreit. Siehst du das ansonsten? Ich sehe ja nicht, was du machen. Ich sehe nichts bei dir. Ja, du kannst auf den Charakter klicken, dann auf so ein Ohr-Icon und dann kannst du... Ah ja. Ich bin nicht bei dir. Wer seid ihr? Ich kenne euch gar nicht. Wer seid ihr? Ich kenne euch gar nicht. Alexander in der Ver cleaner auswagen. Wir br luxury mit K Abdeln. In den Tagen werden wir glorious, k reproductive. Zuerst, wir exterminieren die Imps. Dann finden wir den Helm und nehmen die Kontrolle des Schiffes. Wir werden die Frage der Kürzung für diese Infection beantworten, um die Materialien zu erreichen. Du steigst, oder du zerstörst. Ja, tust du. Ich kann dann wahrscheinlich den anderen Charakter. Ich bin da. Ich darf einen Zug machen. Wo bist denn du? Hinten. Ich bin doch dran. Nein, jetzt bist du dran. Beziehungsweise wir können ja gleichzeitig, wenn das hier im gleichen Punkt ist. Ich kann nicht angreifen. Wirkliches Gespür. Doch, klar. Klar kannst du angreifen. Nein. Du hast immer noch deine Attack-Actions und alles. Das dürfte nicht lange dauern. So, ich steuere die Ze. Ich geh schon mal in den Rage und ich kümmere mich dann um. Offensichtlich nicht die beiden, weil... Ich komme nicht ran. Cool, ich habe einen Rage aufgebraucht. Sinnlos. Kampf vorbei. Und looten. Wir sollten uns vielleicht absprechen. Jetzt kommen Siebel. Ich habe eine Kumsäbel dabei. Willst du dir eine Kumsäbel mitnehmen? Ich habe nur zwei Handachs. Die sind genug. Wir hatten eine Armbrust dabei. Ich nehme erstmal Sachen mit. Eine Armbrust kann ich vielleicht gebrauchen. Ich habe eine zweite Armbrust. Wo hast du eine Armbrust? Eine Armbrust würde ich nehmen. Kann ich das zustecken? Ja, hier. Zeig. Du kannst es auf den Boden schmeißen. Ne, habe ich den Simmental gepackt. Man kann... Oh, cool. Man kann sich gegenseitig ins Simmental greifen. Du kannst besser in den Tal klumpen. Das wird sicher niemals irgendwie nervig. Das wird nicht nervig. Bestimmt nicht. Ich gucke mir erst den Tag-Aquarium. Aber das ist... Ich habe mein Kriegshammer stärker als der Säbel. 4 bis 11 Schaden. 4 bis 9 Schaden. Ja. Wer liegt nun hier rum? Ich bleibe bei der Axt. Und das Blaber. Warte tief und lege. Ich gehe schon mal weiter. Ich heile mich nun mal unnötigerweise. Ja. Die Dinger können wir sparen, so wie wir wollen. So. Es wird gespeichert. Was wir jetzt... Geht nicht mehr von der Maschinerie haben. Geht, ich gehe mal zu Ihnen. Was das wichtigste ist, was wir erstmal tun werden, ist... ... keine Knöpfe drücken. ... Erstmal die Typen hier abknallen, für den Fall, dass sie aufwachen können. Okay. Würden die sonst aufwachen? Nimm Geld bei sich. Wenn du einen falschen Knopf drückst... Wenn du einen falschen Knopf drückst... Wenn du einen falschen Knopf drückst, ja... Würden sie... Hm... Hm... Anything mit Use? Ich mach jetzt erstmal den Barbaren-Move und ich reiß sie da raus. Wenn du nichts dagegen hast. Du darfst mir jetzt gerne in der Sequenz zu gucken. Wie kann ich das machen? Ah, hier. Was wirst du für? Ja. Geh die Flucht, die Tür öffnet! Ich hätte jetzt alle Knöpfe gedrückt. So. Ich mach den Barbaren. Und Kampf. Gegen wen? Gegen die Hörner. Gegen die zwei Intellektverschlänger. Warum drückst du alle Knöpfe? Ich hab nicht alle Knöpfe gedrückt. Ich hab nichts gemacht. Ach so. Ich hab nichts gemacht. Das war dein Aufbrechen. Ich hab dir zugeguckt. Das ist beim letzten Mal nicht passiert. Nächstmal schon. Hast du verkehrt. Und ich bin nicht mit im Kampf. Äh ne. Es kam. Kann ich teilnehmen am Kampf oder? Ja, natürlich. Ähm. Und wie? Du kommst. Indem du irgendwann auch mal dran bist. Ne. Ich bin bei dir. Ich sehe. Ich bin bei deinem Charakter. Ja, ich weiß. Du siehst meinen Zug, weil sie nicht im selben Zug dran sind. Aha. Ja. Ich nehm wirklich nicht am Kampf teil, Modi. Sicher? Jetzt schon. Ja, das ist Zug basiert. Wenn ich dran bin, mach ich Dinge. Ich stehe oben in der Angriffsliste. Ich stehe oben in der Angriffsliste. Doch. Dann steht Adres. Achso doch. Ich hab mich nicht gesehen. Nice. Ich weiß. Kann ich noch irgendwas anderes als angreifen? Ähm. Mach das Inquisitos. Das müsste bei dir dann... Kannst du dir oder mir geben, ja. Gut. Dann mach weiter und dann darfst du Leisel steuern. Und tot. Ja. Hat der was bei sich? Nein. Nö. Aber ich mach jetzt weiter. Mach das. Soll ich schon mal da rüber gehen? In die andere Halle oder? Kannst du. Komm schon. Und hier ist noch eine Truhe. Ähm. Mach noch nicht die nächste Halle. Wir machen das Zeug zusammen. Ich hab jetzt erstmal Schattenherz mit dabei. Ich hab die Truhe immer mitgenommen. Dunkler Verstand aufheben. Ich hab einen dunklen Verstand mit. Ja. Okay. Lass den im Inventar. Der ist im Akt 2 ziemlich cool. Schattenherz dabei oder was? Jetzt ja. 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 Zauberbuch. Schattenherz erstmal aus mit dem richtigen Zeug. Ähm. Zauberbuch. Lass uns das sehen, was das macht. Wo ist Command? Als du deine Hand auf dem Pod herst, hörst du dich. Geh' dich! Oh, wir haben einen Mindflayer hier. Was lande her? Ja, wir haben hier einen Mindflayer. Und ich hab's verkackt, das Gehirn zu verletzen. Das bleibt die mystische Runde und was, was die hier hat. Oder? Ich weiß es nicht. Das schlepp ich bei mir, in meinem Spiel stand immer noch mit mir rum. Keine Ahnung. Soll ich mal kurz googeln? Guck mal. Newborn Mindflayer. Können wir den vernichten? Newborn Mindflayer, der ist at here. Eldred True. Das ist Kandy. Können wir den Mindflayer hier irgendwie töten oder? Nein, kann man glaube ich nicht. Schade. Ach, die Rune wäre dazu nötig gewesen, Shadowheart zu befreien. Ja, okay. Ich habe ihr Dingens aufgerissen mit bloßer Muskelkraft. Viel Spaß damit. Schmeiß sie einfach irgendwo hin. Du hast sie in deinem Inventar. Okay, dann... Oh, ich will den Boss damit beschmeißen. Ich baue mir einen schönen Werfenbild. Okay, wollen wir? Warte. Ich muss noch mal was machen. Oh, schade. Oh, schade. Ich würde den Intellekt-Verschwindiger mit unserem Team nehmen. Den Toten. Geht noch nicht. Ach so. Du wolltest ihn mitnehmen? Das ist doch kein Problem. Ich habe ihn im Inventar. Ja, cool. Danke. Ich habe ihn im Inventar. Ich habe ihn im Inventar. Ich bin nie überladen und ich nehme auch nur das Nötigste mit, aber nehmen da Pöge. Wir sind nahe der Helm. Wer wird dir in charge? Shadowharter zu bringen, ihm das Schwert droppen zu lassen und dann... jetzt so. Ich hab ein Stärkebild, das ist gar nicht so schlecht. Drill. Connecte die Nerven des Transponder. Wir müssen das. Mach's! Wir werden mit dem Geig, nachdem wir die Geig sind. Äh, ne, ne, ne. Den Gedankenständer lässt du mal schön die Arbeit machen. Der ist vielleicht unser... Der ist vielleicht der Imperator. Vielleicht können wir ihn nicht ausschalten. Nein, ich hab ihn bei mir getötet, das ändert nichts. Außer, dass er halt, naja, uns hier jetzt in einem scheiß schweren Kampf nicht helfen kann. Wir müssen in dem scheiß schweren Kampf aber in dem nervigen Kampf. So, Shadowharter ist gut. Achso, ich bin dran. Du bist schon die ganze Zeit über dran. Ich warte nur drauf, dass du fertig bist. Äh... Ich kann nicht anbleiben, noch so einen Mund. Ähm... Ja, natürlich. Du kannst alles angreifen. So. Ich hab meinen Zug verkauft. Du sehr. Jetzt ist dran. Ich guck mal, ich bin dran. Ja, und ich bin dran, ja. Ich würde dann, in der Zeit mal sprinten, ne. Wenn muss ich leider auch. Gut. ich kümme mich um den hier alles klar der darf jetzt auch so wichtig ist etwas verwirrend dass wir gemeinsam anbleiben das theoretisch greifen auch im singleplayer deine gegner an die greifen ja parallel an kann ich dir irgendwie gib dir mal ein bisschen macht alles klar sehr gut dann kann ich ihnen noch einen mitgeben wenn ich dein schwert klaue sagt wahrscheinlich eine teilung brauchst brauche ich nicht alles gut ich habe shadow hat dabei die kann auch theoretisch das war missbraucht alles gut so perfekt und jetzt darf ich das schwertig wenn du nicht dagegen hast würde ich das auch ganz gern ich nehme die nächste waffe danke ich brauche auch eine starke waffe ich gebe ihm gerade noch einen mit ich habe jetzt mal diesen tank aufgeben lassen das sollte glaube ich eine gute wird eine starke bombe sein ja ich werde nochmal just because i can äh der mein player gerade advantage geben auf den nächsten angriff und ich treffe den nicht warum habe ich meine armenbrust nicht ausgerüstet dann könnte ich ihn jetzt zum fernkampf angreifen gründung alles gut rennt an ihm vorbei wir müssen eh nur hinter wir müssen eh nur hinterkommen du musst ihn nicht töten wir haben alle den er hat doch lass ihn mal bitte töten nein das bringt dir nichts und wir haben das bringt ein achievement das bringt ein achievement ach so das bringt das bringt dir ein achievement dann let's go dann lasse ich shadow heart in die richtung laufen die kümmert sich um die kleinen und dann geht das schon so ich kann sich mal nee die braucht sich nicht selbst teilen weiter bitte ja was mach ich verdammt ich schicke shadow heart mal ein bisschen hinter äh hey die sequenz jetzt alles gut die sequenz triggert wo die anderen drei gegner kommen ich schicke sie nur schon mal dahin damit das haben wir mit den anderen gegnern zu tun ach komm die sind doch nichts können doch nichts also ich konnte die nicht besiegen dann ja nach bitte ich hau den kurz mit dem der flamen weg und dann ist es ich schicke shadow heart nur schon mal in die richtung wie gesagt dann können wir drei jetzt aber ich bin jetzt ach so ich bin dran warum kann ich nicht angreifen ja du bist dran du kannst angreifen und du hast ihn gekrittet das wäre schön und immer noch keinen schaden genommen das ist easy natürlich hat er schaden genommen 45 ich habe keinen schaden ich habe keinen schaden genommen ich habe keinen schaden genommen wenn du siehst du nicht und dann ist das easy und dann ist das easy äh ja ein schweinern ich habe die erinnerung dass noch noch zwei dämonen hier vom eingang wenn du sehr lange brauchst dann ja ein fehl stark fantastisch so was liebe ich ich lasse ich schon mal ein bisschen wenn man da zeit besiegen wie gesagt der große ist jetzt dran dann der nicht ganz so groß ist jetzt immer diese vier schläge ich habe vier schläge siehst du ich habe noch mal sieben reingebuttert den kriegen wir wenn möglich dass mich den finischen oder auch nicht das wurde vom spiel geklaut den schuppenpanzer darfst du gerne nehmen den mainflayer müssen wir jetzt töten ja ok der ist tatsächlich dann der zweite boss den kriegen wir auch noch ja da ist er den hast du auch zu plündern schuppenpanzer kann ich überhaupt tragen den schuppenpanzer kannst du tragen ja hat er gedanken der mainflayer ist topaz dabei den kristall dann nimm ihn mit so rk bonus durch geschicklichkeit auf 2 limitiert ok soll ich den nicht tragen oder schuppenpanzer ist mir glaube ich noch zu schwer der ist dir nicht zu schwer da steht rk bonus durch oder durch schicklichkeit auf 2 limitiert ja du kannst durch deinen geschicklichkeit bonus keinen rk von mehr als dingens kriegen von mehr ich kann den gar nicht anziehen du müsstest geübt sein mit ich bin nicht fähig den anzuziehen es geht gar nicht kann da ja gar nicht reinziehen überhaupt nicht möglich ich kann jetzt bin ich nackt jetzt ach weil ich im kampf bin ich kann ja natürlich ich habe meine klingen gerade ausgerissen ich bin jetzt nachts jetzt go eine runde noch die zwei campion sind da die kommen jetzt von hinten rein ich habe gar nicht mehr gesehen dass wir noch im kampf sind gehen wir die noch sie sind wir noch im kampf wir sind alles runden basiert du musst auch beenden dann zu langsam mal und da sind von laser kriegen wir jetzt noch besiegt oder was nein wir machen jetzt kurz das ding hier fertig und dann ist ich kann mir vorstellen dass du eine ganze weile gebraucht hast du verstehen dass du hinten hin rennen muss ja weil ich weiß dass du nie dinge liest einen ganzen paar dafür gebraucht ich weiß ich würde das jetzt gleich schon aufgeben an diesem an diesem punkt ich war schon ich möchte den kampf nicht geschafft haben oder ich ja nur erreiche den punkt ja komm ich mache das kurz mit shadow hart und dann let's go das war es auch mit dem kampf bis ich das herausgefunden aber wie gesagt es hilft wenn man dinge liest nicht nur im echten leben im video spielen ich habe gerade mal die karzine übersprungen warum du überspringst auch wahrscheinlich die romantischen szenen in cyberfunk oder ich habe selber nicht gespielt das war es ich weiß weil ich seit schon kennen gerade zeiten sind die gehen noch was ab bis wir in 83 sind und in der unterstadt rumlaufen das ist da ja gut das dauert noch so ein zwei streams wahrscheinlich aber gut kraftopia können wir gerade nicht machen ich habe mal übersprungen mach das sieh ein bisschen sexy aus ich hab ja meine kleinung muss meine rüstung muss gezogen ich auch aber du bist du bist ein barbar ein barbarkämpft nur in unterhose und zwar immer aber zieh dir eine anständige hose an wenigstens ich nach verletzungen untersuchen ich muss jetzt mal meine rüstung anziehen müsste da stand sag mal kann ich das immer noch nicht anziehen sind wir schon wieder im kampf hast du hast du gerade auch die meldung gekriegt mit dem dlc gegenstände was würde ich sehen dann wenn wir ins lager gehen hat mit dlc gegenstände weil ich das dlc habe weil ich das dlc nicht ja ich habe das spiel auch vorgestellt die rüstung sieht aber nicht so gut aus muss vermögen ich bald eine neue finden sie ist aber besser als das was du vorher hattest aber nicht schön soll ich nach dem artefakt greifen oder sie aufwecken sie aufwecken sie aufwecken alles klar sind wir das lässt dich im winter äh dass das das ja ähm du weißt schon ich habe eine ähnliche hübsche tatuern ice ja dass du weißt du willst gibt es leider nicht von daher ich kann jetzt entscheiden oder was warum bin ich du entscheidest du darfst aber du darfst aber zugucken Was möchtest du gerne? Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann dann, ich kann, ich habe ein kleines Boot annehmen. Ja, du kannst voten. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Aber alles ist eine Veränderung an, wo wir gerade gekommen sind. Die erste Dinge zuerst. Wir brauchen Suppe, Schutz. Wir haben vielleicht weggekehrt, aber wir haben noch diese kleinen Monster in unseren Händen. Ich glaube, das kann auch nur ich. Wir brauchen uns alle. Und wir beide wissen, was am Ende ist. Eine bessere Firma. Was? Es wäre nur... Leid den Weg. Stufe 2 ist relativ easy bei allen. So, akzeptieren. Yay. Kampfstil. Verteidigung, Duell, Kampf mit großen Waffen, Leibwaffe. Kampf mit großen Waffen, würde ich sagen. Ich würde die Kriegshammer schwingen. Große Waffen ist okay, ja. Wenn du bei einem Angriff mit einer Zwei-Hands-Nahkampfer für den Schadenzug... Okay. Zauber vorbereiten, das ist spannend. Dann donnern ins Niederstrecken. Ja, nimm auf jeden Fall die Niederstrecken-Sachen mit. Das ist das Meilen, das ist das, was die Paladinen so können. Soll ich den Wundenheilen-Zauber rausnehmen, weil Schatten... Nimmst du einen Heiler mit ins Team, oder... Ich habe keinen Bock, den Heiler zu spielen. Du bist Paladin, du spielst eigentlich Heiler. Also, zumindest mit deinem Handauflegen solltest du es eigentlich immer können. Aber Wundenheilen würde ich gerne raushauen. Ja, dann haus raus. Wie gesagt, ich nehme Astarion mit. Das ist mein NPC der Wahl. Und den werde ich zum Magier umskillen, also auch auf Healing. Mario Necromancer wird er wahrscheinlich werden. Göttliche Gunst hätte ich hier schon zu gut und böse. Zorniges Niederstrecken habe ich jetzt drunter. Das Niederstrecken habe ich drunter. Erzwungenes Duell und Befehlen. Befehlen hat aktuell Shadowheart mit drin, das heißt... Okay, dann nehme ich Sengen und das Niederstrecken mit rein. Ja, die Smites solltest du möglichst alle mitnehmen, weil die sind alle krass. Segen, segnen, macht das irgendeinen Zweck? Ja, segnen ist ziemlich gut. Damit kannst du... Äh... Zwingen sich, ich glaube, Bonusschaden... Zwingen einen Gegner dazu, nur dich anzugreifen? Ne, das nehme ich raus. Ne, ich glaube, du bist... Ja, ich spiele Fleischschild, das heißt... Ich werde... Göttliche Gunst. Deine Waffenangriffe bezwingen. Na... Heldmut. Lass dich selbst oder einen Verbündeten gegen Ver... Ängstigt ihn nun werden und fünf temporäre Trefferpunkte pro Zug erhalten. Mhm. Kann nützlich sein, aber ich glaube, das brauchen wir erstmal... Die erste Maschine ohne Verengstung. Segne bis zu drei Kreaturen. Sie erhalten einen Bonus von... 1 D4 auf ihre Angriffs- und Rettungswürfe. Das macht Sinn. Ja, segnen ist relativ stark. Ich wusste auch gar nicht, dass Paladini segnen können. Ich dachte, das wäre so ein Kreatur. Scheinbar ja. Loot nicht schon alles, ich will auch was haben. Und ich glaube, ist der so mit mit war. Kannst du dir eigentlich Schattenherz als Begleitung holen? Also kannst du sie mit dir zusammen gruppieren? Ne, kann ich nicht. Shit. Die ist bei dir. Äh, da müssen wir ins Lager und da müssen wir später... Gucken. Du hast dir schon alles genootet oder was? Äh, ja, ich habe auf dem Weg alles mitgenommen. Verdammt. Da drüben, gehen wir noch da hoch hier, oder? Moment. Ich habe Schattenherz mit einem Liebesbrief geschmissen. Aha. Hier gibt es noch Fisch, Flasche und Hunden. Ich nehme alles mit, was hier ist. Erstmal brauchen wir Vorräte, ja. Essen sollten wir sowieso alles mitnehmen. Geld. Das geht einem später ja relativ gut aus. Hier sind noch Kämpfe, Modi. Komm mal her. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ein Dolch. Ich nehme alles mit, das Ding, was da gab. Ich habe hier ein paar Hörner. Komm mal mit dazu. Ja, ja, ich weiß. Moment. Ich kann ihn nicht erreichen. Zu weit weg. Zu weit weg. Kann der Shadow hart mal mitkommen? Ja, doch. Ich kann es erreichen. Du bist dran. Schattenherz ist dran. Schattenherz ist dran. Ah, schön Schwärze. Ja, das ist das vom Boss. Klein bin ich neidisch. Wenn du auf Zweihandwaffen gehen möchtest, dann kann ich dir das auch rübergeben. Ich bin ja gerade auf Zweihandwaffen gegangen. Das macht Sinn. Ja, dann kann ich es dir rübergeben. Barbaren gehen halt immer auf Zweihandwaffen oder werfen. Ich möchte... Ich möchte Dinge schmeißen. Das ist mein Ding. Na toll. So, dann kann ich mal hier das ausprobieren. Sehr schön. Ich schläge ich hier mal rüber. Ja. Moment, ich schmeiß kurz das Schwert auf den Boden. Nee, gehst du mir ins Inventar, Boddy. Kannst du mir ins Inventar stecken? Kann ich... Kann sein, dass ich sie ins Inventar gegeben habe. Ich hab'n verkohlen. Ich hab'n verkohlen. Entdeckt vor Schwingen. Hast du die immer... Hast du die immer Glühklinge? Immer Glühklinge, ja. Kann ich ja auch so wissen. Ja, nimm die. Die ist für den Anfang relativ gut. Es gibt später noch das eine... 2... 6 bis 19 Schwerd. Ah, ja. Sehr schön. Ja. Es gibt später noch das eine Schwert von den GIF. Aber dieses ist nur nützlich, wenn wir tatsächlich einen spielen würden. Also wenn wir Laysal ins Team holen und die ist scheiße. Ich mag sie nicht. Ich schon, die ist ziemlich stark. Alles ist relativ stark, wenn du so halbwegs ordentlich spielst und den Fighter kannst du halt nicht falsch leveln. Also sollen wir lieber Karl auch mitnehmen. Aber das wäre eine zweite Barbarin im Team. Du bist ja auch schon Barbarin. Also wäre ich eher für Lidze. Ich kann auch... Wenn du sie mitnehmen willst, klar. Gerne. Na, mit die haben wir ja schon einen Barbarin. Also macht das da wenig Sinn. Wie gesagt, gerne. Wollen wir wieder ein paar Bossgegner mitnehmen und im Lager ablegen? Sonst dann... Du bist Barbar, du müsstest die schleppen dann. Obwohl ich habe auch noch Stärken. Ich kann tatsächlich, Leute. Ich... Ich habe aus Versehen den richtigen Intellektverschlinger mitgenommen. Wir sind immer bei uns. Wir sind jetzt ein Teil von unserem Team. Ah, okay. Ja. Ich brauche mal Heilungen irgendwann. Ich brauche mal WMD mitgenommen. So. Ich nehme Astarion kurz mit. Dann... Gehen wir ins Lager und dann tauschen wir kurz die Gleitern durch. Aber Lidze ist noch nicht da. Hurry. Ich habe eine dieser... ...Brain-Thinge genommen. Kannst du ihn bitte angreifen? Ah ne, er ist zu spät. Und du? Ich brauche ihn wieder. Ich brauche ihn wieder. Ich habe dich auf dem Schiff. Nein. 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 Das war auch nötig. Du seist gesegnet. Du seist gesegnet. Wie bin ich? Du warst beschäftigt. Also... Hast du nichts über die ganzen Cutschen gesehen? ...Wirme sind bereits effektiv. Wenn wir uns tatsächlich entscheiden mit den Absoluten und den Goblins zusammenzuarbeiten, dann... ... wird's lustig. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe zumindest keinen Bock drauf nochmal die Kämpfe gegen die komponenten Herrscher zu machen und so. Ja, dann schließen wir uns diesmal den tatsächlich an. So. Ich schicke mal Schattenherd eben raus. Ich bin noch im Black Screen. Alles gut. So. So. Da hinten ist sie. So vielleicht soll ich die... Ne. Ich schicke mal raus. Astharian kannst da leveln. Ich habe keine Kontrolle über sie. Ich muss Astharian mal leveln. Stufenaufstieg. Ah, ich kann mit ihm reden. Ich kann nicht mit ihm reden. Ich kann nicht mit ihm reden. Sag mal, warum kann ich nicht mit ihm reden? Jetzt ist nicht die Zeit. Äh, jetzt ist die Frage, kann ich Astharian... Okay, ich kann Astharian tatsächlich kontrollieren. Dann müsstest du Schattenherd jetzt da hinten mitnehmen. Oder wir lassen sie einfach weg. Geht auch. Wollen wir sie im Team haben, oder... Willst du sie? Ich wäre eher für Cardach, aber... Mein Schattenherd ist bei mir im... Schattenherd ist bei mir einfach abgehauen unter Schattenwelt. Deswegen... Die war ein bisschen bitchy und dann habe ich ihr gesagt, hau doch ab. Ja, dann nehmen wir sie nicht mit. Ist die... Die ist... Die war... Gut, ähm... Die war eine Heilerin und so. Die war mit... Wie hieß die Klasse nochmal, die sie war? Das war irgendwie... Kleriker. Geht klar. Brauchen wir, glaube ich, nicht so unbedingt im Team. Ich wäre... Kleriker sind nützlich, aber als Heiler und... Wir haben Fleischschild, also... Ich will dafür, dass wir Cardach mit dem Cardach mit... Alles klar. Warte, ich gebe hier mal ein paar... Ich lege ein paar durch ins Lager... Äh, ins Anlagerschenken. Äh, gut, ich würde dann mal eben die DLC-Sachen holen und dann verteilen wir die eben. Okay. Eid und Leere der Paladiner. Das Buch habe ich jetzt auch in meinem... Das habe ich jetzt auch in meinem... Das habe ich jetzt auch in meinem... Regulären Durchlauf bekommen. Ah. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das bekomme, aber irgendwo habe ich das aufgehoben. Das Buch. Dieses alte, müde Buch ist in der schweren Handschrift einer pflichtbewussten Seele verfasst worden. Ihr habt ein Eidgeschworen, Paladin, ein Versprechen abgegeben, euch jederzeit an eure Lehren. Zwar hat nun jeden Preis ein gewichtiges Schicksal, doch eines, das eure geschwundenen Schultern tragen müssen, auf das ihr nicht ins Stölpern geratet und zu einem gierigen Wesen verkommt. Denkt an eure leeren Paladin. Denkt an euren Zweck. Denkt an euer Versprechen. Schwur der Ahnen. Der Wormton klammert das Gras auf der Lichtung. Der singende Vogel begrüßt die aufgehende Sonne. Das Glimmern des Dämmerungs des Lichts spaziert über die brechende See. Alles ist perfekt und es ist eure perfekte Pflicht, es zu beschützen. Es sind die Freude des Daseins, der strahlenden Ruhm, der Schöpfung, die ihr im Herzen tragen müsst. Lasst sie euch nie entgleiten, Paladin. Lasst sie euch nie nehmen. Schwur der Hingabe. Schwur der Rache ist meins. Schurken, Verräter, eidloser Abschaum. Sie laufen hinter jeder Kurve. Überfallen die Verwundbaren und verdrehen die Welt zu ihren Gunsten. Ihr müsst ihnen ein Schwert ins Herz drehen. Jedem Einzelnen. Ihr müsst gnadenlos sein, Paladin. Ihre Zone darf rasten, nicht noch rum. Denn die Bösen werden es gewiss nicht tun. Jetzt reinziehen, deswegen stimmt es. Ah ja. Ja, interessant. Gut, wollen wir gehen? Hast du in den DC Sachen irgendwas zu anziehen? Du müsstest, glaube ich, hier hinten in der Reisetruhe gucken. Ich glaube, das läuft gerade auf deinem Spielstand. Welche Reisetruhe? Die hier? Die helle hier. Die, wo ich gerade hingehe. Guck auf die Karte. Die ist oben rechts. Ah, hier bist du. Hallöchen. Die, die gelbe. Mal schauen, ob da was drin ist, oder ob das nur bei dir ist. Ich kann darauf nicht zugreifen, deshalb müsstest du mal gucken, ob du zugreifen kannst. Weißt du? Drach... Drachling, General, Färbemitte. Alles klar. Und ein bisschen Schrott. Nimm mal den Schrott mit. Das habe ich dort gerade abgelegt, den Schrott. Ach so. Ja gut, dann. Ja, das Färbemittel habe ich auch. Aber das Zielzeug ist da nicht drin. Ja, schade. Gut, dann gehen wir mal wieder. Wir haben... Warte, ich färbe mal meine Rüstung ein. Das kannst du auch draußen machen. Sorry. Du hast mich aus dem Lager geworfen. Das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass man... Können wir keinen langen Rast machen? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Egal. Ich habe jetzt eine goldene Rüstung. Nice. Äh... Äh, wo bin ich? Wo bist du? Ähm... Ich bin hier. Wo bist du? Ich stecke irgendwo... Ich stecke zwischen den Wirklichkeiten fest. Ähm... Tust du tatsächlich? Du bist noch im Lager bei mir. Ah, okay. Komm mal wieder rein. Nee, ich bin gerade rausgegangen. Ah. Hier bin ich. Okay. Äh, möchtest du... Willst du mit dem Wildschwein reden? Ich habe eine Haffelpaarfrustung. Ähm. Nice. Du willst du Wildschwein bei ihm hier? Ich kann nicht mit Tieren reden. Ja, ich weiß. Muss man nicht. Äh, wir können aber mit Tieren umgehen. Im Zweifel. Welches Wildschwein? Das, was gerade da abhaut. Hier. Ich renne ihm mal nach. Ich renne ihm mal nach. Das da hinten. Dann übernehme ich das. Mehr als schief gehen kann. Ich habe das gerade schon gemacht. Können wir gleich... Gleichzeitig machen. Na, ich kann zuhören. Verdammt. Äh... Hier. Ich bin... Oh, gar nicht so scheiße. Hm. 13. Der Bord kratzt. Ein Eier, den du wehrenst mit seinem Bogen. Können wir uns bitte mit dem Mundkratzer anfreunden, dass wir ihn im Lager haben? Das auf jeden Fall. Das bereue ich so, dass wir das nicht hingekriegt haben bei mir im Wahn. Ja. Und wir müssen unbedingt die... Ähm... Bevor wir die alle abschlachten, müssen wir ins... Müssen wir ins Lager der... 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 Der Tieflinge rein und müssen bei der Bar dann vorbeischauen. Die singt ein tolles Lied. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch aus irgendeinem Grund nicht geschafft, der zuzuhören. Ja, das Lied nehmen wir auf jeden Fall mit und das andere auch. Äh... Was soll ich wählen? Du darfst gerne entscheiden. Okay. Der Bord kratzt seine Trotters. Unsure. Das war... Die falsche Entscheidung. Tja. Naja. Können wir es noch töten? Äh... Nö. Wollen wir den Schatz unten mitnehmen? Gerne. Gut. Dann springen sie mir nach. Meinen? Guck mal, was wir tun? Ja! Haben wir uns keine Bordes um den Rücken ab? Wollen wir ihn genau an der Begriffe kommen? nicht. So, gucken wir mal, was in der Tie... Hey. Nix. Gar nix drin. Ich sehe, was du aufgenommen hast. Rubin, Karte... Notizbuch des Hafeners. Karte des Hafeners. Rubin. Und Trank der Geschwindigkeit. Willst du einen Trank der Geschwindigkeit haben? Das sind zwei von drin gewesen. Du kriegst einen Trank der Geschwindigkeit. Das müsste Haste sein, von daher ja, auf jeden Fall. Das ist eine Extraktion. Ich habe noch eine Truhe mitgebracht. Vielleicht kann ich die öffnen. Ah, ja. Dafür war der Schlüssel. Interessant. Du gehst in ihre Truhe. Kunstfolge, religi... ein zerfleddertes Sammlung von Berichten, die mit einem Mond- und Hafersiegel zusammengehalten werden. Mehrfach werden friefwerfte Aktivitäten der semitischen Sekte vor Ort erwähnt. Aha. Können wir wegschmeißen bei der nächsten Möglichkeit. Ich pack mir mal die Tränke in das kunstvolle Reliquia. Diese fleckige, abgegriffene Karte ist durch zahllose Hände gewandert. Eine kleine Harfe kennzeichnet einen Bereich mit dem Namen Turm des Mondaufgangs. Aha. Eine kleine Mondsicht ist in den nahen Wand gezeichnet. Darunter steht in einer Schrift jüngeren Datums geschrieben Beuteversteck. Oha. Wir haben eine Karte zu einem Beuteversteck am Turm des Mondaufgangs. Merk dir das mal Modi. Das ist gut. So. Was kann ein Astarium gerade? Ah, er hat diebes Werkzeug. Ok. Wollen wir direkt den Totengott mitnehmen? Oder lassen wir das erstmal noch? Der Totengott ist doch erst am Ende von ab 2 da. Nein, den kannst du direkt hier mitnehmen. Als erste Aktion. Oh, ok. Ne, der ist doch zu overlevelt für uns jetzt schon. Das war ein Bossfighter. Nein, ich meine damit den zum Aufleveln. Ich weiß nicht, wie sie ihn mittlerweile nennen. Lazarus? Achso, den. Ja, der ist aber da drüben. Den alten Mann. Der Totengott ist der Typ, der bei, ja, wie hieß der, der erste große Boss bei dem Turm kommt. Äh, ne, das ist, das ist nur Mirkul, das müsste nur der Mord, ne, war aber Mord, ich glaube, das müsste der... Den Lazarus, ja, den können wir mitnehmen. Der ist aber drüben in den Ruinen. Da müssen wir hin. Äh, ja, die Ruinen sind direkt hier und wir haben Astarion dabei, der sehr gut darin ist, Schlöster zu öffnen. Gehen wir nicht von oben rein? Wozu? Ich meine, wenn er es nicht schafft, dann können wir von oben reingehen, aber so. Das kriegen wir. Ja, das haben wir. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwie... Der ist bei mir im Team, oder was? Der ist bei mir im Team, ja. Ich kann auch im Lager, aber... Ich kann auch im Lager nicht mit ihm reden. Okay, fallen. Vorsicht. Bedeutet... Ja, das ist das klar, sie will Astarion diesmal womanzen. Äh, ich auch. Ach schon, wer es als erstes kriegt. Ich kann Fallen nicht entschärfen. Wir müssen! Astarion kann Fallen entschärfen vielleicht. Wir müssen! Stopp, 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 nicht einfach rennen, nicht einfach rennen. Guck mal auf Astarion, die Fallen entschärfen kann. Wir müssen! Er hat gerade kein Fallen entschärfen Werkzeug dabei, aber die Knöpfe hier entschärfen zumindest teilweise. Das weiß ich. Soll ich mal den Zarco Park öffnen? Nicht, nein, den hier hinten. Den öffnet er jetzt. Uh, Ringpanzerrüstung, die ist nice für dich. Wo soll ich hin, oder gibst du es mir, im Entzugnetag? Ich gebe sie dir, die Ringpanzerrüstung, die ist... na, Moment. Ist eine schwere Rüstung, die kannst du später mit Level 4 dann einfach tragen. Ist relativ cool. Kann ich auch jetzt schon tragen. Oh, du kannst schon schwere Rüstung. Da steht noch kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Ja, dann easy. Let's go. Sieht aber hässlich aus. Aber die ist stark. Kann ich sie einfärben? Ist genauso stark wie die andere. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Sie haben dieselbe Rüstungsklasse 14, Rüstungsklasse 14. Sie haben dieselbe Rüstungsklasse. Nur dass die eine eine schwere Rüstung ist, die andere eine mittlere Rüstung. Die sehen, also... Nach der Beheimlichkeit wirfen. Nach der Beheimlichkeit wirfen. Das sind von den Stats. Mit das richtig, exakt die Leichen. Oder gut. Was meinst du? Kannst du bei mir im Stream mal nachgucken? Also 14, 14. Nach der Heimlichkeitswürfung. Ich würde sogar fast sagen, dass der Schuppenpanzer noch ein bisschen besser ist. Dann nimm den Schuppenpanzer. Das war jetzt eigentlich nur mein erster Gedanke, weil die sind normalerweise stärker. Das sind meine Stats, würde ich sagen. Das sind jetzt völlig nahe. So, ich muss jetzt hier gerade ein bisschen rumräumen. Ich habe eine Flasche. So, jetzt können wir uns nämlich hier halbwegs frei bewegen. Okay. Ich muss hier räumen. Hinten ist eine Schwierreichentür. Da würde ich mal durchgehen. Nein, nein, noch nicht. Ähm. Mach das bitte einfach noch nicht. Ich bin hier gerade wirklich am Fallen entschärfen, damit wir hier lebend rauskommen. Aha. Und den guten Loot mitnehmen können. So. Jetzt können wir die Sakophage öffnen und looten. Jetzt können wir die Sakophage öffnen. Da ist aber nichts drin. Oh, ein Dreizack. Ich habe 4 bis 13. Den habe ich schon. Ich nehme es mal mit. Ja. Ich habe einen Dreizack. Ja. Ich habe einen Kriegshammer. Ja, aber einen Dreizack ist cool. Nix drin. Okay, was? Soll ich den in der Mitte öffnen? Nein, 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 nein. Zu spät, zu spät, zu spät. Ich muss nicht den. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Warum nicht? Wir müssen die anderen Seiten hier noch blockieren. Das ist der, der getrappt ist. Oh nein, 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 nein. Sag Bescheid, wann ich öffnen soll. Ja, äh, den Speer da drin möchte ich bitte haben. Du hast schon eine magische Waffe. Ich will auch eine. Ich habe eine Kanne. Das ist schön. Ich blockiere jetzt hier gerade hier die ganzen Dinger. Okay, ich muss reichen. Kannst du also fein entschärfen? Da ist nix drin. Nein, ich habe sie nur blockiert. Da ist nix drin. Geh am besten schon mal an die Tür. Aha, ich verstehe nicht, was du vorhast. Ja, schwere Eichentür. Ich... Ich mach's auf. So. Ich werde öffnen. Geh dann mal weiter. Und ich bin tot. Oh. Ich bin drüben. Ne, du bist nicht tot. Alles easy. Astarion ist tot. Oh, Astarion. Echt passiert. Ja, wir müssen Lazarus wiederholen. Dann können wir den... Holen wir Lazarus dann. Kommt er wieder zurück. Warte mal kurz. Kann ich das... Bitteschön. Gut, dann möchte ich zwei Dinge tun. Ich würde ganz gerne in den rundenbasierten Modus gehen. Wozu? Damit ich einmal rüberspringen kann. Astarion holen und dann können wir ihn gleich wiederholen. Also wieder beleben. Kannst du auch ohne. Ja, aber dann... Aber ich möchte ihn gerne... Nein, dann mach. Nimm ihn mit. Na, Moment. Geh dann schon mal weiter. Kann ich eigentlich nicht. Nur... Wiederholen. Verdammt. Hm. Er ist instant wieder gestorben. Cool. Der kommt wieder zurück, wenn du im Nager bist. Bist du gerade aus dem rundenbasierten Modus raus? Irgendwie schon. Ich habe die dickste Tür gehört. Cool. Cool. Danke für die 5 HP, die ich jetzt noch übrig habe. Danke. Das war gute Arbeit. Wirklich. Ich mach mal eine kurze Rast. Ich hab's dir gehalten. Warum hafst du die Spell-Slots draußen? Das wird ein langes Stück Arbeit mit uns. Definitiv. Gut. Als erstes nehme ich denen die Waffen weg. Arm-Skribe. Aber kein Zeichen der Kampf. Und außerdem möchte ich gucken... Ja, okay. Ich kann sie aufheben. Das heißt, ich kann sie aus dem Kampf nehmen. Oh, Herr. Oh, doch nicht. Du hast den Kampf getriggert. Oh, auch nicht. Ich hab den Kampf getriggert. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte gehofft, dass ich werde. Dass ich das wäre. Und wie du mit super? Nicht sonderlich. Die sind nicht stark. Ich kann sie nicht angreifen. Du hast ja auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad gestellt, glaube ich. Aber wir sind nur zu zweit. Ja, wie gesagt. Du hast ja, glaube ich, auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad, oder? Ich hoffe. Ja. Dann sind die eigentlich kein Problem. Ich kümmere mich um den hier drüben. 7 HP, okay. Die sind kein Problem. Ja. Aber du bist schon ange... Schnappert. Ach, das passt schon. Wie gesagt, die machen ja auch nicht den Schaden. Ich kriege doch Treffer. Ja. Der ist immer noch zu weit entfernt, verdammt. Ich hab immer noch keinen Fernkampf überhaupt ausgerüstet. Ich bin blöd. Ich wusste ihn mal bei der Gelegenheit aus. Ich mach das, du darfst übrigens angreifen. Ja, kann ich nicht. Er haut ab. Du wirst da mal ein Pferdstock drüben. Hm. Es sind einige Gegner. Oh nein, ich bin fixiert. Oder auch nicht. Bin ich nicht. Ne, was nun? Ich hol mir jetzt erstmal den Speer. Und du deinen Trank. Du drückst aber nur Knöpfe, oder? Kann das sein? Ich... Der... Der haut mich ab. Ich kann ihn nicht. Ich erreiche den nicht. Ja, dann rüffst du dein Fernkampf-Ding aus. Aber ich krieg den doch. Versuch nicht zu sterben. Na, ich hau einmal den Hände rein. Ich hab meinen auch getötet. Sehr schön. Ich hab den nur angezündet. Es ist zu viel zu behalten. Du wirst es schaffen. Ich liebe es, dass wir komplett... Ja, das kriegen wir. Ich liebe es wirklich, dass wir komplett underleveled hier einfach reingegangen sind. Ah, passt schon. Du musst zugeben... Ich dachte, dass wir... äh... ...den Kampf nicht triggern, bis wir den Knopf gedrückt haben. Ich hab einen schweren Schlüssel. So, vielleicht kann ich einen von deinen Gegnern schon... Äh, ne... Hast du Sprint? Ne, er ist aber zu weit weg. Na, schade. Ich sprinte. Du hast auch noch Kältestrahl, das heißt ja eine Bewegungsreichweite. Ich hab keinen Kältestrahl. Ich hab jetzt ohne... Hm. Ja, ich merk's, dass meine... ... Reichweite... Cool. Ja, deine Bewegungsreichweite ist einfach halbiert, aber... Passt schon. So, was kann ich denn schmeißen? Was hab ich denn Lustiges? Ich kümmere mich um den hier. Ich mach mal den Captain... Ich mach mal den Captain America. Hier. Viel Spaß dabei. Ich hab gesagt, ich kümmere mich um den. Das ist ja gut. Dann heil ich mich mal eben. Und geh in die Nähe von dem Anderen. Hm. Wie erbraucht. Das sind Fernkampf, oder? Die sind relativ squishy. Die kriegen recht viel Schaden. Prozentual gesehen. Ah, das war nicht schlecht. Ja. Macht des Inquisitors. Uh, die Macht des Inquisitors hat's tatsächlich gerichtet. Mhm. Sollte ich mal auf mich anwenden. Ja, den, den mach ich fertig. Okay. Ich bricht mal ne kurze Rast. Dann gönn dir. Und jetzt hinter zu Lazarus. Und da werden wir noch looten hier. Hast noch was zum looten hier? Ich nehm zumindest meinen Dreizack mit. Hast noch was für mich? Ich hab mich gelassen. Ne, die sind alle näher. Äh, ich geh erstmal hinten hier in den Raum. Dann erfahren wir das große Geheimnis, dass das hier ein Tempel für den... Oh, ich kann nicht in deinen Inventar gucken. Ich kann dir noch was geben. Nein, kannst du nicht. Ah ja. Was machst du dort? Ich loote. Äh, du darfst Jan das Buch mitnehmen. Nicht alles unheimlich. Das ist eine. Da ist nix. Willst du was? Ich nehm an, das Buch der Toten Götter hast du in deinem ersten Run auch vergessen. Natürlich. Ja. Äh, du darfst das auch gern lesen. Ähm. Das Buch ist viel leichter als es sollte, mit so einem massiven Schlüssel. Du hast da keine Kunde gebildet. Ich hab ne 1 gewürfelt. Und ne 1. Das ist dein Buch. Oh nein, was tust du? Keine Ahnung. Das ist dein Buch. Das ist dein Buch. Das ist dein Buch. Stärke das Schlossaufschlagen. Ja. Sei intelligent. Das hast du. So geht's aber. Was steht denn drin? Eine leise Seite kommt mit dir. Magik pulsen aus dem Parchment. Was früher ein Skript war, ist nun eine obliterate Schule. Du hast ein Gefühl, dass diese Namen sind. Eine Liste. Aber von was? Was ist das? Religion. Das werde ich jetzt vergacken. Minus 1 Intelligenz. Das kann ja nur. Hast du einen Bonus, den du mir dazugeben kannst? Nein. Schade. Kannst mich nicht segnen. Oh. Letzt 20. 20. Gott. Ich weiß alles. Diese sind die Namen des Gottes. Mal verloren, aber nun nach der zweiten Sonne. Die letzten drei Namen in diesem Buch sitzen zusammen. Aber sie sind so devastiert durch die Schraube, dass sie unredebar sind. Die gesamte Pantheon haben geblendet und geblendet und geblendet wurden. Silently geschrieben durch dieses Buch. Na ja. Es ist so wild, dass... Es ist wild, dass das tatsächlich Teil von der D&D-Law ist. Weshalb die Toten dreier überhaupt erst eine Sache sind. Schnüpfchen. Fanny Muffet geschlagen. Lass mich. Ja. Du darfst die Sequenz haben. Hey. So, du hast gesprochen. So, du hast gesprochen. So, du hast gesprochen. Ich mag die... Ich mag die Art, wie der redet. Das ist so. Ja. Ich mag die Art und Weise, um zu wundern. Jetzt... Ich habe eine Frage für dich. Was ist die Wert des einzigen Mordens Lebens? Ich bin nicht der gleiche, als die, die du geblendet hast. Wenn das ist, was du fragst. Wirst du meine Frage antworten? Und mir wird dir gerade angezeigt. Mordenspiel bei The Skates 3. Mensch. Wie überraschend. Mensch. Wollen wir... Angreifen? Ähm. Es bringt nichts. Kannst gerne draufklicken. Äh, ich bin durch keinen Antwort. Tschüss. Aber es ist nicht wichtig. Wir haben ihn nicht angreifen. Und ich weiß mein Gesicht. Wir werden uns wiedersehen, auf der richtigen Zeit und Platz sehen. Alles gut. Müsste demnächst auftauchen. Und der haut ab. Also können wir es dann ja noch nicht wieder beleben. Aktuell nicht. Der ist im Fett. Aber der jetzt... Und war das nicht, dass die nur eine bestimmte Zeit irgendwie haben? Oder das... Dann kann man ihn auch in fünf Jahren noch... wieder beleben. Nein. Da, äh... Da mir mal Will in... äh... Druiden Grove in die Schlucht... Er läuft wieder zurück. Er liegt... Guck mal, er liegt zurück in seinen Grab. Ja, der... Der... Der rennt jetzt hier eine Weile. So. Raus hier. Würde ich sagen. Äh, ja. Wollen wir den hinteren Weg gehen? Oder wollen wir die... Andere... Nee, die andere Party schaffen wir nicht. Willst du noch einen toten Krieger mitnehmen? Nee. Brauchen wir momentan noch nicht. Wer eine schöne Dinko fürs... fürs Lager. Ja. So, bitte renn jetzt... Bitte lass uns jetzt nicht in das nächste Übel reinrennen. Können wir mal Nezel jetzt retten? Ja, will ich sagen. Ich kann da nicht hoch. Ich kann... Ich kann da auch nicht hoch. Warum nicht? Wir müssen ins nächste Übel rennen. Ah, das ist gut. Können wir vorhin eine lange Rast machen? Verdammt noch mal. Äh, wir können mal gucken, ob wir ins Lager können. Ja. Hier lange Rast, wir haben ja genug. Guck mal, ob er schon da ist oder noch nicht. Ich glaube noch nicht. wohin? Nein das hat ein bisschen gedauert. Mach du den Dialog, dann kann ich hier schon mal laufen. Immerhin. Wie du an mir sehen kannst, als ich zwar nicht so Aber bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Außerhalb von Gefahr, vielleicht? Die ganze Stunde, die passen, wird die Sache in uns wachsen. Wir müssen einen Gehalter finden. Lass uns auf der ersten Licht wachsen. Das ist eine Art Gefahr, die ich gut bin. Ich kann es kämpfen. Reste gut. Wir brauchen unsere Kraft. Was ist das Thema? Erstmal zu dritt. Die als andere Abenteurerpartei. Einige Firma würde sich nicht auf der Straße verletzen. Besonders, wenn es Probleme gibt. So, die haben ein bisschen mehr Unterstützung. Ja. Dann gehen wir mal ins Bett, ne? Ein anderer Spieler wäre jetzt... okay. Na schnappe, irgendwas passiert. Übrigens, ja, man kann Begleiterkleidung einfärben. Versuchen wir es mal. Ja. Er ist noch nicht hier, oder? Was passiert eigentlich, wenn man durch diese Tür geht? Ich versuch grad mal was. Äh, was versuchst du? Schattenherz hat jetzt ne gelbe Rüstung. Nice. Passt zu ihr. Passt zu ihr. Ja. Ja, das passt zu ihr, wenn man... ...wenn man... ...sieht, was später mit ihr noch passiert. Also ihre Geschichte. Es kommt drauf an, wie du spielst. Es kann auch sein, dass sie sagt, yo, ich werd dunkler Justitia. Also wenn wir es schaffen, dass sie nicht abhaut, dann... ...wirst du gern zu dem... Ich möchte Astarion wirklich gern zurückholen. Den können wir auch gerade noch nicht. Hättest du was dagegen, gleich einfach im rundenbasierten Modus zu bleiben? Ähm... ...ja... Hier geht nichts. Was bringst du? Du kannst den sowieso nicht irgendwie wiederbeleben. Doch, kann ich. Ich hab hier zig Rollen der Wiederbelebung. Wie du vielleicht weißt. Wir haben Teamkleidung an, Molly. Guck mal. Bist du ganz da aus dem Lager? Kannst du aus dem Lager mal zurückkommen? Ich bin nicht im Lager. Ich bin aktuell schon vor der Tür. Ach, du bist schon dorthin gerannt? Ja, ich bin schon gegangen. Ich glaub ich Romanze... Ich... Ich Romanze einfach... Einfach Schattenherz. Ich hätt die selber... Ich hätt grad dieselbe Rüstung an wie ich. Also nicht die selber, aber... ...matching... ...matching colors. Ja. Kalach geht ja leider nicht. Die ist ja... Ja. Kannst du auch Romanzen? Nee, die ist zu heiß zum Anfassen. Nein, nicht wenn du ihre Story weiterverfolgst. Äh... Komm grad mal rüber. Hast du noch Rollen der Wiederbelebung in deinem Inventar? Eine. Und lass doch selber welche. Kannst du sie mir kurz... Oder nicht mehr. Oder nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Ich brauch die selber. Nee, weißt du was? Die geb ich dir nicht. Gut. Dann machen wir halt den Kampf ohne... Zu dritt. Also... Du hast später noch die Möglichkeit, dass Tarin wieder zu überleben. Ja, ich... Es geht mir nur um den Kampf, weil den werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Zu dritt? Mit Schattenherz. Du schätzt dich mal nicht. So. Wie gehen wir jetzt? Gibt es hier einen Weg ohne Kampf hinaus? Oder? Nein. Das ist blöd. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich würde ihn ganz gerne mitnehmen. Aber gut, wir machen es ohne. Hast du gesagt. Dann komm mal durch die Tür. Durch welche? Die Eingangstür. Die hier. Die Eingangstür. Nicht die Fetttür, genau die hier. Gut, die Tür ist verschlossen. Ich kann sie öffnen. Ich kann sie öffnen. Aber es wird laut. Außer du hast nicht der Zug dabei. Viel Spaß dabei. Ich bin Panadin. Am Ende hat sie was dabei. Meine Fett wird mich. Nein, hat sie nicht. Sie hat aber Schlüsse dabei. Zeit, zu resten. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt in die Taktik-Modus gewechselt. Und wechsle dich daraus wieder. Muss. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das nie gemacht. Hey, wo sind Sie? Das habe ich gerade gedrückt, Molly. Ich weiß es nicht, aber wir sind jetzt sowieso gerade im Kampf. Ja, den würde ich gerne. Ich habe es zu meiner großen Schande niemals getan. Der nächste ist jetzt dran. Nein, du bist dran. Ich sehe ja nichts, wenn ich in diesem Modus bin. Ich weiß nicht, was für ein Modus du meinst. Die Vogelperspektive. Ich kann sie nicht angreifen. Drück mal die Tasten durch. Nein, das würde ich lieber nicht machen, weil Ende davon das neue Daten. Ah, das war's. Erster Versuch. Du brauchst mal die göttliche Kraft. Viel Spaß damit. Du brauchst immer weiter. Ich bin dran. Du musst einfach weiter gehen. Du hast nichts getan mit dir, oder? Nee, weil der Zug verschwendet war ans Sprünken. Ich brauche nichts mehr. Ja, das wird ein hartes Kampf. Ach, die haben nur 11 HP, die schaffen wir. Ja, jetzt darfst du auch normal angreifen. Renn nicht ins Feuer, mach den Typen, mach... Mach her, entferne den Kampf an den Puffer. Viel stark. Tja. Ja, gut. Im nächsten Zug. Gut, dass wir vorher nicht gespeichert haben. Ja. Doch, wir haben lange Rast gemacht. Gut. Dann müsste es einen Speicher nicht geben. So, und Bonusangliffe. Ja. Ähm... So geht's auch. Wie kann man noch einen angreifen? Was für ein taktisch kluger Zug. Schön des Glaubens. Während sie im Feuer steht, keine gute Idee. Ne, geht mal aus dem Feuer raus. Ja, du kannst sie kontrollieren. Du kannst sie auch bewegen. Und jetzt hat er Resistenzen. Ich kann... Kann ich irgendwelche Angriffe, die hier... Ne, da rein ich ins Feuer rein. Aber egal. Du kannst zum Beispiel hier... Du kannst zum Beispiel neben mich gehen und ihn wegsmiten. Hier oben hier ist ein schöner freier Fleck. Und jetzt kannst du angreifen mit Divine Smite. Also mit den... Deinen Niederstrecken. Und schon ist er tot. Wenn du mir die englischen Begriffe sagst, sagt mir das. Kann ich damit nichts anfangen. Ich weiß. Ich... Ich weiß. Ich muss mich sehr... Sehr konzentrieren, die Deutschen zu benutzen. Ich benutze die Deutschen nie. Steht, glaub ich, dran. Oder hast du es auf Englisch angestellt? Ne, ja. Ich bin... Ich spiele keinen Paladin und ich kann dir nur die, die ihm die Begriffe sagen. Und die sind nicht... Ach so. Deswegen... Stimmt, ich vergaß, dass du meine Angriffe nicht siehst. So, ich kann Trackless... Ich verfleisch mal. Ach, das ist nur vorbei. Hatte ich nicht irgendwie einen Angriff der... Ach ja, das war mit der Arzt. Komm, dann hau ich mich rücksichtslos weg. Und ein Bonusangriff. Das war's mit mir. Effektiv. Hinten ist sowieso das Feuer aus. Ich bin nicht mal wahr. Ich hau drauf. Ich weiß. Sie sollte nicht in die Frontlinie, aber... Du kannst jetzt draufhauen. Ähm... Sie sollte nicht viel durchhalten. Ich freu mich schon mal von hinten aus, würde ich sagen. Lass uns das schnell machen. Lass uns das schnell machen. Lass uns das schnell machen. Ah, ein Fehlschlag. Ja, das... Das war ein klassisches... Lass uns das geschraubt. Das passiert eigentlich immer. Äh... Du musst chill, das glaubst du nicht. Neu passen, wenn es neue Fehl ist. Und du bist tot. Verdammt. Aber ich kann dir aufhelfen. Ich kann mehr Zug verbrauchen. Ihr aufzuhelfen. Sehr schön. Ähm... Das bin göttlichste Spür. Bist ein Angriffsschild. Und tot im Vorteil. Und mir gerade glaube ich nichts. War egal. Nein. Ist ja nur ein Gegner. Gut. Fleischschild funktioniert. Ich habe ihn abgelenkt. Oh nein. Du rennst doch... Warum rennst du mit ihr rein? Sie hat einen HP. Also es tut mir leid. Keine Ahnung. Da... Ich... Aber wir kriegen das hin. Ich... Äußerst gering. Sagte er. Ja. Ja, dein... Dein taktisches Verständnis ist gegen Null. Wie hast du dieses Spiel spielen können? Einfach drauf. Es wundert mich nicht, dass du Probleme bei dem Orin Kampf hast. Wird ein bisschen gelootet. Ich weiß. Und zwar unnötig. Weil teilweise die Waffen, die du jetzt hast, brauche ich. Aber ist egal. Kann ich dir geben. Schlichte Robe hätte ich dabei. Nee. Brauchst du nicht. Lederstiefel hätte ich. Lederhandschuhe. Die grell ich mir. Eine Stiefel besser als meine. Welche Waffen davon willst du haben? Einen Kampfstab hätte ich. Und einen großen Knüppel. Wirst du einen großen Knüppel haben? Äh... Nee. Aktuell nicht. Konnte man nicht irgendwann mal Ölfässer aufheben? Ja, konnte man. Wie? Nehm du auf die Klicks mit Rechtsklick und die aufheben. Geht bei mir nicht. Geht bei mir nicht. Ich kann nur angreifen aktuell. Kannst du sie wieder hinstellen? Ich kann sie dir geben. Bitteschön. Du kannst sie mir auch rüber geben. Ja. Aber die... Dann jetzt. Ich glaube, ich müsste auch noch... Ich habe einen Nautoloin-Tank bei mir mit drin. Der müsste auch als Bombe funktionieren. Okay, das ist gut. Dann können wir zumindest die Typen vorne fertig machen. Dann haue ich mal wie ein Wahnsinniger auf die Tür ein. Soll ich dir mal den Nautoloin-Tank geben? Dann kannst du den auch mal werfen. Ja, ziehen wir mal rein. Ich habe noch einen Angriff vor mir dann. Obwohl, den sollst du hinstellen und anzünden. Dann funktioniert ja nicht. Beim Werfen ist schlecht. Wenn du die Ölfässer wirfst, dann werden die nur zu Höhe auf dem Boden. Du sollst nicht werfen, sondern hinstellen und dann mit einem Feuertag anzünden. So funktioniert das hier. Äh, dasselbe funktioniert beim Öl. Wenn es auftaucht. Aber die sind... Sie explodieren sehr schön, wenn du... Wenn du sie hier... Ja, ich weiß. Dann sind wir's. Dann sind wir's. Na, die nur jeden Tag. Wo sind wir denn? Ah, da drüben ist der Gegner. Ich habe den gar nicht gesehen. Ähm... Genau so. Ja. Ja. Er geht doch schon so gut wie tot. Er ist tot. Er ist tot. Jetzt lass mal das Feuer löschen. Ach, nee. Fast geht alleine aus. Wart mal kurz. Ich heil mal kurz. Dass die nicht mit einem Maid spiel rummelft. Wir können auch kurz lange... Kurze Rast machen. Hast du was gegen den kurzen Rast? Wenn du denkst, es ist dann eine Zeit für einen, dann hau rein. Ich mein Schattenherz war schon am Stern, deswegen. Ja, komm. Das bisschen will die doch wohl noch abhalten. Ich nehme jeden Müll mit. Egal, was haben wir hier? Nichts. Äh, Essen kannst du gerne mitnehmen, soviel du möchtest. Warte, du nimmst den Müll mit. Ich nehme das. Nee, ich nehme zumindest Essen mit, weil... Essen wird später in Akt 2 relativ rar. Weißt du ja. Nee, bei mir wird Essen nie... ...nie wirklich warm. Äh, bei mir schon, zwischendurch. Und in Nacht 3 hast du dann den Essensaufzug, wo du was kaufen kannst. Und in Nacht 3 hast du dann den Essensaufzug, wo du was kaufen kannst. Ja. Und dann guck ich überhaupt nach. Ja. Hier geht es glaube ich raus. Ja. Ich nehme den Banditenschlüssel mit. Und dann kümmern wir uns um die anderen Banditen draußen. Und du sagst, das werden wir nicht übernehmen. Ich bin an die Schwierigkeit, die ich spiele gewöhnt. So, jetzt möchte ich mal was versuchen. Wir müssen mal schnell... Wir müssen schnell zu Lezea drüben, drüben. Die ist da... Die Lezea ist drüben hinter dem Versteck. Du bist beide zweimal so groß wie ich, aber äh... Wer war... Schau! Niemand ist... Was... Wer bist du? Das kräft uns! Ich denke, du kannst ihn von unter unseren Knochen entfernen. Ich schieße ihn gerade mal ein. Hab ich geschafft. Ja, ja, ich schieße kurz den Grund... Ich schieße kurz den Grundstein runter, ne? Dann kannst du runterwerfen. Das dürfte klappen. Ich weiß nicht. Ich habe gerade zwei gekillt. Oh, das ist ja schon. Und zwei sind überrascht. Wo sind die anderen? Kann ich dir irgendwie schießen? Die sind hier vorne irgendwo. Hier oben ist einer. Oh, er ist fast tot. Die sind nicht so schwer. Wenn du tatsächlich überwiegend auf Fernkampf gehen willst, dann sollst du vielleicht überlegen, auf Ranger oder Fighter zu wechseln später. Ne, will ich nicht. Aber ich erreiche die nicht. Deswegen... Ach so. Wenn ich nicht im Nachkampf kämpfen kann, dann muss ich im Fernkampf kämpfen. Ich wollte nur Tipps geben. Also Fernkampf mache ich nur zur Not. Ja. Du darfst Shadowhut bringen. Ich weiß. Vielleicht kriege ich einen Feuerpfeil hin. Äh, ne, ne. Fehlschlag. Mach mit ihr lieber... Mach mit ihr lieber das Heilige Feuer oder wie sich das nennt. Denken ist geschlossen, meinst du? Nein, das andere. Heilige Flamme. Heilige Flamme. Benutzt lieber die Heilige Flamme. Die ist allgemein besser und wahrscheinlicher das getrifft. Ich stehe in der Säure. Jo, das ist nicht so gut. Ich lass mal versuchen den da oben auszuschalten. Der hat nur noch ein, zwei HP. Ich kann nicht spielen. Jo, ich schmeiß mal eben mein Feuer. Und mach sie kurz fertig. Und die ist den letzten. Warte, den kann ich... Ja, du darfst jetzt... Du darfst den Mann oben erschießen. Sehr schön. Gut. Oh, sie hat ordentliche Schriftrollen. Nice. Ich krieg den da oben. Ja, du nimmst den oben. Wo ist er überhaupt? Ah, hier ist er. Die Zeit und die Elemente haben die Flamme unredebar. Ah, der hat noch eine Rüstung. Die ich schon habe, glaube ich. Lederrüstung. Stufe 11. Die ist Schattenherzrüstung. Stufe 13. Ne, die braucht keine neue. Wollt ihr leben in mehr interessanteren Zeiten? Am Schattenherz. Ich schicke dir die Sachen ans Lager, die ich nicht brauche. Jo, ich habe einen Schatz gefunden. Oh, Nebelwolke. Brauchst du eine Schriftrolle? Schwächestrahl? Nimm einfach mal mit. Wie gesagt, ich mache hier Astarion dann später zum Magier und dann können wir die Schriftrollen alle lernen. Was soll ich denn machen? Brauchst du einen Kurzbogen? Nein, ich habe eine Armbrust. Kampfstab. Was soll ich denn machen? 2-7 Schaden, 2-4-9 Schaden, ok. Gucken wir mal gerade, ob ich eine andere Waffe für Schattenherz kriege. 2-7 Schaden, für 2-7 Schaden, ja, ne. Ähm. Können wir gleich Leziel mitnehmen? Die ist da drüben. Schattenherz ins Lager, ins Camp schicken. Wir könnten sie auch da jetzt töten. Ach nein, du wolltest sie ja im Team haben. Ich war hier für, für, für Dingens. Achso, du wolltest Karlach? Ich würde sie trotzdem ins Lager nehmen. Warum? Weil sie eventuell später noch zu gebrauchen ist. Und weil wir sie jetzt, bis wir hier Karlach kriegen, und bis wir hier Karlach kriegen, würde ich sie gerne ins Team nehmen. Achso, ja dann. Easy. Wir wollen ja eh die Tieflinge loswerden. Zoru war richtig. Beziehungsweise wir wollen die Drogenen loswerden, nicht die Tieflinge. Wie willst du... Deine Schaden, komm mal. Geh weg von ihnen. Aber dann ist, dann, dann ist hier Dingens der, der Bären-Typ nicht bei uns im Team. Stimmt, wollen wir... Aber dann können wir die... Ach, wir würden eh den Paladin kriegen. Wir helfen den Tieflingen, würde ich sagen. Im Akt 1. Dann müssen wir wieder gegen die Goblin-Führer kämpfen. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, die können wir einfach vergiften. Und anders loswerden die so weit wie sie... Ich brauch dringend Heilung. Hä, nein. Wir brauchen keine Heilung. Wir müssen die Tieflinge bekämpfen, weil die wir hier wegklappen können. Okay, die hauen ab. Du musst den nicht angreifen. Warte mal kurz. Ja, die hauen dann ab. Ja, die hauen dann ab. Bring sie runter. Der Tadpole hat noch nicht alle eure Szenen... ...auspischös. Aber die lange... Meine Leute haben die Chance für diese Anfektion. Ich muss einen Kresch finden. Du möchtest mich finden. Ich weiß nicht, warum sie mit mir redet. Keine Sorge. Ich glaube, wir gehen getrennte Wege. Du willst wirklich, dass wir das sagen? Nein, nicht. Okay. Ich habe mich verklickt. Nein. Wer? Gut. Ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Sehr gut. Aber heid meine Worte. Das ganze unerwaltete Kamp. Eine, die diese Zorril hat mich gesehen, hat mich gesehen. Der Krieg muss näher sein. Ich muss in... Ich werde dich verklicken. auf ins Lager. Und hoffen, dass... ...dass er schon da ist. Er ist noch nicht da. Er ist auch schon. Verdammt. Ja, das hat ein paar Weile gedauert. Das ist da. Aber es steht doch immer sehr weit abseits. Er steht immer... Ich kenne seine Locations, ich habe ihn oft benutzt. So, wo ist es, Flitzer? Ich muss erst mal Schatten, Herz. Tschüss sagen. Ja, kümmer dich drum. Ja, kümmere dich drum. Ich kann grad... Ich kann grad bei Mitleidern nicht loswerden. Nazelle hat einen gefährlichen Blick in ihren Augen. Äh, aber ich kann mit Kifka auch spielen. Theoretisch. Wenn du sicher bist... Fine. Ich... So, letzte... ...mehnt die sich dann ab. Ist die schon im Lager? Und da drüben. Ich schicke erst mal alles an Lebensmitteln und so weiter. Chatter bereit. Tuske. Es ist fertig. Komm in meine Gruppe jetzt. Jetzt gibts einen kleinen Warmzugrünn. Ja. Äh, ich nehme mal das Amulett der Verlorenen Stimmen. Dann können wir zumindest mit Toten reden. Ich werd grad mal eine Ciske. Äh, ja, ist noch nicht viel. Auf Level 2. Tatendrank. Ja. Ich kann jetzt mehrere Aktionen ausführen. Ja, das ist ganz nett. Und... Nee, ist noch nicht, aber... Es wird bald passieren. Das ist die stärkste, von uns ist. Nee, wird es nicht. Ich spiele einen Baban. Äh, wir machen eine lange Rast, würde ich sagen. Und dann... Ja. Ja. Ja, ich habe eine Sequenz. Komm näher, sagt sie mir. Jetzt hofft euch ja doch, Leze. Was? Ja. Ja. Okay, da höre ich schon. Sie mag keinen Drachengeborenern. Schade. Ach ne, die, die, die Larve und so. Lässt du dir von dem, von dem, das Auge rausnehmen? Ja. Ja. Von Wolo. Ja, von Wolo. Ich bin ehrlich, ich würde gerne erstmal von Wolo das Auge rausnehmen lassen und dann bei der Hexe das andere Auge ebenfalls rausnehmen lassen. Ehrlich gesagt. Das würde ich ganz gerne. Ich würde bitte keine Augen mehr haben. Ich will wissen, ob das geht. Ich erwarte, ich bin dein Erster. Natürlich habe ich nicht. Sie würden dich von Navel zu Neck getötet. Du bist nicht weniger alien für mich als ich für dich. Ich kenne von deinem Kind, aber ich habe sie nicht oft oft. Diese diminutiven Skalen von dir sehen wie Fehler. Ja. Ja. Besser ist eine Meinung. Ich mag die Githyanki-Asthetik, um eine unterbrechene Wärme. Kein Problem. Ich habe die Augen, die meine Augen auf dich trainiert haben, länger als es notwendig ist. Je mehr sie beleidigt, desto mehr mag sie dich. So wie wir können. So. Wir haben nicht genug zu essen. Wir haben genug zu essen. Du hast gerade abgebrochen. Ah, okay. Noch keine Sekrenzen mit dem Imperator? Ne, das dauert doch ein bisschen. Wir sind ja noch nicht mal beim Lager. Doch, wir sind im Lager. Wir fassen nur darauf, dass wir endlich Astarion wiederholen können. Tja. Ich glaube, das kommt erst nach beim Tieflings... irgendwo beim Tieflingslager. Ja, da sollten wir uns auch als nächstes hin. Hier hängt Holz in der Luft. Ich bin schon weg. Ich meine auch hier. Zulizia, können wir... ...kommt da irgendwas machen? Keine Ahnung, du hast Kontrolle. Ich habe jetzt erst mal meine... ...meine Klamotten ein. Ich habe mal zu Astarion gewechselt. Er wird immer noch eingeäschert. Ah, schön. Könnt ihr ihre Kleidung auch ein... ...äh... ...äh... ...ich habe nicht mehr Flaschen... ...ich habe einen schweren Schatten... ...hier... ...hier... ...oh, wir haben... ...hier... ...ja, nicht 15. Oh, genug für mich. Ich werde noch zu. Zulizia, weil wir uns nicht anders machen... ... Musik, ich habe... ...kriebe�... ... crime- ...neu... Schaden? Nee, es ist noch nicht. Ähm, ich werde nur kurz. Ich werde die Rüste einfach mal Geld färben. Eines habe ich noch. Das sieht so lächerlich aus, bei Schattenherz. Bei ihr vielleicht auch. Wow, bei ihr sieht es cool aus. Das sieht ziemlich gut aus. Bei mir werden die Sachen übrigens nur rot. Bei mir werden sie gold und rot. Ja. Ach, hier steht Holz. Du hast ja bei Astharions Kleidung gesehen. Es wird einfach nur rot. Wir sollten in die Richtung, in diese Richtung hier. Äh, ja. Blöde Frage, wollen wir Gale mitnehmen oder wollen wir seine Hand zurück ins Portal stecken? Du wolltest Gale mithaben im Team. Du hast gesagt, der ist unverzichtbar. Also von mir aus kann der drauf gehen. Ich will ihm keine magischen Artefakte in den Hals stecken. Ich stecke ihm magische Artefakte. Ich werde dann immer zwischen Astharion und Gale wechseln. Also wenn du den mitnehmen willst, nehme ich den mit. Ich würde ihn da lassen. Ich nehme ihn für die Zauber- und für die Atombomben-Geschichte mit. Ich bin der meintest. Ich bin kein Fan von Gale. Leider brauche ich den bei mir im Team. In meinem Durchgang, wo ich das spiele. Und wir müssen aber dringend, wenn wir als erstes zu dem, zu der Barden gehen, äh, zu der, zu der, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Tieflings Barden, dann müssen wir hier Lead uns mal anhören. Ich glaube, wir sind schon da. Hier müsste das irgendwo sein. Ich greife von oben an. Nicht von unten. Es packt ein bisschen. Nein. Nein. Leider skippst. Das pack of goblins wird uns auf jeden Fall. Was ist passiert? Goblins sind auf unsere Beine. Open die Gale, Zevlor, jetzt! Du hast die Goblins hier? Wo sind die Druid? Bitte, da ist keine Zeit. Wir töten die Tieflinge noch nicht sofort. Nein. Erstmal machen wir uns noch Freunde. Wir können später entscheiden, ob wir uns noch auf die kommenden Seite stellen. Die Frage ist halt, wollen wir helfen, als wir ihn dabei haben? Eigentlich schon, das wäre schon... Aber den kriegen wir sowieso nicht, wenn wir... Im Schattenreich gibt es diesen Verteidiger das Portal-Kampf. Das kann man ganz gut lösen. Das habe ich nicht hingekriegt. Oh, mein Will. Ich weiß aber, wie man das macht. Will? Will ist jetzt schon da? Ja, Will ist jetzt schon da. Nur noch mich als Begleiter. So, erste Aktion. Ich schmeiß mal den Typen da runter. Okay. Können wir Will jetzt schon ins Team aufnehmen? Nee, der kommt doch später, oder? Der kommt in 5 Minuten. Aber den nehmen wir nicht mit ins Team. Nee, Will ist... Will hat eine coole Sequenz und dann war's das auch schon. Vater, Söhnchen will ich nicht mit im Team haben. So eine Geschichte ist eigentlich relativ cool, aber wir müssen sie nicht erleben. Ich habe mich entschieden, dass der Vater stirbt. Ich habe ihn auch komplett vernachlässigt. Der ist da... Der hängt bei mir. Der hat irgendwann Hörner gekriegt und ich habe ihn nur im Lager gelassen. Das spielt bei mir so gar keine Rolle. Bei mir habe ich eigentlich die Geschichte so weit durch, nur... Ich habe mich eigentlich nur um... 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 Um Schattenherz gekümmert. Ein bisschen um Astrarion. Ist doch... Ist doch völlig scheinlich. Ich habe mich auch fast nur um Astrarion und Gali gekümmert. Die ich jetzt auch wieder mitnehme, weil ich mache die beiden ganz gerne. Zuerst noch tot. Jo. Wir könnten auch Bill hier schon töten. Wir könnten, oder? Wollen wir aber nicht. Irgendwie nicht. Ach, oh Gott, der hat Armour voll Garde sind. Wir können nicht in Fall Komplenzen. Wir kämpfen hier gegen die Komplenzen, oder? Wir sind noch nicht. Wir müssen ja, die sind rot markieren. Man kann sich auch immer dafür entscheiden, die anderen zu bekämpfen. Tja, naja. Das ist jederzeit die Möglichkeit. Ja, aber dann halt... Ja, dann kämpfst du halt gegen alle. Wir wollen ja erstmal auf der Seite der Tieflings sein. Ja... Also dem bist du ein Tiefling. Das ändert nichts. Ich bin immer noch nicht in der Reichweite von dem. Ich spiel den Rotten- und den Rotten-Schwart. Oder auch nicht. Brauchst du mal ein bisschen in der göttlichen Fügung. Wo bist denn du eigentlich? Da oben bist du. Ich ging Bewegungsrecht weiter. Ja, toll. Ähm... Du solltest hier auch echt nur in den Nahkampf gehen und dann smiten. Ja, ich bin noch... Es ist zu weit entfernt. Ich hab hier nichts. Was ich angreifen könnte. Kannst springen. Jetzt bist du erstmal dran. Ich bin... Ich bin am Ende dran. Das ist als erstes. Ich bin als letztes. Das ist so ein bisschen... Und jetzt ist genau in der Mitte. So... Machst du auch noch was? Ja, Entschuldigung. Ich brauch halt ein bisschen, weil ich hier taktisch vorgehen möchte. So... Ich zieh mal erstmal die da alle zusammen. Du unterschätzt... Molly, du unterschätzt die... Die... Die Schwere des Kampfes. Das ist... Bei der Schwere des Kampfes muss man... Kämpfe muss man nicht taktisch vorgehen. Ich will aber... Deswegen hab ich die auch gewählt, die Schwierigkeit. Ich versteh nicht ganz, warum du sie gewählt hast, weil es ist super langweilig, aber... Ja. Weil es mir um die Story ging. Ja, hier jetzt eher nicht, aber... In der Schwere des Kampfes hast du Probleme mit irgendwas. Ja, mit den Bosskämpfen. Mit den Stahlwachen später. Mit den Stahlwachen später, verdammt. Wahrscheinlich, weil du komplett gemisslevelt hast, aber... Ja gut, definitiv. Wir können ja die Schwierigkeit dann nochmal anpassen, wenn es uns zu leicht wird. Na, verdammt. Jetzt ist das Zug verbraucht. Ey. Das ist mein Gegner. Ich müsste mal sprinten. Das wäre eine gute Idee. Aber der Kampf ist gleich vorbei und ich habe ihn rumgestanden. Ja. Ja. Du darfst aber den finalen Schuss machen. Ja. Du darfst aber den finalen Schuss machen. Jetzt müssen wir erstmal looten. Keine Hast. Keine Hast. Keine Hast. Das ist hier nichts mehr. Ja. Ja. Ich habe einen Schädel. Machen wir erstmal den Aufstieg. Wolltest du nicht looten? Ich will jetzt erstmal hier... Mal einen Aufstieg. Ich will Wild Magic Barbarian haben. Wilde Magie ist cool. Ich habe nichts. Ich kann nur Zauber vorbereiten. Und die habe ich schon. Göttliche Gunst hätte ich noch. Nö. Bei mir nichts Besonderes. Kriegst du keine neuen Zauber? Nö. Nicht auf Stufe 2. Irgendwie nicht. Nicht auf Stufe 3 meine ich. Nö. Nö. Nix. Außer ich habe wieder Befehl entrollen aus irgendeinem Grund. Äh. Ja. Du hast sie nicht vorbereitet. Aber du hast sie halt freigeschaltet. Du kannst sie benutzen. Wenn du möchtest. Was hab ich denn von mir? Ich weiß nicht ob dir diese Möglichkeit bewusst ist. Aber im Inventar hast du einen Tab namens Zauberbuch. Da kannst du jederzeit deinen Zauber anpassen. Nö. Hab ich nicht. Doch. Du gehst in dein Inventar. Dann hast... Dann hast du oben... Zauberbuch. Da kannst du draufklicken. Und dann kannst du jederzeit dein gesamtes Zauber Setup anpassen. Außer im Kampf. Ich geh mal Helden mutt mit rein. Ja. War nicht viel mit der Skill bei mir. Alize ist dran. Wie kann ich die misskillen? Ah. Manöver. Schlag das Befehl... Ach die ist jetzt. Schlag das Befehlshaber. Was soll ich denn da nehmen? Nimm was dir am besten erscheint. Aber lies dir die Sachen durch. Bitte. Schlag das Befehlshabers. Weil sie einen Verbünden an... Auf einen... Gegner einzuschlagen. Der Verbündete wendet sich... In seinem nächsten Zug eine Reaktion. Um einen... Waffenangriff auszuführen. Waffenangriff. Andenkender Schlag. Bedrohlicher Angriff. Ich glaube das habe ich gewählt damals. Passives Merkmal. Ich brauche einen Überlebenheitswürfel. Um einen Angriff auszuführen. Der zusätzlich einen D8 Schaden bewirkt. Und das Ziel möglicherweise verängstigt. Ging das gut? Eine Verängstigung ist ziemlich gut, ja. Refrug. Kampfmeister. Ah, ich könnte dir jetzt noch was anderes geben hier. Von dem... Kampfmeister mystischer Ritter Champion. Ja, ähm... Das klassischste wäre... Champion. Was du hier als Unterklasse geben kannst. Du begegnest komplexen... Komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Schlägst auf die Probleme ein und zwar haut. Das klingt sinnvoll. Ja. Champion ist das klassische. Das ist der Fighter Fighter. Okay. Hat sich das auch mit den speziellen Klassen... Äh, ja. Die Subklassen. Ich glaube die hast du in deinem Run wahrscheinlich auch komplett ignoriert, oder? Ein wenig. Ein wenig. Dachte ich mir, weil das ist das wohl eigentlich der Spaß beim Leveln. Komm ich hab die schon alle gelootet. Ne hast du nicht. Hier ist noch einer. Der hat aber nur ein Buch und... Kult dabei. Ehm... Morgensstern. Oh gut. Du brauchst einen Morgensstern. Eigentlich nicht. Aber liegen lassen. Das kannst du... Das kannst du theoretisch im Lager Schattenherz geben. Ich... Ich hab einen Wachzahnlitz dabei. Den würde ich mal mitnehmen. Kannst du irgendwie... Da ist doch nicht alles gelootet. Ach nee. Du... Ich kümmere mich gerade um die Brügelei hinten. Fünf. transformed. Das ist raus. Wegen kannst du ja jemanden helfen. Hi, die kommt wieder her. Was passiert hier? Was passiert hier? Wir haben uns entlangt. Für alle... Die Verklüедung. Ich habe keine verrückte Hilfe. Das war auch nicht. Bitte, dich gebeten mir die Türbeineln. Alles, um sich zu retten, du verdammt! Das Menschliche Gesicht schreit. Er ist zu schlafen. Ich würde sagen, wir sind auf der Seite der Tieflinge und gegen Menschen. Das ist... Ich denke... Die Goblins haben uns gefunden. Kein Wunder, die Beste wird zurück. Dann entscheiden wir uns aber gegen Heilzinn. Wenn wir uns gegen Heilzinn entscheiden, dann entscheiden wir einfach. Nein, Heilzinn ist super. Für eine Minute. Also die Begleiter würde ich schon gerne an alle mitnehmen. Aber ich will auf keinen Fall gegen die Goblin-Herrscher kämpfen. Das möchte ich vermeiden. Dann machen wir sie auf die Art. So, Modi, komm mit. Ja. Wir müssen uns hier erstmal umgucken. Ja, du bist das Eichhörnchen. Das auch, aber da gibt es eine Balen dort oben. Da müssen wir hin. Ja, das ist schön. Ich würde aber ganz... Ich glaube, wir kommen da erst hin, wenn wir durch den Druidenhain durch sind. Ich kümmere mich um den. Achso, ich habe das Eichhörnchen jetzt schon angequatscht. Ach, scheiße. Nein, du tötest das nicht. Offensichtlich ist es deine Sequenz. Das Eichhörnchen ist immer so friedlich. Ja, gut. Du benutzt dafür eine Institution, wirklich? Ja, gut. Verdient. 100% verdient. Ihr Motivationen erlust. Distraktiv sind deine Gedanken. Und du lässt deinen Schrauben wieder. Der Schöne beintet. Der Schöne beintet. Oh, wie schlimm. Jetzt bin ich tot. Du trittst das Eichhörnchen nicht. Nein, aber ich will auch mal den Versuch aufs Tier umgehen machen. Oh, wie du trittst das. Der Schöne beintet auf deinem Fuß und beintet es. Ha. Wow. Willst du nochmal würfeln? Die Motivationen erlusten dich. Distraktiv sind deine Gedanken. Du nutzt... Nein. Ist das nur ein Eichhörnchen? Übrigens, wir können hier runter. Da können wir durch den Druiden einen Weg gehen. Wir können hier nicht runter. Ich meine, wir können runter springen, aber... Wir können hier runter. Oh, hier ist ein Hebel. Nein, den können wir nicht benutzen. Schade. Wir müssen erst mal durch das Lager der Tieflinge. Lass, dann gehen wir mal hier rum. Ich will mich nochmal hier... Ob irgendwas... Ich will das nicht verpassen diesmal. Und da gab es noch irgendwas mit Harpchen. Mit dem... Oh, hier gibt es einen Erdtauchen. Ja, ich weiß. Ich kenne die ganzen Sequenzen. In Akt 1 habe ich sehr ausgiebig gespielt. Ich habe das alles verpasst. Das will ich jetzt nachholen. Ich weiß. Ähm... Den sollten wir... Den sollten wir killen. Und einen Schad. Den sollten wir instant killen, weil der hat da oben jemanden... ...auf dem Gewissen. Oh, ich darf jetzt gleich... Ich mache... Wild Magic. Let's go. Gucken wir, was passiert. Viel Spaß. Ich habe Zeichen der Jäger und des Siegers eingesetzt. Okay. Ich habe dunkle Magie Tentake benutzt. Ich habe ihm gerade ordentlich Schaden gemacht. Ist er schon tot? Nein. Ich kann nicht angreifen von mir. Schaden. So, hat der was Interessantes? Ja. Das geht. Und Trank. Kannst du behalten. Jetzt schick ich mal hoch und guck mal, ob er es schon getötet hat. Er hat schon getötet. Und wen hat er getötet? Er hat getötet. Na, die, sei schon tot. Und wer ist tot? Äh, die oben, die hätte man theoretisch retten können. Aber wir sind zu spät gewesen. Nicht looten. Die Dame hier. Nicht looten, mit Toten sprechen. Kann ich nicht. Jetzt looten. Der Korps hat nichts zu sagen. Ich habe ein paar Bücher bei sich. Und eine Seelenmünze. Und die können für gar noch mehr interessant werden. Später. Ich nehme sie mit. Ich habe die nie genutzt, die Seelenmünzen. Ich schicke mal Sachen ans Lager. Oh, ich sehe einen Drachen. Mutter. Bist du es? Äh, so funktionieren Drachen. Blüte hier nicht. Ist das nicht die... ... ...Ein Drache, der mit einem Mensch? Oder wie funktioniert das? Ich frage mich auch, wie das geht. Nein, das, was du meinst, sind baden. Aber wie entsteht ein Drachenblüter? Also es müsste ja... Das ist eine eigene Art. Hätte ich gedacht, dass das... ...dass das ein Mensch, der mit einem Drachen... ...und das Kind davon ist ein Drachenblüter. Lütt. Die Lösung dafür ist, wie fast alles bei Dungeons & Dragons... ...Magier haben mal. Okay. Ja. Magier haben mal irgendwelche Sachen gemacht und... ...sindsachen von Magiern gemacht worden. Ich fände die Geschichte besser, wenn man... ...irgendwie, wenn man... ...komme ich ja nicht mehr raus. Du siehst einen Drachen, sie sich als ein Zahn. Sie schützt. Ich weiß nicht, wie das passiert, wenn es passiert wäre. Der Baden. Ein menschlicher Baden mit einem Drachenblüter. Ich gucke mal durchs Teleskop ein bisschen. Der Teleskop bezieht direkt nach vorne. Sehr interessant. Ja. Ich darf mich sogar wieder bewegen. Der Teleskop bezieht nach vorne. Was dagegen, wenn ich schon mal zum Händler renne? Ich komme gleich nach. Langsam gehe. Gibt es auch nichts zu sehen. Ich spaziere langsam, weil ich bin überladen. Ich gucke mich. Ich gehe mal hier auf den Bus. Ich gehe hier. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier noch was Tolles. Ich bin glücklich, dass du da bist für diese Goblinien. Tempel oben auf dem Bergkopf nicht gemacht hast. Ich bin halt, ich habe den Fehler gemacht. Ich bin fast sofort, ich habe das hier nur als kurzer Rast gesehen. Bin dann, bin fast sofort wieder aus dem Tieflingsversteck raus und sofort zu den Goblins rüber. Aber das war ein bisschen, dadurch habe ich dann, dadurch war es dann alles irgendwie, danach konnte ich Sachen nicht mehr machen. Und dann war es halt schon, da ging es, ich habe da, ich habe 8.1 zu schnell durchgespielt. Das war ein bisschen. Hast du wenigstens die Vettel mitgenommen unten im Sumpf? Nein, auch nicht. Oh mein Gott, ich habe 8.1 komplett geskippt, so ziemlich. Oh mein Gott, ich habe hier, ich habe hier, glaube ich, gefühlt 60 Stunden in 8.1 verbrüht. Ich bereue es auch im Nachhinein ein bisschen, aber es war dann, als es aus dem kompletten Lager wieder rauskam, war es irgendwie alles zu spät, dann würde keiner mit mir reden und wir war alles wieder, alles schlimm, alles schlecht, alles und irgendwie waren schon 50 Sachen passiert, die nicht mehr. Ja. Machen wir diesmal besser. Warum hat das immer wieder passiert? Ja. Sie war schockiert über Octo's Soup, nur ein Moment vorhin. Ich handel dann mal ein bisschen, ne? Ich schaue mich hier ein bisschen um. Ach ja, man kann ja mehrere Sachen markieren, Moment. Ist der Händler hier überhaupt gut, oder? Die Händler sind so gut, wie die Händler gut sind. Ich weiß, dass es im Grund jetzt wäre, dass er sich beschwert hat, dass er das unter Preis verkauft hat. Das kannst du bei allen machen und es lohnt sich, weil sie dann halt ein besseres Angebot kriegen. Ah, ich bin auch mal hier. Nichts, was ich gesagt habe. Nur ein paar Bisschen und Bobs, die ich noch länger nahe. Nee, ich will nicht zu hören, wie du händest. Ich hände hier wieder raus. Ich komme dann später wieder. Das kann auch gehen. Behandlung, behalte ich. Weiter stimme ich jetzt schon Richtung Heimgear. Äh, lass es mal. Das sollten wir vielleicht zusammen machen. Ich rede hier mit ein paar Leuten. Das kannst du tun. Bitte, bitte. Was ist das Problem in Blasen und Spellen, wenn wir sie nicht verdammt benutzen? Wir sollten bleiben. Diese Leute sind nicht in der Kampf. Wir müssen helfen. Wir müssen helfen. Das ist gut. Ja. Wache, Not ist der Sterben. Gib uns. Bleibt hier. Sollen die hierbleiben oder sollen die abhauen? Was soll ich denen raten? Äh, hierbleiben. Rat ihnen mal hierbleiben. Ich will nicht all diese Leben auf meiner Bewusstseins. Wir müssen bleiben. So. Okay. Wir bleiben. Gut. Wenn wir überleben, wird es für eine gute Geschichte machen, ich glaube. Äh, möchtest du eine Rüstung des Heckenwandloss haben? Ja. Ich bin die besser als meine jetzige. Äh, du bekommst bloß eins auf Geschicklichkeits- Rettungswürfe und Geschicklichkeits- Das macht, das macht Sinn. Alles klar, dann nehme ich die mal eben mit. Dieses Ort ist eine blöde Todtrap, nicht ein Sanctuary. Du sollst auslösen, während du es kannst. Ja, das wäre besser, wenn ich hier irgendwas mit Feuer zu tun könnte. Wenn wir überleben, können wir überleben. Schade, dass ich keinen mit Tieren sprechen kann. Ich würde gerne mit Donsen reden. Schade, das wird gut gemacht. Ach, wegen des Lerfens, das ist das, was ich wollte. Niemand hat mich noch nicht verholt. Es scheint, wie ein guter Moment, um zu sprechen. Ich habe mal in einem Kurzvideo, in einem Short auf YouTube gesehen, dass, wenn du mit Tieren sprechen kannst, musst du mit diesen drei Ochsen hier reden. Einer davon, ich glaube, mit dem, in dem ich gerade rede, einer davon ist der Teufel selbst. Irgendwie, einer davon ist, hat irgendwie der, einer davon, es ist legit ein intelligenter Mimic. Also, einer davon hat wirklich, hier, der, der, der hat, der hat den Tod gesehen, das Verderben und so weiter. Der hat das, der will den dann. Oh, ich habe verkackt. Ja. Ich bin nicht Arkan, aber ich kann mal ins Lager gehen und gucken, ob wir mittlerweile Kollegen im Camp haben. Nö, er ist immer noch nicht da. Oh, elf. Sie hat es geschafft. Jetzt hat es geschafft. Irgendwas stimmt mit der Kreatur nicht. Muuu. Der Ochs hat gerade Muuu gesagt. Also, er hat wirklich in menschlicher Stimme Muuu gesagt. Probierst du nochmal. Arkanekunde, wenn du es schaffst, ist nur 10. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Irgendwas ist weg. Dieses Muuu. Oh, das Wicht ist weg. Kann man da irgendwie noch herausfinden, was mit dem ist? Ja, wir müssen mit Tieren reden. Irgendwann kriegen, aber das kriegen wir als Kroll und so weiter. Spätestens mit Heilsinnen haben wir das. Spätestens mit Heilsinnen haben wir das. Spätestens mit Heilsinnen haben wir das. Warte, ich geh nochmal zum Händler. Ich muss auch noch was verkaufen. Äh, zieh mal deine neue Rüstung an. Zu spät. Verkauf sie bitte nicht wieder, weil sie ist tatsächlich besser. Sie ist magisch. Und zuerst, wenn du es machst. Nur ein paar Bitten und Bobs, die ich nicht mehr brauche. Bisschen Geld haben will. Äh, ne, dafür habe ich... Die Rüstung des Heckenwanders, das meistert und... Gibt es auch eine gepolsterte Rüstung? Ne, die Rüstung des Heckenwanders, die ist eine Stufe kleiner als meine. Stufe 13. Ja, aber dafür kriegst du aber einen Bonus. Ich würde mir die Handschuhe des Geschossfangs holen. Die habe ich schon bei mir im Wann. Die sind sehr gut. Die sind sehr heftig. Mach das. Da habe ich nicht das Geld für, aber vielleicht kann ich einen tauschen. Du hast schon geguckt, ob du hier noch was brauchst. Ja, ich habe mir den Ring des Werfens mitgenommen, weil ich möchte hier einen Werfen... Neh mir mal ein paar Liebeswerfzeuge mit, die sind noch sehr hilfreich. Ähm... Geschossfang brauche ich auch noch. Mach das. Äh, ich hole schon mal Will hier hinten. Das ist hier relativ easy. Pack den ins Naga. Und ein bisschen Essen könnten wir auch gebrauchen. Soll ich ein... Nein, das finde ich nicht alles. Soll ich ein Moritz-Vaget holen? Ne, ne, lohnt sich nicht. Meinst du? Du meinst, das wird knapp später. Es lohnt sich. In Akt 1 können wir aber sehr viel Essen holen. Wo habe ich genug zum Verkaufen haben, um hier überhaupt das, was ich will, zu bekommen. Flasche. Das Holzschild kann ich schon mal so abkaufen. Soll ich das Holzschild verkaufen oder... Ich kämpfe eh mit zwei... Kann. Du als Paladin solltest tatsächlich ein Schild mitnehmen. Äh, ich kämpfe mit zwei Äxten. Ich kämpfe eh mit dem Schwert, deswegen kann ich das Schild nicht führen. Daher... Ist das wurscht. Das Buch der Paladine sollte ich nicht verkaufen, oder? Kannst du verkaufen. Diese Items sind irrelevant. Ich verkaufe die anderen Bücher, die ich schon gelesen habe. Das Buch der Toten Götter sollte ich bei mir behalten, oder? Kann ich das auch verkaufen? Verkaufen, oder? Na, wobei, behalte sie einfach mal. Vielleicht wird sie irgendwann relevant. Die anderen habe ich noch nicht gelesen, aber... Hm. Egal, ich verkaufe sie. Okay, 553 ist zu wenig. Immerhin steht jetzt mal drin, wie viel man da abgeben muss. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich erst mal rechnen musste, wie viel ich noch mal Geld dazu füllen muss. Das war ein bisschen lästig. Äh, recht aber noch nicht. Ich wünsche dich nichts zu zahlen. Sehr schön. Ich habe zwei Sachen gegen 100 Sachen eingetauscht. Inventar sortieren. So, die Rüstung des Heckenwanders, hast du gesagt. Oh, Gott, sieht der jetzt nicht aus. Ich hoffe, es gibt Farbfärbemittel irgendwann. Du hast Färbemittel und du kannst auch welche... Das habe ich verbraucht. Ich habe kein Färbemittel mehr. So liegt dir eins von meinen... Ich kann dich nicht mehr hören. Das ist gut, das ist abgebrochen. Ich gebe dir gerne eins von meinen rüber. Das gehört doch dann gerne abhoch. Ich habe dir eins rüber geschoben. Färbemittel? Ist das das gelbe Färbemittel? Oh, schwarz und rot. Es ist schwarz und rot. Na, immerhin. Sieht mehr gut hier aus. Aber okay. Wir werden früher oder später mal färben mit fliegen. Wir werden... Ja, ich kann mal auf Spaß gucken, wie das... ...verbarer Ding aussieht. So, jetzt haben wir wenigstens Partnerloch. Sieht cool aus. Oh, der hat Farbfärbemittel. Kupo. Gekauft. Ich bleibe bei dem hier. Sieht cool aus. Ach, Justo kriegt man nicht gut, aber... ...besser als schwarz und rot. Fand ich nicht. Wenn du meinst. Ich finde, meinem Charakter steht es. Diese Gruppe wird von Sylvanas-Faithful. Diese Gruppe wird von Sylvanas-Faithful. Äh, wir können auch gerne mit den Leuten hier jetzt erstmal reden. Das hast du ja auch nicht getan. Doch, das habe ich. Also hier... ...mit denen geredet habe ich zum Glück. Und ich habe die Goblin... Wollen wir die Goblin-Dame diesmal befreien, dort hinten? Die da im Kämpfer ist. Ich habe sie getötet. Unfreiwillig, aber... Ich habe sie sterben lassen. Wollen wir mal mit den Kindern reden? Ja, die sind später... ...Mohl ist später eine gute Hilfe. Äh, die ist hier nicht dabei, aber... Ja, die ist ganz nett. Als ob du invisibel... ...or blöchig... ...der spricht nicht mit mir. Du kannst in meinen Dialog gehen. Du siehst nichts aus der Ordnung. Wenn du zurückkehren, ist es kein Zeichen des Kindes. ...der hat mir doch bestimmt was geklaut. War das nicht so, dass der... Wo bist denn du eigentlich? Ich bin unten bei den Kindern. Ich habe mit dem anderen Kind geredet. Achso, mit dem schweigenden, ja. Geh an, zieh den Ring und schau dir deine Fortunke verändern. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Befreunde dich, die Gefängsten mit dir. Ich habe zwei gewählt. Hände es ist. Ich werde das schön aus... Ich werde das hier aufs absurde Level bringen. Ich habe mehr, wo das von kam. Reale Schiefe, auch. Interessant? Okay, fair. Let's gehen wir wieder. Hände oder Hände? Ich sehe, wir wollen das selber. Kopf. Einen Einwurf nochmal. Zwei. Mister, komm on. Okay. Heads oder Hände? Zwei. We have heads. There. Happy? Nee, bitte nochmal. Fine. Heads or Hände? Er ist gerade ffff... fein. Für den war lustiger. Wir haben Hände. Da... Huppi? Hände? Oder Hähne? Hähne, wie es ist! Da... Huppi? Ich glaube, das verändert sich nicht. Du wirst mich hier töten, Herr. Du bist wirklich. Geh einfach den Ring, oder? Freie Sample. Jetzt, willst du mal schauen, was ich bekommen habe? Oder vielleicht willst du einfach gehen? Du hast es? Ja, komm. Das ist was ich bekommen habe. Oh, ähm... Ich... Ich habe keine Geld oder nichts zu verkaufen. Mein Partner macht das. Oh, ähm... Ich bin der Gott? Ich weiß nicht, was hat er geklaut, aber der war gerade in deinen Taschen. Gucken wir mal, ob du noch alles hast. Ah. Jetzt. Irgendwas hat er dir geklaut. Gut, ich bin nicht komplett inkompetent. Jey. Du merkst, dass sie schreckt. Die Teile, die ihre Züge aufhören, sind wirklich real. Auf sie losgehen. Nein. Nein, Modi. Ich kann das nicht mehr tun. Hattest du nicht Eid der Rache? Entschuldigung. Das hast du gemacht, nicht ich. Wir müssen dir folgen. Ich weiß. Äh, nein. Müssen wir nicht. Ich rede mit dir. Ich folge dir mal. Ich komme da nicht lang. Das ist ein Loch. Ich komme nicht durch. Ah, da geht's zum Hain runter. Ja. Machst du die Sequenz unten am Hain gerade? Äh. Ich gehe da runter. Ja, wir gehen erstmal in Hain. Dann geh du. Gehen sie vor. Ah, du hast schon eine Sequenz. Cool. Ja, sie gehen gleich. Sie ignorieren und weitergehen. Stopp! Ein weiterer Schritt. Und Magrim wird dich öffnen, wie ein Sack von Gras. Komm zurück! Versuch meine Hand und ich zeige dir seine Klauen. Einen Moment, Giona. Was? Oh. Ich verstehe. Du? Wahrscheinlich will Korga dich sehen. Geh weiter. Oh, das ist Bruno. Ja. Sprechen wir mal mit ihm. Ah, mein guter... Du wolltest... Ein paar Fragen, wenn du es möchtest. Es gibt kein Interesse. Nein, das Interesse zeigt keine Grenzen. Ich mache es sehr schnell. Hand zu Herz. Glorie. Okay. Jetzt dann. Wie würdest du diesen besonderen Batsch von Goblinen beschreiben? Größe, Natur, Qualitäten... Du recherchst eure Meinung, erfolgreich zu erinnern, verschiedene Details des Goblins-Behäuers. Gut. Soll ich eine genaue Beschreibung liefern, oder soll ich... Soll ich ihm Blödsinn erzählen? Er macht sowieso Blödsinn draus. Mach so viel Blödsinn wie möglich. Okay. Ja, 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 ja. Goblins kaum eher verwandelt, eher verwandelt als Levers. Oh Gott! Kann es sein? Wie schrecklich... ... beeindruckend! Und die... ...Dragöne, die sie in der Rückseite hatten, war es von Brass- oder Silber-Farretien? Wissing und Silber-Draffen. Lieber Millionen Tode sterben, als mit dem Komplett zu praktieren. Ja, genau das. Wissing und Silber-Draffen. Wissing und Silber-Draffen. Lieber Millionen Tode sterben, als mit dem Komplett zu praktieren. Letzte Frage. Dann wird dir ziemlich frei sein. Wissing und Silber-Draffen, wenn sie auf die Garten fallen. Nein, wir haben die wegradiert. Und du meinst ja, sie riefen den Namen wie Kriegsgeschrei. Okay. Haben sie, glaube ich, tatsächlich. Oh, oh, kurios! Oh, kurios wirklich! Ich habe einen, ein Kapitän in diesem sehr Kamp. Sie berichtet, dass sie ihren Gott, Meglaviet, in favori von jemandem, der Absolut, der Skandal! Wollen wir den mit ins Team nehmen? Ich glaube, der mit Snakes, oder? Nee. Wollo ist super. Der ist ein relativ mächtiger Magier, tatsächlich. Aber der ist sowieso für Akt 3, egal was wir hier wählen. Aha! Aber ist Superstition alles? Diese Goblins sind von einem gewöhnlichen, schmerzlichen Anathema, oder? Den können wir erst auf Akt 3 mitnehmen. Ich, Popper, möchte, auf den Boden zu kommen. Ich bin nur bereit, um ihre Stimme zu gehen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich sollte nicht Doro im Lager, ja. Dann nehmt ihr ihr das Auge raus, und dann haut er ab. Warte, warum habt ihr vorhin den Dorn erwähnt? Mein Freund, jede Geschichte benötigt von einem Dragoon, bis wir wieder treffen. Nein, der ist kein Begleiter, der ist am Ende als Unterstützung im finalen Kampf dabei. Ah, okay. Aber der war bei einem bestimmten Camp dabei, bin ich mir sicher. Ja, er war kurzzeitig im Lager, wenn man ihn befreit. Wollen wir erst mal diese Sirenen unten am Wasser machen? Ja, ich muss erst mal hier irgendwo hoch. Du willst erst die Baden machen, alles klar. Erst die Baden. Dann komm mal mit. Die war, glaube ich, hier irgendwo rum. Ja, da oben war sie. Schade, dass ich keine Baden bin jetzt. Schade, dass ich keine Baden bin jetzt. Schade, ich kann nicht mehr sagen. Worte von mir werden verändern. Nein. Sie werden... Sie werden... streng und zuhören. Was singt ihr da für ein Lied? Was soll ich sagen? Das klang etwas unfertig. Was soll ich sagen? Das klang war, wie ein Katt, die sich verletzt hat. Gott sei Dank. Mhm. Nein. Ich bin momenten, von einer grisseligen Todes. In den Händen dieser blöden Lied. Ich kann nicht... Nichts passt. Sie wissen? Mal sehen, ob ich helfen kann. Wahrscheinlich nicht. Hm. Es kann nicht wehren. Ich habe wehren. Ich habe eine extra Lüte. Wenn du willst. Ich kann bestimmt nicht spielen. Ich beginne vom Anfang. Wir nehmen es langsam. Ich bin kennbarer Charakter. Ich bin kennbarer Charakter. Ich bin kennbarer Charakter. und werde wegfangen. Es wird schrecklich. Charisma. Ich habe Charisma Bonus. Plus 2. Äh. Oh Gott. Jetzt kann ich nicht hin. Kann ich neue Würfel? Ja, das war nicht. Nein. Doch. Oh doch, kannst du. Na komm. Ich geh mal rein. Ja. Sehr schön. Ach du Scheiß. Ich muss nochmal würfeln. Oder es wird schrecklich. Nee. Komm schon. Ja. Nice. Passt. Und dafür, dass ich keine Baden bin. Keine Sorge, weint euch ruhig aus, das war ein schönes Lied, ein paar Tränen wert, kein Problem, es braucht, manche seht euch mal diesen Hainan so lieblich, so hinartig, oh Gott. Dankeschön, das ist die erste Mal, dass ich seit Lihala gespielt habe, mein Lehrer, sie spielte ihr Lute. Wir hörten nicht, dass die Gnose kommen. Es gab so viel Blut, ich kann es trotzdem riechen. Sie hat mich für diesen klankeren Vers, und macht mich spielen, und meine Finger waren roh. Und das ist genau das, was ich tun werde. Schluss die wehrende Dawn, für sie. Bleib die Lute, bitte. Du hast es gewonnen. Ich habe einen langen Weg zu gehen. Aber danke. Ich... Ich habe das gemacht. Du hast den Song verpasst. Du hast den Song verpasst. Ich habe die Laute bekommen. Ja, wir können ja später nochmal mit dir reden. Ich habe den Song mitgespielt. Äh... Es ist noch kräftig. Aber ich bin immer wieder da. Äh... Ja, gut. Gut, dann machen wir jetzt den Stand unten bei den Harpieren, und dann... Ja... Gucken wir mal. Ich gehe hier noch mit den Eichhörnchen. Mit der und ab. Ich gehe schon mal. Hier gibt es noch eine Truhe. Äh... Wo? Hier oben. Und jetzt hing es da. Oh Gott! Die Truhe bleibt zu. Oh, wieso bleibt die Truhe zu? Oh. Sie bleibt nicht zu. Oh. Kappe der Heilung. Nice. Ich habe die Truhe zu nehmen. Sieht gut aus. Oder nicht? Zeig mal. Hier. Soll ich die mal tragen? Ich glaube, die könnte besser... Die könnte spaßig aussehen. Ne, ist meine. Äh... Was kannst du damit eigentlich machen? Healing Wordcast nehme ich an, oder? Ähm... Kappe der Heilung. Besänftigende Lieder. Wenn du einen Verbündeten mit spadischen Inspirationen inspirierst, erhält er außerdem 1 bis 6 Trefferpunkte. Zurück. Irrelevant. Schön. Es ist immer schwer. Aber meine Song kommt da. Ich höre Ihnen noch ein bisschen zu. Ich bin schon mal unten. Mach du mal. Hoffentlich sind sie nicht gut da. Kommst du allein da da unten? Ich hole... Na ja, ich nehme den lustigen Loot mit. Da hinten. Und für den Kampf würde ich gerne mitmachen. Äh... Das ist kein Kampf. Das hier ist wirklich nur... Sequenzzeug. Hier ist nur eine Kiste. Und... um sonstigen Spaß. Nice. Gut. Ich glaube ich bin wieder überladen, oder? Nein. Ich bin einfach nur langsam gegangen. Ich habe dir bald die ersten geklautzt. Äh... Ja. Oh schade, ich kenne keinen Taschendiebstahl. Gut. Dann machen wir die Harpen jetzt nochmal zu dritt. Das sollte noch gehen. Und dann sollten wir ein bisschen Longresten ab und zu mal. Damit irgendwann endlich mal wieder unser Wiederbelebungstyp auftaucht. Oh, ich kann ziemlich gut spielen. Ich spiele gerade mit ihr ein Musikstück. Äh... Ja, du bist jetzt Profession damit. Ich bin... Ich... Ich sag doch, ich werde ein besserer Baden-Karater als mein Baden. Ja. Wollen wir langsam gehen, dann? Oder... Das Lied ist ein sehr schönes. Der Baden-Song ist echt... Du musst den mal auf YouTube anhören, den... Den... Ich kenne den Baden-Song. Ich habe ihn selbst getriggert. Du hast nur die falschen, äh... Voice-Optionen genutzt. Ne, ich meine den Baden-Song. Ne, ich meine den Baden-Song. Das... Das... Das Baden... Der Baden-Tanzer, wie du das siehst. Also der... Den man als... Ja, ich weiß. Nicht der von Delfina hier. Ach so. Ja, den kenne ich auch. Aztarion ist in meinem privaten Spielstand nach wie vor ein Baden. Hä, was? Wie? Ja. Weil er ein relativ hohes Charisma hat und das zu seiner Persönlichkeit passt. Ich habe auch plus eins auf Charisma, also... Das könnte klappen. Die Dithyanki-Leute haben ein Wort für Männer, wie der Blatt von Frontier. Wenn du willst. Die Dithyanki-Leute haben sich nicht verstanden. Äh, warte, ich bin doch hier oben irgendwie. Wie komme ich da runter? Ach so. Bleib lieber oben, bleib lieber oben. Zu spät. Bin unten. Und DZ ist unten. Ja, wo bin ich? Keine Ahnung, wo ich bin. Ach, da bin ich. Ich bin im Stein. Ah. Und ich bin Gegner. Und DZ ist dein Gegner. Äh, ich bin aktuell nur verlockt. Das heißt, ich bin gerade... Ich bin auch... Ich bin auch... Ich bin gerade temporär auf deren Seite. Ich habe keine Kontrolle über mich. Ich bin auch auf deren Seite. Ja. Ich bin auch auf deren Seite. Ja. Das wird ein bisschen... Ja. So, ich gehe erstmal auf... Kannst du angreifen? Erstmal... Äh, ja. Ich gehe jetzt erstmal in den Kampf raus. Ich habe den guten Kampf raus. Ich habe den guten Kampf raus. Ich habe die Version von Baban genommen, die immer verschiedene magische Effekte auslöst, wenn sie wütend wird. Okay, ich kann angreifen. Sehr schön. Ja, du darfst angreifen. Ich habe hier oben einen... Ich kann hier nicht mal nachkaufen. Im Moment kann ich... Ähm... Wie es aussieht... Wie es aussieht... Ein... Wie es aussieht... Einmal pro... Okay, es ist so gut wie... Wie du... Oder sie... Sind das eher... Sie´s oder... Harpi´n? Es sind ausschließlich... Harpi´n sind ausschließlich weiblich. Aha. Oh, Lez ist wieder im Kampf dabei. Ich werde deine Kopf haben, Harpi. Fehlschnack. Fantastisch. Oh nein. Keiner Junge ist dran. Oh nein. Keiner Junge ist dran. Ah, er hat den Rettungshof geschafft. Gott sei Dank. Jetzt bist du dran. Töte die. Ich blende sie erstmal. Hoffentlich. Nein. Ich habe irgendwo hingeschossen. Nice. Okay, sie ist von selbst gestorben. Das nennt man Feuerschaden. Weil du eine brennende Klinge bei dir trägst. Fantastisch. Ja. Überhältig. Erstmal solltest du das jetzt schießen. Auf die andere. Genau. Das war noch nicht effektiv genug. Bin ich nah genug dran um dir... Ne. Zu weit weg. Dann kriegt Leze die Power. Boah. Was passiert jetzt? Neze haut ab. Sie verlockt sie in unsere Richtung. Der Junge hat seinen Rettungswurf geschafft gehabt. Oh nein. Du musst ja vielleicht liegen gegen Leze kämpfen. Nein, muss ich nicht. Das war ein Fehlschlag. Guten Abend, die Dame. Sie ist weg. Ich werde deine Kopf haben, Harpy. Leze ist wieder zurück. Ja klar. Dann kommt sie mal rüber zu dir. Ja. Ich habe jetzt die Dame beim Singen unterbrochen, weil der Junge jetzt nicht mehr so lange hatte. Der wäre demnächst ins Wasser gegangen. Zurückziehen. Jawoll. Gut. Gute Idee. Ich mache den hier eine. Oder auch nicht. Hier oben ist noch eine. Ja. Ich kann aber nur noch normal angreifen. Das war alles zurück. Das war alles zurück. Nein, bringt nichts. Dann machen wir weiter. Das ist meine Bonusaktion. Zu Ben. Kann ich jetzt nicht mehr drauf rein. Wir können jetzt wieder zurück. In der Move. Das darf sie gerne tun. Vielleicht kann ich... Nicht die Jungen schlagen. Das wird wahrscheinlich nix. Doch, das wird was. Sehr schön. Und ein Minuten. Ja. Und ich hab die Sequenz mit dem Jungen. Keine Treppen, bitte. Nein, das ist nix. Ah, wer von Moe ist, Leute. Find einen Mann namens Donnie. Sag ihm, du möchtest den Drakons-Lair sehen. Eine kleine Jump'n'Run-Passage entlang. Komm einfach zu mir rüber. Unterwegs. Kann ich mich selbst ein bisschen heilen? Das kannst du nicht. Ah, sehr schön. Willst du eine Harpje mitnehmen? Nein. Ja, aufheben. Ah, ich kann sie aufheben. Die wiegen nicht so viel, haben hohle Knochen. Ah, ich kann sie nicht verschieben. Ich kann sie dir nicht ins Inventar stecken. Ich kann sie bei uns im Lager ausstellen. Der Ring der sprühenden Farben haben wir hier. Aha. Wo bist du? Bei einem Harpje-Nest. Wo geht's zum Harpje-Nest? Durchs Wasser durch, oder? Ich hab schon gelootet. Ich hab schon gelootet. Und was tolles für mich, oder? Willst du einen Ring der sprühenden Farben haben? Was bringt der? Du kannst sprühende Farben als Zauberwerken. Und damit Gegner blenden. Das macht Sinn. Gib her. Alles klar, ich schieb's dir rüber. Äh, darf ich hier? Ist schon alles gelootet. Ich muss trotzdem mal gucken gehen. Ich war nie hier. Brauchen wir eine Rast? Geht das Nest aufheben? Nein, schade. Habe ich auch versucht. Nein, eine Rast brauchen wir nicht direkt. Na doch, wegen der Zauber vielleicht. Ich hab glaube ich noch keinen richtigen Zauber. Du hast einiges Niederstrecken ist auch dein Main-Ding. Du hast einiges Niederstrecken ist auch dein Main-Ding. Ich geh mal... Ich starte mal eine lange Rast. Um immer noch das Zeug zu haben. Wir haben noch mehr als genug Zeug. Nein. Nein! Gesprächsbedarf. Ach komm. Wir müssen mit Will reden. Ich brauche eine kurze Worte. Ein Zauber. Es ist bevor die Elipids unbeschädelte Zauberlinie. In der Orden... Wir können alle von Astario und Ascherofen konjektieren. Weißt du, aber warum... Ich hab die Gefahr nicht gefahren. Und das ist der Typ da. Der Lazarus. Nein... Hä ... Was aber was? Ach hinten. Schattenherz. Die wolltest du doch. Und das ist mich. Derjenige den ich wollte... Den ich wollte, der liegt hier aktuell in dem Fettfeuer. Ja... Ich fühle... Ich fühle mich... Ich... Ich habe mich gefeuert. Es hat mich gefeuert. Es ist nichts, ich schwöre. Der alte Spanner steht hier. Guck zu, hier unterhalten sich zwei Damen. Das ist, sag mal Will, das ist... Ich würde gerne was, ich würde gerne was wissen, ob ich den in die Sequenz rennen kann. Ich liebe Shah, die Frau der Nacht. Jetzt, dass du die Wahrheit hast, bitte, nicht einen großen Fuss darüber machen. Die Götter der Geheimdienste. Was ist hier los? Ich bin jetzt nicht mal in der Party. Warum gibt jetzt hier jeder sein Senf dazu? Das ist halt ein intimes Gespräch zwischen mir und... Ich war nervt zu hören. Jetzt kommt jeder zu. Saba. Ich entscheide selbst, ob ich einen Geschrei mache oder nicht. Es fällt mir schwer, jemandem zu vertrauen, der Geheimnis vor mir hat. Ich hätte es ihm ja sagen sollen, wie lange wollte ich noch ein Geheimnis daraus machen. Ich wollte keine... Ich wollte keine geheime Sachen mit seiner Shah-Jüngeren machen. Es ist mir egal, was hier anbietet, wir haben große Probleme. Immer wieder, idealerweise. Und du wirst zu viel über was ich kann und kann nicht sagen. Secreität ist alles für Shah's Kinder. Es ist unser Kode, unser Kred, unser Schild. Ich bin nicht entschuldig, dass ich es von dir gehalten habe. Nicht nur ein bisschen. Doch vielleicht könnte es sich ändern, wenn du eine ökene Minder zeigen kannst. Danke dir, dass ihr es wenigstens gesagt habt. Mal sehen, wie ernsthaft ich bin, erzählt mir mehr. Ne, das sollten wir jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Wir können später darüber reden. Nicht bedanken. Ich brauche Frau Shah's Geheimnisse, nur indem ich so mache. Aber manchmal musst du praktisch sein. Nein. Das sind wir ja Terropräisch für die ganze Zeit. Ja, sind wir. Ich habe übrigens meine Lagerkleidung gelb und grün und gold gekauft. Die Kleidung. Mein Gott ist ja immer noch nicht da. Oh, das ist nervig. Nein. Schau mal, was Astarion gerade treibt. Das kann ich gar nicht. Das ist nicht in meinem Team. Nein, ich kann dir sagen. Er liegt ganz bequem. Ja. Oh, schon jetzt hat Gesprächsbedarf. Dann rede mit ihr. Ich springe in der Zeit ein bisschen von Säule zu Säule. Es gibt eine sehr, sehr schöne Rüstung für eine... für eine Dienerin. Das ist noch ein Dunkelheitsblut. Und manchmal schafft es eine riesige Schmerz, die mich durchreißen. Es ist aber auch mein Müll von Frau Shah. Ich kann sie irgendwie fühlen. Ich glaube nicht. Aber du bist sehr süß, zu fragen. Vielleicht... Sei nur patient. Die nächste Zeit, wenn du mich wohnst, oder kreierst. Es wird schnell passen. Es wird schnell passen. Es wird immer passiert. Es wird immer passiert. Es wird immer passiert. Es wird immer passiert. Schmerz hat sich gerade vor der Lange gerastet. Dass sie Schmerzen hatte. Und nicht darüber reden will. Aber alle im Lange haben sich über sich versammelt. Und haben ihr dabei zugeguckt. Ja. Es sind wie Notgeile Leute. Einfach alle haben zugeguckt. Ja. Vor allem hat er nicht mal irgendwas dazu gesagt. Er hat einfach nur zugesehen. Ich kann es nicht sagen. Nicht mit dem, was ich mich erinnern kann. Aber sogar dann... Es wäre nicht für mich, zu fragen. Ich denke, ich gehe schon mal zu den Kindern. Sie macht das. Sie spricht noch ein bisschen mit. Schmerz. Schmerz. Ich denke, es ist nicht so schlimm. Es soll mich leden. Es soll mich leden. Aber vielleicht ist es kein von ihnen. Vielleicht ist es komplett random. Ich hoffe, dass es mehr zu sein ist. Es ist etwas, was Frau Shah mir erklärt. Wenn die Zeit richtig ist. Bis dahin. Alles, was ich tun kann, ist zufrieden. Es ist keine Geschichte. Niemand, was du zuhörst. Nur vergessen, dass du es nie gesehen hast. Ich rede noch ein bisschen mit dem Schattenherz. Aber trotzdem. Ich rede mit dem schweigenden Kind. Ich habe kein Problem mit Schadenhänge rund. Falls ihr euch das besucht. Ihr solltet mir vertrauen und wir hinsitzen wie am selben Boot. Wow. Das war eine knappe Sache. Na, mit Boni dich. Vielleicht gibt es dir ein Potenzial. Mal sehen, wie ihr das handelt. Ich bin tatsächlich ein Geschenk von Shah. Frau der Nacht und Frau der Lose. Ich glaube, dass ihr von ihr gehört habt. Meine Frau Shah ist der Nachtsinger. Der Patron der Dunkelheit und Lose. Die meisten Angst haben die dunkle. Wie Kinder. Weil sie in der Dunkelheit sehen, dass sie ihre Angst reflektiert sind. Aber Shah uns und die Dunkelheit überstehen. Überstehung. Überstehung. In der Dunkelheit, wir nicht schlagen. Wir schlagen. Schmerz. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Die Hoffnung der besseren Tage. All diese sind schwerer Kloge, die unsere Beine und unsere Herzen schlagen. Wir schlagen diese Kloge. In glorischer Nacktheitsgericht großartig. Wir schlagen die Lüge, die die Welt überrascht. Die Institutionen, die sie vertrauen. Die so genannten Gäste, die sie schlagen. Die Leben, die sie zu klingen. Wir zerstören falsche Ideen. Sie schlagen die korrupte Organisationen. Sie kämpfen die Heretiken, woher sie gefunden werden. Es gibt oft Schmerzen. Definitiv. Viele Menschen brechen, bevor sie die Wahrheit erheben. Der Hut und die pinken Sachen tot. Ja, sieht solid aus. Du bist wiser als die meisten. Viele Menschen balken unsere Doktrin. Das ist die Grund, warum wir lieben die Segretung. Sie haben eine Verkaufnahme zu sagen. Sie haben eine Verkaufnahme zu sagen. Sie sind sehr glücklich, oder mit Kindred Spirits. Vielleicht beide, selbst zu wissen. Aber ja. Once wir uns zu retten, können wir mehr darüber sprechen. Ah ja. Du wirst bereits wissen, meine größten Geheimnisse. Was mehr kannst du fragen? Sie hat mich in, wenn niemand anderes würde. Without ihr, würde ich nicht leben. Sie ist meine Mutter. Sie nutzt mich. Sie tut mich. Sie tut mich. Sie tut mich. Sie tut mir leid. Sie hat mich nicht geglaubt, dass die Lüge in der Welt ist. Ja, du. Ich krieg die noch. Also, bei der nächsten langen Rast. Schlafen wir miteinander. Ja, wenn wir Glück haben, ist bei der nächsten langen Rast, dass Tarion auch wieder da. Ne, glaub ich nicht. Oder, ich auch nicht. Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht und Lateros kommt überhaupt nicht. Ja. Das kann sein. Ich habe doch so eine Brille unten im Verstehen. Und nicht ein unbezahntes. Kindred Spirits sind wenig und weit zwischen für mich. Besonders, du hast mein Leben über den Nautiloid gebraucht. Wie kann ich alles tun, aber deine Prahlen singen? Okay, sie mag mich schon. Das ist großartig. Okay, Lager verlassen. Weiter geht's. Ich baue mir eine Freundschaft mit dir auf. Ich bin schon irgendwo bei den Kindern unten im Lager. Ist das nicht ein bisschen schräg als Tiefling zu sein? Erwachsener. Erstens, es gibt in dem Lager nicht so sonderlich viel. Zweitens, ja doch, ein bisschen. Erstens, ich fliege Erwachsener-Barbar. Wenn ich einen klassischen Barbaren spielen würde, dann nicht. Denn der Intelligenz, du war gerade ein bisschen unter dem von den Kindern, von daher. Dann wollen sie sich bestens anfreunden. Dann komme ich hier eigentlich wieder aus. Okay, dann. Jetzt darfst du die Leiter auch nach unten klettern. Bei den... Hast du vorhin... Ich will da gar nicht hin, dort bei den... Bei den Kindern ist es nicht so besonders spannend. Da war ich außerdem. Da war ich außerdem bei meinem Mann. Das ist das einzige, was ich gemacht habe, das mit den Kindern... So ziemlich. Ja gut, dann. Ich habe halt den... Wir haben halt diesmal den einen gerettet. Mit Zarki hast du ein Gespräch begonnen. Soll ich hier schon mal zu Dingens gehen? Zur... Zur Chefin? Dann... Na, wo du ist abgehauen. Ping-System. Kannst bei Objekten, Morten, Kreaturen, Pings platzieren. Ah, ja. Okay. Molly, soll ich schon mal zu... ...zure Chefin im Heim gehen, oder? Soll ich das ja noch lassen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich komm dann gleich mit. In Umbram Kretus, sanguine Euratus. ...zure Chefin im Heim. Hier ist Elflam. Ah, die kenne ich doch von Kong. Ist das nicht eine Moderatorin bei Kong? Bestimmt. Sprich. Die Bär weiß. Sie braucht es wissen. Du, nicht. Sie braucht es nicht. Charisma Wurf. Ich habe jetzt auf einmal schon plus 2 Charisma. Ich habe eine 24 gewürfelt. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was du glaubst. Es ist nicht du, ich schaue. Es ist meine Bräderin. Mor follow Korga jeden Tag. Sie sind Angst, und sie offert eine einfache Lösung. Ejecte die Halbelfen. Und wir werden sicher sein. Ein Drüid und ein Outsider. Wir können nichts tun, ohne die anderen gegen uns zu drehen. Nur Master Halsin kann das stoppen. Ich versuche, dass meine Bräder zurückkehren muss und so. Ich fahre für meine Leute. Er hat sich mit den Erwanderern. Sie sind noch nicht da. Ich habe etwas gesagt, das zu erwarten. Ach so. Der Predigt gerade mit mir war das. Sie hat mir gerade gesagt, wo ich die Chefin finde. Ich glaube, das hier war es. Ich gehe da jetzt mal rein. Wo steckst du gerade fest? Oh, bei mir beginnt jetzt gerade das mit der Schlange und so. Oh, ja, das will ich gerne sehen. Dann komm her. Soll ich die selben machen, wie ich sie... Mach das, was dir moralisch richtig erscheint. Soll ich das Kind töten, oder soll ich das... Nicht töten. Was würdest du denn sagen? Also bei meinem, bei meinem Spiel... Wann habe ich die gegriffen? Aber das ist dein... Du machst das gerade so. Aber du bist gerade drin. Nein, das ist... Das ist deine Sequenz. Okay. Versuch sie am besten zu retten. Gib mir ein Gift. Was hat das Mädchen wirklich verbrochen? Ja. Du meinst Parasite. Sie hat unsere Essen. Ich habe sie gerettet. Sie trinkt unsere Wasser. Dann stehlt unsere größte Eidle. Rath, lock sie ab. Sie bleibt hier, bis der Recht ist komplett. Und bleib still, Däver. Ich weiß. Tila ist restlos. Ich glaube, du Gott da mitnehmen. Ein Krieger... Ein Karger würde ich gerne töten. Wenn es geht. Irgendwann. Da bin ich dabei. Paladin überzeugt. Ich erkenne mich aus mit der Gerechtigkeit. Bringt euren Helfern und ich lasse sie hier behalten. Ich lasse sie frei, so wie das sie keinen Ärger macht. Ich mache das Paladin. Hat es geklappt. Glaub ich. Interessant. Das Spiel belohnt, wenn man mit seiner auch oder mitspielt. Sehr gut. Ich werde zu Ihren Regeln beurteilen. Meine Zirkel haben Glück zu diesen Außerirdern gefordert. Wir haben ihnen Schutz von Sturm gefordert. Wir haben ihre Hände gefordert. Wir haben sie jetzt schon töten oder wollen wir das später machen? Und der Spawn schloss die eine Relikt, die wir uns sicher halten könnte. Wir haben ihn zurückgebracht. Aber ich werde den Fiend gefordert, bis unser Schutzrecht ist komplett. Ich... Ich war schmerzt. Sie sagten, als das Recht war, dass wir gehen müssen. Aber es gibt Koblenz da und Schmerzen. Und es ist schön hier. Also ich... Ich habe den Eidol genommen. Ich dachte vielleicht dann, dass wir bleiben können. Bitte lass mich gehen. Ich werde gut sein. Ich versuche. Well Paladin. Was sagst du? Ich bedauere nicht, aber vorübergehend sperrt sie nicht länger als nötig ein. Muss ich nicht wegen meinem... Wegen meiner... Hast du nicht gesagt, dass ich dann zum Eidbrecher werde? Weiß ich nicht. Du darfst entscheiden. Ich glaube, dass das Mädchen zu seiner Familie zurück... Ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, du darfst entscheiden. Das ist ja deine Sequenz. Danke. Danke, danke, danke. Das ist dein Kind. jetzt umbringen und das haben wir später mit der kämpfen ich will jetzt eigentlich nicht ohne volle besetzung mit den druiden anlegen dann machen wir es später ich will sie unmengend töten hinten ist noch eine heilerin damit wollen wir mit der reden und dass du dir die kann ich glaube ich ein auge rausnehmen die hat diesen dornenstab den sie dir soll ich diesmal das machen soll ich diesmal macht das dann mach ich die lass dir von ihrem auge raushauen vielleicht ich sehe dich nur ein moment oder töten wahrscheinlich war das eher es sind viele körperchen. da ist es zu ihr, Leben oder die Todeszeit. Jetzt. Was war es das du brauchst? Die Teufelsröntchen stehen hier perfekt. Es gibt keine bessere Magik. Geh eine Nippe Whisky vor dem Bett, wenn du brauchst. Komm zurück zu mir, wenn das nicht klappt. Komm her, lass uns mal einen Schiff schauen. In ein bisschen wie ein Böge? Oder... warte, sah es wie ein Tadpole? Aber aus deinem schlimmsten Nahrung? Schnell, lass dich von ihr heilen. Sie ist die Lösung für alles. Ganz bestimmt. Ach ja, zu der Zeit denkt man ja noch, dass sie da vor uns umbringen kann. Okay, sie antwortet nicht. Ah. Das Stäbchen. Das ist die Reihung, oder? Ich weiß, wie wir die Schaden des Zeug machte. Ich glaube, du hast mich anstatt von ihm. Er versteht diese Dinge. Sie hat sie studiert. Zudem. Du musst nicht hier sein. Okay. Mal sehen, was wir tun können. Das ist die erste Sache. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Unangenehm. Tja, das war wohl nichts. Ich bin. Das war's auch mal. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Aber ich kann nicht gehen. Ich bin. Wenn du hierher transformierst, dann töntest du jeder in der Grange. Jeder für Leer. Was sollte die 20 Mindflayern sagen, die noch auf dem Schiff sind und teilweise noch leben? Beim Imperator? Oh Gott, das ist unangenehm. Ich bin der schlechteste Barbar aller Zeiten. Du kannst erneut werfen. Aller guten Dinge sind zwei. Hm? Du... Du hast recht. Ich bin nicht mit den anderen sterben. Der letzte Person sagte, der Drozd-Hadpole dormant war. Vielleicht ist es auch dein. Hast du das damals nicht gemacht oder was? Das war ein violer Webern-Poison. Das war mir. Nein, ich war nicht zugegeben. Du wirst es, wenn du irgendwelche Symptome fühlst. Das war mir. Das war mir. Ich hoffe, es kommt mit ihm her. Aber danke dir. Hier. Ich habe es nicht mit dem Schiff. Das war mir. Das war mir. Du weißt, ich habe mein Leben gescheitert und niemals eine Mindflayer-Infektion gesehen. Dann plötzlich gibt es viele von euch. Vielleicht mehr. Herr Halston und ich haben auch noch ein bisschen Gift bei mir. Stimmt, versuchen zu herausfinden, was in der Hölle passiert ist. Weil ihr alle verändert. Es sollte ein kleiner Armee von Mindflayer da sein. Aber du bist nicht. Du siehst perfekt normal. Du kannst nicht kümmern, was du nicht verstehst. Und so viel wie ich weiß über Mindflayer. Ich kann nicht die Hände oder die Hände machen. Das ist sicher einer ihrer Worms. Das ist sicher. Aber das bringt dich auf deinem Leben. Telepathische Verbindungen. Und wir befreien dich erst einmal. Aber wir können auch wirklich mal einen netten Run versuchen. Es ist schwer zu sagen. Aber es ist viel zu sagen. Luzer. Du bist einer von ihnen. Technisch sprach. Ich meine. Gerade der rote, der rote Erfolg für uns. Der war zu scheiße. Wenn du in der leere Knolle ran kannst und dann haust du ihn runter zu den Spinnen. Habe ich nicht geschafft. Wie ist das so? Es könnte auch ein Suizid sein. Verrückt mir. Du willst nicht einer dieser Monster werden. Aber natürlich. Die Wahl ist dein. Ich hoffe, dass du da eine Kür gefunden hast. Wenn du die Flamse hast. Wenn du dich fertig bist. Bist du das? Sonst werden wir die Flamse nicht damit verhindern. Wollen wir die Flamse nicht damit umbringen? Wollen wir sie umbringen? Willst du das? Nein. Dann müssen wir uns noch gegen... Jetzt hier noch keine umbringen. Das bringt was schlechtes. Nicht für kommunale Utilie, scheint es zu sehen. Wir könnten aber versuchen hier reinzusehen. Oder ein bisschen mehr verdammt. Da kommst du später rein. Wenn du Heisen gerettet hast, kommst du hier als Dank, wirst du hier reingebracht. Ich weiß, wir könnten ja aber auch versuchen, das Zeug zu klauen. Ich bin recht gut in Geschicklichkeit. Nee, denn du wirst dich nicht mit Kaga und Co anlegen. Äh, passiert bei ihr nicht. Sie ist so unbeliebt, sie wird nicht mal gerettet, wenn man sie angreifen würde. Okay, wenn du meinst. Fang du an, wenn du meinst. Fettfläche hat sich in Explosionen verwandelt. Die ganze Zeit. Sie hat tatsächlich nichts nützliches dabei. Willst du sie angreifen, oder? Nee, sie hat nichts nützliches. Ich kann die Tür gerade schließen, dann fällt es keinem auf. Wenn du sie angreifen willst, du wirst. Meister, wollen wir? Ich habe nur 16 HP, das kriegen wir hin. Ach, weißt du was? Fack it, ja. Ich gehe direkt mit dem Reckless Attack rein. Warte. Ich war schon Half-Life jetzt. So, Wildman. Wie ist sie gestorben? Ich habe die anderen Kämpfe nicht gegen uns. Nee. Sie hatten ein bisschen was an Zeug an sie, weiß ich. Ah, Schlüssel der Uralten. Da ist das Ding. Schlüssel der Uralten. Was bringt das? Das kann jetzt das Ding öffnen, glaube ich. Ein Ring der sprühenden Farben. Ach, das hast du mir schon gegeben. Magie des Gewebes. Eine Einführung. Aha. Wollte ich mal lesen. Wollte ich mal lesen. Ach, die Handschuhe wollte ich mal anlegen. Geschossfang. Ich habe einen Schlüssel. Ein gravierter Schlüssel. Schlüssel der Uralten. Das ist aber ein... Was tut der? Das ist ein Kopfschmuck. Und was macht's? Die Äste dieses Reifs sind schon halb versteinert, denn er wird seit Generationen von Druide zu Druide weitergegeben. Gefertigt wurde er zur Zeit der Gründung des Heils. Er ist daher für immer untrennbar mit dem Land verbunden. Seine winzige Rubine mit den Gesteinen der Reif befähigt sie. Ne, da brauchst du irgendwelche Runen hier für den. Da brauchst du... Die den irgendwo kickst du. Ich weiß nicht, ich such sie gerade. Eine Runen, die du dich einlegen kannst, dann kommst du da runter. Du willst sie mitnehmen und uns Lager packen? Ich habe sie schon im Inventar. Ich habe auch noch die Hab hier im Inventar. Also wenn wir uns der dargegeben, muss man mal dran denken. Find mal die Rune hier. Irgendwo ist hier noch eine Rune. Hast du die gefunden? Ja. Ne, aber ich schmeiße sie jetzt schon mal ins Lager. Oh, hier kannst du deine Kräfte bearbeiten. Ich weiß nicht. Der Max, der Spiegel ist da. Ich weiß. Lazarus ist immer noch nicht da, oder? Nö. Ich packe mal, ich mache mal die Reisetruhe zu meiner Leichentruhe. Aha. Ich habe die mal irgendwo hingelegt. Mitten auf dem Weg. Ja, die verschwinden halt leider. Also Wodo ist nie verschwunden. Liegt bei mir immer noch im Restos. Kann sein, dass es dann immer nur in dem einen spezifischen Lager liegt. Das kann sein. Und jemand noch Redebedarf? Das kann sein. 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 Wir wissen, was zu tun. Also, wir machen es. Wir finden einen Weg, um uns selbst von diesen Dingen zu entfernen. Ich persönlich denke, ich bin nicht zu hoffen, dass ein Ghis-Krash unsere Heilung prüfen wird. Aber es ist wertvoll, dass es sich in den Sinn zu halten. Oh nein. Da gibt es nichts spannendes. So was nun? Und was der weitere Plan. Hast du die Rune gefunden? Ja, gerade. Ich gucke gerade, wo sie sein müsste. Das Schlüssel, du behalten das nicht. Nee, da war unten. Das war eine Steinplatte. Und soweit ich weiß, hat sie uns das gegeben. Aber sie ist so jetzt... Sie ist nur komplett irrelevant. Wir müssen zu einem Typ namens Rad. Okay. Und dem das Ding aus der Tasche klauen. Und so findet er sich... Das würde ich vielleicht mal versuchen. Wenn ich weiß, wer es ist. Einer von dem... Okay, gerade ist der hier. Der Typ bei dem Wolf. Ja, mit dem Wolf. Gut. Dann sneak ich mal hin. Ich denke den Wolf ab. Oh Gott. Ich habe es verkackt. Ich habe es nicht mehr. Hast du was geschafft, oder? So. So, habe ich das Ding jetzt? Nein. Nur Gold verloren. Schön. Ich versuche es nochmal. Okay, der Wolf ist gegen uns. Hast du es geschafft? Ups. Na toll. So viel dazu. Dann tut mir Kage also jetzt schon. Willst du neu laden? Du hast nicht gespeichert. Wann hast du das letzte Mal gespeichert? Ich kann nicht gespeichern. Das ist dein Spiel. Ich habe gar nicht gespeichert. Ähm. Okay. Ähm. Was ist passiert? Was? Ich muss nur noch gegen Kaga kämpfen. Da habe ich kein Problem mit. Die ist ein furchtbarer Mensch. Und Loic. Müssen wir auch hier bekämpfen. Na komm. Die anderen sind aber irgendwie tot oder so. Die anderen sind gerade gestorben. Die anderen sind weg. Die Tür bewegt sich auch hier auf und zu. Die haben irgendwie der Sound. Das ist irgendwie da. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir akzeptieren, was passiert ist. Im Zweifel sind wir jetzt Teil der Goblins. Der ist vielleicht nur der einzige Weg raus, ist die. Alter, das Geräuschchle nervt. Ich weiß nicht. Und ich habe meine Waffe verloren. Ja, ja, ja. Die hat ... die ist auf dem Boden gelandet. Du wurdest ... ... gemandet. Okay. Mach du mal. Ja, mit der habe ich kein Problem. Wo ist jetzt die Leuk hin? Warum ist der tot? Das ist dein Ende. Du bist nicht. Das ist merkwürdig. Das ist äußerst merkwürdig. Machst du mal komplett fertig, ne? Vielleicht mal die Finger aufheben. Einmal looten, bitte. Ja? Auf jeden Fall ist das Schwärmweg. Das ist glaube ich nicht so gut. Ich weiß nicht, was da ist. Können wir mal hier rausgehen, das Geräusch nervt. Ist glaube ich nur bei mir, aber... Das nervt dir wieder. Tu dir mal einen Gefallen, lad einfach den letzten Spielstand, den du hast. Wollen wir nicht mit ihr neue... Die ist tot, ich meine. Ist das nicht gut? Ich glaube, da ist irgendwas schief gelaufen. Da ist irgendwas sehr, sehr übel verpackt. Am Lagerplatz ist der letzte. Dann gehen wir zum Lagerplatz. 22.18 Uhr. Oha, das ist... Uh, das ist ein bisschen her. Das ist ein bisschen doll her. Es ist aber besser als... Verpackten Spielstand. Wollen wir wirklich? Das ist glaube ich... Das müsste noch... Das müsste noch vorm Camp sein, oder nicht? Wann ist das? Ja komm, mach einfach. Mach einfach. Ich habe keine Lust, dass jetzt alles hier verpackt ist. Ich kann mir das noch vielleicht viel wieder aufholen. Ja. Du kannst ja auch Spaß da mal gucken, was für Antworten tatsächlich bei dir zu einem Eisbruch geführt hätten. Wo soll ich das nachgucken? Wir müssen die Sequenz sowieso nochmal neu machen und es durchskippen. Glaube ich zumindest. Wobei ich nicht weiß, wie weit das her ist. Werden wir gleich sehen. Bei mir hängt es gerade. Bei mir auch. Haben wir das Spiel kaputt gemacht. Tja. Ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ach, das habe ich schon öfters gemacht. Neustadt wird's leben, wird's regeln. Zur Not. Dann start vielleicht mal neu. Wobei, wie lange wollen wir eigentlich noch machen? Allerhöchstens bis Mitternacht. Es sei denn, wir haben jetzt eh das verbracht. Dann machen wir auch Schluss für heute. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal rein, wir versuchen mal reinzuladen und dann. Warte mal kurz, vielleicht geht das auch wieder. Ah, ich bin wieder am Titelwirtschirm. Was ist los hier? Immerhin. Oder auch nicht. Ich starte einfach noch mal rein. Ich starte einfach noch mal rein. Ah, Blacksween. Da ist es strange. Ich habe mir die infizierte Tendenbildschirm angezeigt. Ich halte mal an, hier. Ich könnte es dir als Spiegel heraufstellen. Ähm. Ich krieg's grad nicht angehalten. Ähm. Und ich hör dich nicht. Ich kack's grad alles ab. Oh, ich hab mein Chief mit dem Zeig im Nacken. Was hat's gebracht, dass wir den besiegt haben? Es geht grad alles sterben bei mir. Es geht grad alles sterben bei mir. Besteht ihn? Ist Discord noch da? Modi? Kannst du mich hören? Wichtig grad nicht. Na, ich hör dich wieder. Bist du grad komplett raus gewesen? Bei mir ist grad alles komplett eingebrochen. Das erklärt vielleicht auch, warum der Spielstand plötzlich kaputt war, weil bei dir grad alles kaputt gegangen ist. Warte kurz. Klaus-Status wird hochgeladen. Dann versuch's nochmal neu zu starten. Mhm. Das braucht ein bisschen. Schön, Kunde. Wann wollen wir eigentlich wieder Craftopia spielen? Also wann denkst du, das geht wieder? Nach dem nächsten Patch. Also spätestens ein Monat. Spätestens ein Monat, meinst du? Wird das monatlich gepatcht? Die haben monatliche Patches, ja. Und dann meinst du dein nächstes Patch bringen, bringt das? Sie fokussieren sich zumindest aktuell überwiegend auf dem Multiplayer. Na dann. Na dann. Versuch nochmal einen Neustart. Dann schau, ob's klappt's. Ähnlich wär's jetzt auch nicht so weit, wir sind weit gekommen. Für eine Session? Super bald. Naja. Naja, ist die Frage, wie weit. Jetzt der Spielstand, ja auch auf dem, 22 zu 80, da waren wir auch schon sehr weit. Ist die Frage, wie weit, ob das jetzt noch vor dem, war das schon nach dem, war das nach dem Harpienkampf oder? Das ist fast ne Stunde her. Das ist fast ne Stunde her. Das ist fast ne Stunde her. Na gut, wir müssen ja jetzt nicht zu den Kindern rennen, das heißt wir können ja direkt hier. Wann haben wir den letzten Rast gemacht? Das haben wir. Das speichert, glaub ich, immer nach deinem letzten Rast. Ja, du solltest echt mal mehr F5 drücken. Ja, speichern ist das große Ding hier. Ach komm. So, jetzt bin ich zumindest wieder hier. Titel wird schon mit Kummer. Wir müssen jetzt noch weiter. So, mehr Spielnummer. Eigentlich sollte ich doch weiter. Spiel laden. Ah, jetzt könnte ich auch hier bei Genor oder ich darf weitermachen. Interessant. Da bin ich übrigens jetzt mit der Zulinder unterstatten. Zwei Charaktere. Das heißt ich könnte auch in einen zweiten Rast zu machen. Senior Player nochmal neu starten oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht das Safe ist hier ein Lagerplatz. Ich versuche es mal zu laden. Versuch mal zu joinen. Da müsste ich dich dann nochmal neu einladen. Du musst mich nochmal neu einladen. A seconden. Wenn wir in dem Tempo weitermachen sind wir noch 2-3 Streams noch in Abte 2. Ich hab auch das komplette Ding mit den Drachen und die Fianky und so weiter und die Berge hab ich alles geskippt. Ja, ich weiß. Äh was, Avatar entlassen? Ne, will ich nicht. Aber du bist jetzt noch dran. Kannst du mich wieder einladen? Ne, gerade kann ich das nicht. Weil du bist anwesend. Aus irgendeinem Grund. Dann entlass mal und versuch irgendwie Multiplayer zu starten. Wie soll ich das machen? Kann ich dir nichts sagen. Ich kann, ich kann dich wirklich nicht einladen. Die Funktion muss da... ist nicht da. Schick mir doch einfach... Ja, wenn es ginge. Ich kann dich steuern. Ja, du kannst dich steuern. Ja, du kannst dich steuern. Normalerweise war hier unten so ein Ding, wo ich dich ändern hätte können. Aber es ist jetzt auch gerade nicht. Ich hab keinen Plan mehr. Geh mal auf Escape. Ah, hier. Mordi. Mehr Spieler? Ich hab dich gerade schon eingeladen. Wir müssten eine Einladung ins Link gekriegt haben. Dann guck ich mal auf Spaß. Ich lade die irgendwo rein. Ich hab dich schon mal wieder. Ein früher vorher schon ein familiärer Alli. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht alle da. Ich kann dich in Slara schicken. Ich werde wahrscheinlich die Rolle von irgendeinem Mietling haben aktuell. Bist du drin? Ich lade noch. Ich höre auf jeden Fall schon Dinge. Ja. Ja, ich bin drin. Ah, du spielst deinen Körper. Sind wir... Okay, sind wir... Wo sind wir eigentlich? Ist die gute Frage. Ich verlasse das Lager und ich finde es raus. Ich rede um Schattenherz. Ich rede um Schattenherz. Lass mich sagen. Die Wunsch, die wir haben... Es wird nie ziemlich heilt. Ich kann mich ja da ganz gut durch. Nicht mit dem, was ich nicht kenne. Ah, toll. Ich skippe mich kurz durch die ganze Sache durch. Ich hoffe, dass es mehr zu sein ist, als das. Ich... Schmerz ist heilig zu den Followern von Lady Shah. Ich rede noch mal mit Schattenherz. Und dann die Friede ihrer internen Schmerz. Ja. Du hast ja sowieso nicht versehentlich deinen Eich gebraucht. Von daher... Dann mach du das jetzt noch mal. Ja. Wollte ich... Ich wollte dich ja irgendwie dazu überreden, das versehentlich zu machen, aber... nicht mit den Liedern, die die Salonisten erzählen. Was? Na gut. Ich mag Nachtorchide und kann nicht schwimmen. Ist das das, was du erwähnt hast? Okay, ich hab hier andere Dialoge wie letztes Mal. Okay, ich hab hier andere Dialoge wie letztes Mal. Zeig nur Nachtorchide, an denen wir vielleicht vorbeikommen. Es ist nichts, was zu lachen. Schau deine Fragen, wenn das ist, wie du reagierst. Nein. Ich kann nicht. Ich meine... Ich hab jetzt verscherzt mit mir. Schaar-Sekreter müssen gesperrt werden. Ich habe gesperrt... Wenn ich zurück nach Borders Gate und Schaar-Missionen zurückgebe, dann werden meine Erinnerungen gegründet. Ich kann tatsächlich nichts zwischen sprechen. Ich bin nicht zu hoher, dass eine Gith-Cresche unsere Schäuze prüfen wird. Aber du bist nicht der typische Firma, die ich will, aber in allen Dingen beantwortet, du kannst. Und ich habe nicht vergessen, dass du mein Leben auf dem Nautiloid saved hast. Vielleicht kann ich den Favoren zurückkommen. Wir gehen unsere separatee Weg, natürlich. Was noch? Die Tide, wenn du musst, und bevor du dich fragen, nein. Ich sage dir nicht, was ich... Du hast zu viel Angst. Ein weiterer und du bist... Bist du schon bei Kargamanaga? Machst du die Sachen schon alle? Ja. Ich komme mal zu dir. Ich habe übrigens die Rune geklaut. Hast du diesmal geschafft, ohne das Spiel zu verwachen? Jupp. Weil du nicht anwesend warst wahrscheinlich. Ja, das war mein schlechtes Karma. Du bist nicht zu viel, ich bin zu viel. Du bist kein Sklauch. Nein, es beginnt tatsächlich gerade wieder an. Plötzlich. Ach du scheiße. Dann lass uns einfach so. Ich bin nicht zu viel. Der Anruf hat uns gebrochen. Ich sollte es wissen. Oh nein! Wir sind wieder im Kampf, wieder nur sie da. Ich stehe im Eingang. Die Druinen hauen ab. Die machen das Ritual. Okay, wollen wir neu laden, machen wir nicht nochmal, oder? Doch, lad einfach neu, es hat 5 Minuten gedauert jetzt. Dann, dann versuch's nicht nochmal, dann mach, du verkackst nicht nochmal die Scheiße. Nee, ich mach's auch nicht nochmal. Dann drittes Mal lad ich nicht nochmal neu. Das ist die Frage, ob's jetzt wieder geklappt. Wenn's jetzt nicht noch verpackt ist. Nee, es lädt. Alter, wehe, du versuchst nochmal die Sache zu klauen. Finger weg von der Rune. Nee. Die kriegen wir später sowieso, wenn wir denen helfen. Ja, müssen wir ihnen aber helfen. Und so wichtig ist der Stuff da unten auch nicht. Und das wiederum ist wahr. Dann machst du jetzt nochmal den Kargas-Tapf mit der Schlange und dann gehen wir mal hier weiter. Genau. Jetzt sollten wir das Lager mal verlassen. Oder gibt's hier noch... Nee, wir müssen den Gomblern und Dame noch befreien. Wir haben theoretisch auch immer noch einen Magier, der in einem Stein steckt. Du wolltest den mitnehmen. Ja. Ich hab hier fliegende Büsche. Sehr schön. 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 Schön hat's hier Central ark becomes sprich. Sprech's genau. Seufz. Geh mal gucken, die Wager auf meinem Handel. Geh du schon mal vor und mach das mit Kaga. Lady Shah hat ihre Rezungen. Du kennst bereits meine größten Geheimnisse. Was noch mehr kannst du fragen? Sie hat mich in, wenn niemand anderes... Sie ist meine Mutter. Du glaubst nicht, die Lüge die Saloniten erzählen. Was? Ja, weil es überall ein Mikrofon aufgenommen wird. Ist das das, was du meinst? Nein. Ich kann nicht... Ich meine, Shahs Geheimnis. Ich habe... Wenn ich zu Borders Gate zurückgekommen und die Shahs Mission erfüllen werde, dann werden meine Erinnerungen geändert werden. Das ist nicht für dich zu wissen. Lass es an das. Du bist zumindest direkt zu dem Punkt. Aber trotzdem... Ich bin nicht sicher, dass du dich bereit bist für Shahs Geheimnisse. Nicht noch, zumindest nicht. Sehr schön. Und wie ich das wieder so schaue. Sehr gut. Vielleicht gibt es dir Potenzial. Ich bin wirklich... Ich glaube, dass du von ihr gehört hast. Ich bin vollkommen, ganz schön. Wir haben viel gemacht, mit wahrscheinlich mehr zu kommen. Geht es um es nachzummen? Ich bin nicht sehr froh, dass eine Gith-Kreche wirklich bewertet werden, aber... Ich denke, wir gehen in unsere Sprache. Nicht ein wenig auf deine Firma, natürlich. Vielleicht, vielleicht nicht. Wenn wir überleben, werden wir eine Sprache zu kommen. Ich brauche nach Bölder. Es gibt jemanden für mich da. Eine Ritter, Rabella, hast du das gerade gemacht? Ja. So wie immer. Danke. Und du bist richtig. Es ist... ... ein dünner Ritter. Nicht etwas für Licht-Kontrollen. Ich muss... Besonders... Du hast mein Leben über den Nautiloid geschaut. Wie kann ich alles tun, aber deine Räume zu singen? Okay. Was ist auf deiner Meinung? Du hast mein Weg nach vorne. Ach, jetzt speicherst du ab. Ja, ich will den Kampf nicht... Ich will das über die Sache mit der nicht normal machen. Mit der nicht normal durchspeichern. Durch klicken. Was? Ähm... Wo bin ich? Ich frage mich... Ich glaube ich war... ... kurz mal in deiner Dialog... ... in deinem Dialog drin. Oh Gott, nachst du. Rette heilsinn. Ich habe eine Null gewürft und ich bin gerade am sterben. Eine Null? Nein, du bist nicht am sterben. Das war auch ein 15. Spiel. Wie kann man überhaupt eine Null werden? Was machst du da drüben? Ich muss kurz Netty umbringen. Was machst du da drüben? Ich muss leider gerade kurz Netty umbringen. Wenn du nicht wieder einen Kampf auslöst. Du weißt, die ist irrelevant für alle. Warum bist du an der Schwert zum Todes? Weil sie mir das Gift reingehauen hat. Diesmal. Aha. Nichts zugehängig gesehen. Ich habe halt random Sachen angeklickt. War ein Fehler. Ich gehe noch mal zu Baden. Mach du mal. Gut. Du hast deinen Spaß. Ich verprügel hier die Druiden. Es ist immer schwer. Aber mein Song ist da. Ich schief mal. Ich bin froh. Ich bin froh. Okay, hier kommt Campus Musik. Musik, du hast es geschafft. Ja. Naja, also ihr Gesang ist jetzt nicht... Ich glaube, da kann man ein besseres Ergebnis ausdrucken. Ich habe ein Problem, ich komme hier nicht mehr raus. Na, fantastisch. Na, dann schlaßt ihr da drinnen. Ich meine, ich kann schnell reisen, aber trotzdem. Vielleicht kann ich dir die Tür von außen... Vielleicht kann ich dir die Tür von außen aufmachen, aber dann gehe ich rein. Das könnte ein Problem werden. Geh einfach mal rein, ansonsten haben wir ein kleines Problem. Dann komme ich hier halt nie wieder raus und wir nie wieder rein. Dann müssen wir tatsächlich... Aber wenn ich jetzt hier reinkomme, dann komme ich auch nicht mehr raus. So viel dazu, das Ding, das ist unwichtig. Ich meine, raus kommen wir ja. Wir haben ja schnell reisen, aber... Ich habe mal gespeichert. Ah, du hast gespeichert, sehr gut. Hilfe. Wieso kommst du nicht raus? Die Tür konnte ich gerade auch... Ja, ich bin eins weiter. Aber die Tür ist offen. Die Steinfläche hier, wo ich davor stehe... Wo du hängst, da bist du. Wenn du vielleicht mal auf die Karte gucken möchtest. Da hinten bist du. Zwei Türen weiter. Wenn du mal ein bisschen aufmachen kannst. Ja. Steinplatte. Öffnen verschlossen. Ja. Okay. Aber da lege ich mich, glaube ich, mit den anderen an. Das ist... Das könnte schlimm werden. Das ist mal hier. Mach mal hier die Tür zu. Du kannst gerne das noch sehen. Oh... Ich kann einfach nichts понравieren... Ich kann doch nicht 好rehen... Ich kann überhaupt nichts... Ich kann mich auch nicht nähen... reisen das geht auch jetzt das spielstand ist übrigens vor den vor dem tor wie reingegangen bin ich komme ich komme hier nicht mehr raus also ich habe ich habe keine schnellreise option hier der letzte 23 uhr 14 ja das könnte man machen jetzt raus dort geht da nicht mehr rein doch du musst da reingehen um die scheiße mit dem ich muss da reingehen wenn das ding progress ich kann ja nichts dafür ich gucke dass ich diesmal nicht werden im sachen anklicken mach keine scheiße ich kann nichts dafür dass das spiel jetzt aktuell in dem fall jetzt so verbuggt ist nicht verpackt das muss so ja das muss so diese tür durch die man reinkommt die darf nie wieder geöffnet werden ja wenn du dich wenn du die winde den den haupt droiden tut ist es ist ja nicht die haupt droiden wie eigentlich hätte es sich ja es hat du kannst du bist noch mit der droide in dort drehen oder kommen wir das sauber kommen mit kaga reden die die keine retten und raus ich bin durch wieder im lager die in der büsche wo bist du okay keine antwort ich habe ungeladene landschaften schattenherz wie sieht es bei dir aus ich spiel die sie sie frei ich trage diese die sind sie mit es Ist die Verbindung mit Discord getrennt worden oder was ist los hier? Es wird glaube ich nicht besser gehen heute. Wieso, was ist jetzt bei dir los? Ich fühl dich gerade erst wieder. Wir waren für 2-3 Minuten im Discord getrennt. Ich habe es nicht gemerkt. So hast du es jetzt geschafft oder wie? Ja. Ich kann jetzt nicht nochmal stehen gehen. Oh. Hatte ich jetzt nicht vor. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Wo bist du drin oder? Ich stehe neben dem Typen den ich vorhin beklaut habe. Komm mal lieber raus. Von mir aus. Da haben wir da drin noch was zu tun. Äh. Ich weiß es nicht. Ich habe halt auch nicht mit jedem geredet. Hast du Kaga? Hast du die kleine schon gerettet oder? Ja. Das habe ich erledigt. Die muss jetzt gerade draußen sein. Dann speichere ich hier an der Stelle mal. Und wir können glaube ich hier wieder hoch. Da legt ein Bär drauf aber den können wir runter bewegen. Dann haben wir hier. Dann haben wir den Fahrstuhl frei gescheitert. Oder auch nicht. Ich habe ihren Eltern gerade eine Kartoffel aus der Tasche geklaut. Aha. Bitte hör auf die zu klauen. Du weißt was das letzte Mal passiert ist. Ja bei den Tieflinge ist es okay. Die können sowieso nichts. Ja ich weiß was vor 5 Minuten passiert ist. Danke. Inzwischen vor 20. Du sagst aus dem Spielstand. Ah ja. Wo bist du denn? Ich bin hier oben beim Eichhörnchen gerade gewesen. Lauf jetzt Richtung Tor. Cool. Kannst du den Aufzug wieder runter schicken? Kann ich machen. Ne Moment warte mal. Ich kann auch einfach hier aufs Tor klicken und dann gucken wie er läuft. Ich habe jetzt ums Tor zu dem rollen bei dir. Ich spreche bei dir. Ich habe gerade den Fahrstuhl runter. So hier. Ich laufe gerade in deine Richtung. Irgendwann werden werde ich da sein. Wollen wir noch die Goblin Dame retten oder? Wir können gucken, was bei der Goblin damit los ist, ja. Wir wollten was er töten. Was ist unser... Ich glaube, wir wollten... Ich weiß nicht, wollten wir jetzt zu den Goblins, oder wollten wir jetzt zu den Tieflingen? Tagchen. Und tschüss. Ach, da hinten bist du. Du bist gerade vorbeigelaufen. Ja, ich habe gerade nicht hingeguckt, ich hatte halt irgendwas ausgewählt auf der Karte. Ich handle nochmal mit dem Typen. Wollen wir hier nochmal hingehen und da nochmal im Gefängnis ist da noch die... Ich handle nochmal eben. Wenn wir zum kommenden Lager wollen, dann kann die uns helfen dabei. Ich kann da, wenn wir sie befreien können und was schaffen. Ich weiß nicht, wollen wir zu denen... Das ist eigentlich relativ einfach, die da rauszubringen, also... Deswegen... Du hast gesagt, es gibt einen Weg, die zu vergiften, die... Dort in den Pässel... Die Goblins, ja. Aber die... Die Dame... Die Goblin-Dame ist überhaupt nicht nötig, wenn wir die einfach nur vergiften wollen. Okay, dann wollen wir sie töten. Ein Kommenden weniger. Weißt du, was töten wir sie? Ich bin der Meinung, Goblins sind sowieso nur zum Töten da. Na dann. Ich bin schon auf dem Weg. Du wirst mich nicht töten. Deine Hände sind schockiert. Lass es runter. Sie kann nicht zurückkampf. Das ist der Punkt. Geh aus dem Weg! Sie hat nicht deinen Bruder töten, Arka. Du bist besser als das. Schockiert, bevor du deinen Nürnchen verlierst, Tieflin. Wenn du es immer wieder zu Beginn mit hast. Du kannst sie auch töten, wenn du sie retten willst. Das hat schon mal geklappt. Sieht so aus, dass sie absolut nicht retten sind, aber... Sieht so aus, dass du sie auch töten möchtest. Du, move! Wir können sie aber noch befragen. Ich meine... Mach, was du denkst. Äh... Na fantastisch. Leicht. Ich habe halt keine Ahnung, ob das zu deinem Eid passt. Versteh es! Warum interessiert du, wenn ein Goblin lebt oder stirbt? Geh das erst so. Okay. Dein softes Herz wird die Todes uns. Ich kann nicht sagen, ich verstehe das. Ich bin nicht sicher, ob ich es will. Es ist alles klar, Arka. Lass uns. Ich werde das Ende verstanden. Ich werde die Endung nehmen. 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 Dieser Guard hat dich, um ein Lock zu holen. Oh. Vielleicht möchtest du, um den Lock zu deinem eigenen Selbst zu versuchen. Ich werde die Endung nehmen. Dann fällt dir das Ende. Ich werde die Endung nehmen. Nein, ob ich das nicht mehr verstehe. Ich werde das nicht mehr erlauben. Es war die Endung nehmen. Es war die Endung. Okay. Beides. Okay. Können sie auch auf dem Weg nach draußen umbringen. Wir können auch einfach das machen. Kannst auch machen. Und looten. Ich hab nichts bei sich. Äh, ich glaub du hast versehen dich da... Ich glaub du... Entweder ich oder du. Ich glaub einer von uns hat gerade dein Eid versehen dich gebrochen. Ja. Danke dafür. Das war's du. Ich... Ich steh grad für einen Eidbrecher Ritter. Ähm... Kannst mir dabei zuschauen. Ich bin am Arsch. Ich bin jetzt Eidbrecher. Okay. Okay, ich glaub da brauch... Sehr schön. Okay, cool. Wollen wir was neu laden? Äh, wir können eine Long Rest machen. Dann sollte eigentlich... Nein! Das speichert's dann. Beim Long Rest speichert's die Scheiße. Na, hör auf. Äh, aber zum Lager können wir zumindest gehen. Nein! Wie gesagt, das ist ja nicht... Es ist ja nicht Charakter verloren. Ich hab grad neu geladen. Du weißt, dass das nicht Charakter verloren ist, sondern dass das eine andere Subklasse ist. Mit anderen Fähigkeiten, die du auch danach kriegst, ne? Ja, würde ich gern noch ein oder zwei Streams behalten. Wenn's halt passiert, dann passiert's. Ich wusste nicht, dass das denen einbricht, wenn man sie tötet. Du wolltest außerdem, dass wir sie rauslassen und dann umbringen. Aber wenn wir sich auf dem Weg nach draußen verlieren würden, dann wäre das kein Töten. Irgendwann so... Wie sagen ihr, dass wir sie mit nach draußen... Ich soll sie in den Abgrund werfen, sag's doch einfach. Nein! Wir machen's so, wie ich's in meinem Spielstand gemacht habe. Wir versuchen sie zu retten und scheitern da an der Statue. Sie stirbt und sein... Die hatten... Die hatten ein HP von zwei oder drei irgendwie. Die hat irgendwie... Die kann nix. Und auf dem Weg nach draußen kommen wir an mehreren Gegnern vorbei. Und da wird sie einfach im Kampf sterben. Nun ist das nicht meine Schuld. So, wo bist du gerade? Ich muss aber dazu sagen... Ich habe keine Ahnung, ob nicht dein Befreien gerade dein Eid gebrochen hat. Aber... Gut. Wir werden's rausfinden. Es ist ja leider gleichzeitig passiert. Das kann's auch sein, aber dann können wir uns einfach verurteilen. Vielleicht kann ich dir auch die... Ich geh da gerade noch mal hin. Wo bist du? Ich... Ich geh da gerade noch mal hin. Wo bist du? Ich bin im Smart Ten gerade. Ich bin im Smart Ten gerade. Wo ist der Weg? Dort hinten? Da ist der Weg. Ich würde mal versuchen, dass wir vielleicht die dazu bringen zu schießen. So, dann... Dann... Und ich mache einfach die Paladin... Es gab ja eine Paladin-Option. Vielleicht will ich die einfach mal. Das wäre eine... Ja, kannst du tun. und schnauen und... Oh! Ich werde den Ende reinigen. Sie sind nicht schlafen! Deine Hänge sind schief gente. Hol yearn. Du bist nicht, wenn sie latscht. Das ist der Punkt. Sie hat dich nicht töten. Schau bevor du deinen Nerven verlierst, Tieflin. Wenn du es immer zu Beginn hast... Ich habe das Gefühl, du sagst das Ding! Bleib davon! Äh... Na dann. Brech nochmal meinen Schwur. Sieht, wie das absolut ist. Du! Nein! Ich kann Vengeance Paladine so schlecht einschätzen. Versuch mal diesmal das hier. Oder auch nicht. Es hat wirklich eine sehr gute Lösung. Sieht recht. Ich wünsche sie nicht, ich wirklich mache es. Schmeiß du. Schmeiß ich! Der druck ist zuerst. Warum weißt du, ob ein Gopein lebt oder wir stirbt? Weil sie keine Zielscheibe ist, sondern eine Person. Wenn sie stirbt, nimmt sie ihr Wissen mit ins Grab. Ein Gumblin-Gefangener hier entscheidet nicht über ihr Leben. Weil Rache einen auffrisst, die Gumblins zwei Siege in den Tag bescheren. Ich habe meine Gründe. Option 4 ist, weil Rache Paladin natürlich auch anders wird. Ja. Nimm die mal lieber nicht. Wenn du in allem glaubst, was die Wunsch dir sagt, bist du ein Idiot. Alles klar, Rache. Los geht's. Ich versuche sie zu befreien. Ich habe die Theorie, wenn wir sie einfach befreien, und die dann beim Flugversuch stirbt, ist das nicht mein Problem. Und das Schloss knackt schon, das Problem. Werden wir sehen. Was ist das? Oh, du! Geh, 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 du! Hm? Egal. Ja. Es fühlt sich, als ob ich etwas verloren habe. Okay. Aber bleibst du dabei, oder? Nein, ich bleib nicht dabei, deswegen habe ich gespeichert. Dann lass mal sie im Gefängnis. Wer kannst du töten? Ist das Töten auch ein... Probier es mal. Das kann ich machen, ich kann sie ja befragen. Vielleicht kann ich sie auch einfach befreien. Du tötest einfach. Das mach ich. Oder befragen es mal. Wie wär's denn, wenn ich einfach deine ganzen... Alle Sachen mache, die für dich ein Eidbruch wären? Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein, wenn du das machst. Dann ist das ja eigentlich... Obwohl, du bist ein Teamkamerad. Eigentlich müsste das auch... Infekten, oder? Nö, ich hab ja keinen Eid... Ich hab ja keinen Eid geschworen. Ich werd ja nur sauer. Ich müsste was dagegen unternehmen. Hm, ich glaube nicht. Wir können's mal probieren. Aber du könntest zumindest mal... Die Infos von ihr könnten hilfreich sein. Also verhören sie erstmal und dann... Die Infos brauchen wir nicht. Dann kannst du abschlachten. Also die Infos brauchen wir legit nicht. Das ist einfach nur Bullshit, was sie sagt. Hm, dann versuch mal sie abzuschlachten. Du bist auf einem Eid geöffnet. Du bist auf einem Eid geöffnet. Ich geh mal vor die Tür. Ich seh nix. Mit Haste. Ähm, du musst sowieso die Tür zu machen. Ich würde gerne erst mal gucken, ob es tatsächlich auch schon triggert, wenn ich jetzt hier das Tor öffne. Mach doch mal. Ich habe nichts gesehen. Du hast die Tür noch nicht geöffnet. Es ist bei mir auch erst passiert, als die Tür geöffnet war und sie rausgegangen ist. Mach mal. Ich sehe nichts. Ich bin draußen. Ich habe damit nichts zu tun. Bei mir passiert noch nichts. Und jetzt? Passiert noch nichts. Passiert noch nichts. Okay, dann bringe ich sie jetzt um. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich bin da nicht. Alles klar. Ich habe weggeguckt. Weggucken zählt scheinbar auch. Alles klar. Was? Du hast sie umgebracht? Das geht aber nicht. Ganz böse. Das kannst du nicht beweisen. Sie ist entkommen. Da geht es übrigens raus. Da können wir. Wir hätten uns auch befeiern können. Da gibt es übrigens einen Kampf mit einer Wächterstatue. Da müssen wir mal ein bisschen. Die Wächterstatue ist kein Problem. Ich bin ein Barbar. Das ist kein Thema für mich. Achtung, hier sind Pilze. Explosive Pilze. Ich bin runtergesprungen. Für mich gibt es keine Explosive Pilze. Ah, du bist denn totgesprungen oder was? Nö. Hier ist eine Tür. Wo bist du? Ich bin schon längst drin. Ah, da hinten. Das sind ein paar Problems. Wollen wir die angreifen? Die Wächterstatue ist übrigens aus. Mal übersandreifen. Ja, ja. Ich ziehe sie gerade mit der leeren Knolle. Zu schrammen. Gegner, verdammen habe ich hier. Verängstigt die Gegner. Das geht mal nochmal versuchen. Da bin ich dran. Ja, verdammen ist ziemlich gut. Schwieriges genanntes Schlamm. Okay, kann ich das von mir aus? Ja, kann ich. Sie dürfen töten. Ängstigt. Ja, die machst du im Schlamm aus. Okay, da tut's. Der ist Klausel. Der Typ. So. Was ist meine erste Aktion? Und hopps. Das hier. Haben wir gerade gleichzeitig die selbe Person angegriffen? Ja, ich habe Satze auf sie geworfen. Ah, ja. Ach, komm. Gehen wir uns die nächste Runde mal. Rage. Mal gucken, was... Ist die Statue dran? Ah, schwieriges Gelände für Gegner. Nice. Äh, die Statue ist nicht dran. Ich glaube... Einer lebt noch. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Okay, das schwere Gelände geht auch für mich. Ich bin für den Gegner. Nein, das ist der Schlamm. Das ist nur Schlamm. Okay, es gibt noch einen Gegner. Wo ist denn der? Sieh den nicht? Ähm, der ist... Oben. Ah, da oben. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Du darfst die Runde... Nein, du darfst die Runde auch verlassen. Gut, ich werde folgendes tun. Moment. Du wirst du nicht. Cool. Nein, werde ich nicht. Wir haben hier noch ein Fass. Was ist in dem Fass? Hey, äh, Paladin. Kannst du hier mal heilen? Äh, eine kaputte Laute. Du brauchst eine kaputte Laute. Nee, äh, heilst du mal mit... Heilst du mal eben mit Hand auflegen einen Finderl hier auf dem Boden. Ein Spot von Heilung will helfen. Jawohl. Ich bin hier geblieben. Oh, danke, danke. Ich dachte, ich werde hier sterben. Wie sind die Kumpel denn sind in den Heilen gekommen? Es ist meine Schuld. Ich dachte, ich hätte ihnen die Schlüssel gegeben, aber sie folgten mich durch den Tunnel nach hinten. Ich muss den anderen erzählen, was passiert. Ich stehe vorsichtig. Es gibt Trappen in diesen Tunneln. Und danke dir wieder. Nein. Noch mehr können wir nicht reden. Laut ab. Ja, ja. Gut, ich mach mal die Rune da unten aus, ne? Eine Zweihand-Axt. Das könnte hilfreich werden. Und ein bisschen Gift. Ich glaube, wir haben genügend Gift, um das ganze Lager zu vergiften. Ich glaube, du kriegst da unten ein bisschen Schaden. Ach, das geht schon. Ich kletter dann mal. Ich kletter dann mal. Ich kletter dann mal. Gut, ich kletter dann mal. Gut, Knutter. Ich sag mal so. Ich habe Axt. Ich bin nur zu Axt. Falls du die kaputte Lautsügel werfen willst. Ich habe sie geöffnet. Okay. Das war keine gute Idee, Modi. Da war was Tolles dran. Was war drin? Ich gucke gerade mal. Empfangsschlinge der Natur. Fliegenfalle, Chance auf Fesseln des Tiers, sofern das keine Pflanze und kein Tier ist. Brauchst du die? Okay. Schieb mal rüber. Das Name braucht ja nicht. Ja, ansonsten war noch ein Silberkech drin. Der ist wertvoll. Viel mehr war dadurch nicht drin. Ja, da hinten. Wir sollten wieder am Zimmer raus. Na, durch die Steintür gehe ich noch kurz. Ein weiser Vorsicht. Ich bin draußen. Ich habe es gehört. Oh. Sehr gerne. Wie ist das? Verdammt. Man kann ja das auch mal aufhören. Da ich ihn nicht aus der Party schmeißen kann, nein. Ja, das wird blöd dann. Wenn das so gar nicht kommt, dann wird das ein bisschen hinderlich. Ja, du. Das wird's. Passiert. Ich sehe uns irgendwann drehen und Astarion ist immer noch im Team drin. Aber ich kann ihn fernklündern, Astarion. Ist da noch was zu holen? Ah, da unten ist er. Ich habe das Portal gesucht. Ach so, meine Karte rennt jetzt zu Astarion hier, wenn ich auf dünnen Klicke, um ihn zu looten. Wo ist der Henker? 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 Achtung, ich komme den Abstand runter. Erfahrungsbote. Okay, geh. Entschuldigung. Sag, aber ich weiß dich nicht, ich weiß nicht? In einer Art von sprechen. Ich weiß nicht, was genau herausgekommen ist, aber das Schiff hat in ein Stückchen und ich habe plötzlich in mir gefunden. Aber trotzdem, ich habe mich auf dem Weg gebracht. Ich habe mich auf dem Schiff auf dem Schiff, die beiden waren auf der Begründung der Begründung. Du bist auch auf der Begründung der Begründung. Du bist nicht ein Kleriker, oder? Das ist die einzige Chance, oder? Wir werden sicherlich einen Healer brauchen und... Oh, ich sehe, dass du dein Trav... Versteckter Vorrat Nach oben zum Fragezeichen Oder nach oben Wir haben auch noch nicht... Wir haben in dem Tiefling-Ding auch noch... Oh, Carla! Die Klingel der Grenzen, da gibt's Carla Da müssen wir hin Da oben Cool, ich würde ganz gerne erstmal mit der Alchemistin reden, damit wir die Vettel-Quest starten können Ich hätte gerne Carla vom Team Ja, und ich würde mir gerne mein Auge von einer Hexe ablecken lassen Danke Wo ist denn die Hexe? Ist die nicht im Gugnen-Camp? Im... Nein, im Tiefling-Lager Da kommen wir gerade her Ja, und ich geh gerade hin zurück Rette Arabella Da müssen wir auch noch Arabella-Seltern finden Im Camp Später dann Die Grafik Sollte Die Pilger Annete Die Pilger Deine Die Kleine Die Pilger 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 Okay, jetzt machen wir erstmal die Dexte und danach gehen wir zu Karloch. Ja, ich nehme mir auch erstmal hier noch ein paar ordentliche Waffen mit. Beziehungsweise, guck mal. Gibt es noch andere Waffen dort? Ja. Bei dem Schmied. Gibt es denn noch etwas Interessantes für mich? Einiges. Dann komme ich mal vorbei. Ich habe fail, zu sehen, die Distinktion. Wunderschön, wunderschön, wir werden in die Stadt kommen. Ich bin nicht wunderschön. Ich schau auf dein Gesicht, bevor ich den Trollen schiebe. Ach, hier ist übrigens die. Ist das eine Tante, eine Tante Eke, wenn du mit dir noch hier bist? Ja, die brauchen wir dann. Ich glaube, die habe ich auch so ziemlich ignoriert. Ja, die ist halt wichtig, ne? Ich habe ein Schild für dich. Danke, dass ich mich auf die Seite habe. Meine Selektion ist ziemlich schlimm. Ich verliere die meisten meiner Komponenten in Elteral. Oh, ein Schissschild, aber ich kann nichts mit anfangen. Mit zwei Handkampfen, Waffenkämpfer, bringt mir das herzlich wenig. Leichter Hammer, fünf bis acht Schaden, nee, das brauche ich nicht. Aber es ist mir nicht kaputt und laute verkauft, sehe ich gerade. Sehr schön. Ich kann nicht gerne zurückkaufen. Okay, gibt es dann eine tolle Rüstung, irgendwie? Kettenhemd, eher nicht so. Möglich, die Rüstung habe ich mir nicht angeguckt. Oh, Rüstung. Polster der Rüstung, der wird zwölf. Level 15. Körperlicher Beistand. Du hältst einen Bonus von plus eins auf Stärke Rettungswürfen. Und Stärke Rettungs... Und Stärke Würfe. Und Nachteile bei Heimlichkeit Würfen. Keine RK-Boomus. So sieht sich das. Die ist schon mal besser als die... Auf einer Rüstungsklasse ist die deutlich besser als meine jetzige. Das ist eine schwere Rüstung. Da gibt es halt kein... Da gibt es halt kein... Das ist halt der Geschicklichkeitswurf wieder weg. Aber es gibt einen Stärke-Bonus. Was meinst du? Moment, ich rede gerade noch mit der Tante. Jetzt kannst du sprechen. Was ist? Die Ring-Panzer-Rüstung hier. Da gibt es einen Nachteil auf Geschicklichkeits... Also kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Und dafür gibt es einen Vorteil bei... Bonus von plus eins bei Stärke Rettungswürfen. Und Stärke Würfen. Und Rüstungsklasse 15. Also das da... Da geht zwar die Rüstung des Heckenwandlers wieder weg. Aber... Stärke Wurf gegen Geschicklichkeitswurf würde ich sagen. Ist es wert, oder? Den würde ich mal nehmen. Ein Handarm-Boost. 3 bis 8. Ja, ich habe dir auch ein Schilddienstinventar gezogen. Vielleicht solltest du doch mit Schwert und Schild kämpfen. Könnte besser sein für deine Rüstungsklasse. Ja, wenn ich den... Wenn ich das immer durch die Klinge führe, dann kann ich kein Schild mit haben. Dass das... Auch wieder war. Und die will ich weiterhin führen. Okay. Die Armbruster 3 bis 10 Schaden. Die brauche ich. Ich habe wohl, glaube ich, nicht so viel Geld. Okay, ich habe es verkaufen. Ja, das hier. Schüssel im Schädel. Sehr schön. Sehr schön. Dann rüste ich mit meiner Haus. Mau, die sieht schon mal besser aus. Ah, ja. Eine bessere Armbrust. Ein Gift habe ich auch dabei. Ich meine, ich habe jetzt Rüstungsklasse 15. Also den Schild brauche ich jetzt auch nicht so damit. Daher... Du kannst noch mal um 2, dann hast du 17. Ja, aber ich komme auch mit Rüstungsklasse 15 zu Recht. Also ich meine, mein... Als klassischer Paladin kommst du teilweise auf 23. Aber das ist schon... Mein Warnkarte, den ich in dem anderen Spielstand spiele, der kann maximal Rüstungsklasse 13 tragen. Rüstungsklasse 14 ist schon zu schwer für dich. Rüstungsklasse 15 ist schon... Wenn du mit Rüstungsklasse 15 arbeiten würdest, dann würde es tatsächlich besser laufen. Rüstungsklasse 15 ist jetzt schon besser als... Rüstungsklasse 15 ist jetzt schon besser als... Da und in, weil ich Missdamen... Nein, mach das bitte einfach nicht, okay. Können wir das bitte zusammen machen? Du lässt nämlich schon wieder wahrscheinlich alles... Was auf dem Weg liegt. Dafür räumst du ja gerade auf. Ja, aber ich bin komplett alleine. Hier gibt es ein bisschen Lute am Tor. Bringt das irgendwie Ärger, wenn ich da lute? Wenn es rot ist, ist es stehlen. Wenn nicht, nimm es mit. Es ist rot, aber... Dann ist es stehlen. Bringt stehlen, macht stehlen, ein Aidebuch bei mir sofort, oder? Nein. Du bist kein Devotion, Paladin. Alles gut. Hells, ich meine nicht, dass... Du wirst deine Worte über... Ich meine, die Flöte wäre schon interessant dort. Du nimmst mir an den größten Schwachsinn mit. So, ich mach jetzt auch noch die Quest mit dem Ochsen, wenn du nichts dagegen hast. Mach das. Ich kann jetzt entweder ins Gefängnis gehen, oder angreifen. Gefängnis. Da kann ich entkommen. Die Tür ist offen. Oder auch nicht. Ähm, hast du grad irgendwie... Ich muss mein komplettes Inventar abgeben. Ja. Kannst du mal eben die Tür öffnen hier? Nein. Die stellen Strafe ab. Warte, es geht hier hinten. Es ging hier irgendwo hinten durch. Das weiß ich noch. Es gab einen Weg nach hinten durch, aber... Ja. Das war nicht gerade... Hier war ich gerade fest. Ich habe sie aufgebrochen. Autsch. Ich muss meine Waffen zurückkriegen. Au. Ah, Pilze. Da sind die Pilze. Ah, deine HP liegt noch hier. Ich habe ein ganzes Inventar liegt dort drüben und wo. Ja. Wenn du das Schild nicht willst, dann nehme ich mir das Schild mal eben raus. Ne, ich brauche das Schild. Ey, lass mein Inventar in Ruhe. Ich habe ihn auch gebrauchen. Beweistruhe, Habje und Schülter. Die Habje ist ein Beweis. Oder hast du das Schild wieder genommen? Fantastisch. Äh, ja. Ich habe das Schild genommen. Den Schild wieder genommen, weil ich jetzt eine RK von 16 habe. Verbanen mit Schild sind zwar ungewöhnlich, aber ich kann es tragen. Wenn er freist. Habe ich irgendwas verloren? Das ist total ziemlich... Ich habe jetzt die Flöte. Yay, hat sich gelohnt. Ich habe die HP noch bei mir. Ich springe mal, ich springe mal bei der einen ins Haus, ne? Wenn du meinst. Ich habe jetzt die Flöte. Ah. Na komm. Satz mit X, Satz mit X, das war aber nix. Kannst du mit der Hand auflegen schon gelähmt und sowas? Wahrscheinlich noch nicht. Warte, ich muss mich hier gerade rausreden. So, ich kann wieder frei rumlaufen. Ich bin gerade zur vor der Tür wieder rausgegangen und wurde entdeckt. Das ist der Gefangene hier rausläuft. Ähm, was wollte ich eigentlich hier machen? So, gibt's hier noch was zu tun? Ihr hast den Grill? Ja. Äh, die Gespräche habe ich soweit alle. Hier hinten... Oh, diesmal sitzen die Abenteurer gar nicht da. Die sind weg. Ja, wir könnten noch die Quest mit dem Töte Kaka an. Ja, komm. Nehmen wir die Quest auch noch an. Dann können wir die Druiden töten. Später. Irgendwann vielleicht. Die Armbrust, die hier liegt, die ist kein Diebstahl. Reiseführer der Schwertküste. Aha. Hier ist eine Steintür. Ach, da bist du hinten. Das hat mich gemacht. Das hat mich gemacht. Das ist da vorne, oder? Ich bin nicht. 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 Aber wenn es eine klare Weg ist, dann über die Goblinien. Sie finden sie. Du bist der, der zu dem Garten hilft. Ich bin glücklich, dass ich eine andere Schwert habe. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Aha. Sonst gibt es hier nichts. Oh, dann haben wir die Quest jetzt alle hier soweit angenommen. Dann können wir weiter. Wie immer alle Quests annehmen uns dann. Und können davon lösen. Erstmal im Questboot alles mitnehmen. Wieso glaube ich dir aufs Wort, dass du keine von den Quests gemacht hast? Ist doch wie ein Witcher. Das ist doch. Wenn wir alle Nebenquests erstmal annehmen, oder? Hier sind die Nebenquests tatsächlich interessant. Im Gegensatz zu Witcher. Wo alle nur behaupten, das wäre interessant. Aber es ist einfach nur dieselbe Scheiße wie immer. Nur nicht von Ubisoft. Wo hast du eine Begleitung hier stehen lassen? Eine Begleitung? Kann ich selbst laufen? Ja. Oh, jetzt. Die sollen mal mitkommen. Ist das Flut? Nein. Kein Problem. Da ist jemand gefallen. Ich weiß nicht, ob die Gruppen mich anschauen. Kommt die letzte noch irgendwann, oder? Du bist... Wenn du kopiert bist, dann kommt sie. Sie ist bloß gar nicht... Ah, die steht da oben. Die traut sich nicht runter. Äh, ist doch nicht wahr. Ich traue Blut. Ich traue Blut. Was ist nächstes? Ich traue Blut. Ich traue Blut. Ich traue Blut. Ich traue Blut. Ach Scheiße, jetzt bin ich oben. Sag mal, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Oh Mann. Ist doch lästig. Ich könnte keine Türen benutzen hier. Das ist doch... Warte mal kurz. Nein, sie können sie nicht. Lezel wartet unten. Ich sagte, Lezel wartet unten. Nicht erreichbar. Sag mal, Rätsel. Mitkommen. So. Und wo hängst du ab? Hier oben. Ah, du kämpfst gegen die Leute? Ja, ganz sicher. Du kannst gerne hochkommen. Ja, wenn ich weiß, wie ich da hochkomme. Springen. Du hast die Option zu springen. Ach, vielen Dank. Nicht erreichbar? Ja. Fantastisch. Du springst einfach hier hoch. Das ist nicht schwierig. Warte eine Minute. Bitte. Gerne. Na herzlichen Dank. Immer gern. Ich brenne. Was gibt's hier zu sehen? Siehst du gleich. Ich gehe davon aus, den hast du auch nicht gefunden. Natürlich nicht. Ah, doch, den... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Raphael. Den habe ich... Ja, das ist... Wie kann man das irgendwie skippen? Dieses Ding ist von... Dieses Ding ist von keiner Bedeutung. Ja, aber du kannst an der Sache nichts machen. In dieser Szene kannst du keine Alternativen. Du kannst keine andere Entscheidung machen. Ich bin Raphael. Sehr viel an deinem Service. Willst du wirklich den... den Pack mit ihm eingehen und uns... freundlich sein zu dem? Ich würde sagen, verschwinde, solange du ihn erscheinen darfst. Ich würde sagen, dass er einer von den Guten ist. Und zwar der einzige richtig Gute. Von daher... Ja. Er ist nicht wirklich der Teufel. Er ist ein Teufel, aber er ist einer von den Positiven. Er will tatsächlich die Welt retten. Den kann man tatsächlich nicht mehr tun. Den kann man tatsächlich nicht mehr tun. Wir sollten einen Gespräch haben, du und ich. Aber kein Spielverlauf. Diese... quaint kleine Szene... ist entscheidend... Ja, ganz sicher. Du bist wahrscheinlich auch nicht auf seine Story angegangen. Na doch, aber... Er hat von mir verdankt, dass von ihm... für ihn... einen zweiten Tag einen unschuldigen Typen abschlachtet. Der einfach nur dort... Der bei dem... Oh cool. Der Raum hat bei mir nicht geladen. Ich stehe in der Luft. Schön. Also ich misstrau dem definitiv. Jetzt... Und jetzt hier in dieser Szene können wir gar nichts machen. Egal was wir machen. So ruhig. Ja, dann... Klick dich einfach nicht. Das Haus... Oh... Go on. Es könnte... just be your last. Hm. Was... Hm. Am I a friend? Potentially. Ein Anversary. Ein Anversary. Konzeptbar. Körner... Wann... Ich könnte es alles fixen. Wie... Vielleicht hast du... Und wenn... Hoffnung. Ha, 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 ha. Suche eine... Es... Wann ich... Wenn ich mich... Ich werde... Hast du ein bisschen was zu essen mitgenommen? Ich konnte da drin nichts tun. Aber ich will jetzt, ich will das Spinneneier haben. Oh, hier gibt's ein paar Tränke. Max, hier der Feuerresistenz. Das ist nicht schlecht. Das Spinneneier wirst du mitnehmen. Natural 1 Auf der Rückseite liegt ein Bag, entfüllt in der schrischendsten Flüchtlinge von Spindern. Ein schweiziger Goldkorn, die Spinneneier sind für einmal. Das tut aus. Ich geh zu. Wir haben beide Piraten. Hier sind gute Sachen drin. Ja. Ich wollte aber nur den Spinnenbeutel haben. So, dann runter hier. Ah, Moment. Wo ist der Beutel? Da. Da hinten müssen wir lang. Jetzt sind gerade auch zu Gedanken. Da ist eine Brücke. Ja. Du rennst immer nur den Kisten nach. Ich guck nicht jede Kiste fünf Minuten lang an. Warum nicht? Dass da nichts zu sehen gibt. Ja, wenn es doch so zu sehen gibt. Ah, okay. Ich bräuchte langsam mal ne lange Rast. Ja, ich auch. Wollen wir einen machen? Wenn es sein muss. Ah, Redebedarf, hey. Klick dich kurz durch. Du darfst bei... äh, Lasel weiter machen. Lasel muss irgendwie reden. Ach so. Was ist das für Diskussion? Schattenherz auch. Eine gute Nacht. Äh, ne, die hat er... Oh. Gut, die darfst du auch machen. Würde, dass ich da drüben würde. Nach den Tränen. Das Tränen. Die Reden von Tränen. Schau drüber. Schau den Mond. Die Tränen folgen hinter ihm. Rockige Körper füllen durch das See der Nacht. Ich guck mal kurz wie Sostarion geht. Mach das. Ah, ja. Er ist noch erkennbar. Der Haufen Asch ist noch erkennbar. Der Lieder des Pakons kommt zum Chat. Zwischendurch. Oh. Du musst dich glücklich haben, dass du einen klären Weg nach vorne hast. Die Sulu, die wir den Dronen finden, haben wir den Vester. Ich kann nicht warten, um dieses Ding in meinem Kopf zu entfernen. Der Silber, das ist klar. Na dann. Die gleiche. Diese Parasite vertreten sich selbstverständlich vernünftig. Aber... Ich glaube, ich schaue. Was würdest du tun? Oh oh. Wenn ich mich verwandle, was würdet ihr tun? Ähm. Vielleicht könnt ihr euch fesseln und nach einmal in der Versuchung kommen. Ich würde nichts zögern. Ich würde euer Leid beenden und sofort. Das ist die falsche Antwort bei Schattenherz. Lass das. Ich mag keine hypothetische Fragen, wenn... Das mit dem Leid beenden ist tatsächlich die richtige Antwort. Aber Leid beenden ist... Die ist eine verdammte Sadistin. Das ist doch... Die Leid beenden ist... Nein, ist sie nicht. Sie ist pragmatisch. Wahrscheinlich. Ähm. Ich glaube, wir haben den Hund... Im Camp. Ich glaube, ich würde, wenn die Positionen reviert wurden. Aber du bist klar. Wenn wir es durch alles zu machen machen, dann gibt es keinen Raum für Heseltung. Ich weiß. Wenn man einen Knochen wirft, beschwört man ihn anscheinend... Aus den Sphären jenseits des Universums. Okay. Kann ich mit ihm... Ich kann tatsächlich einfach mit ihm reden. Das hätte ich mal ganz früher geworfen. Ich kriege jetzt eine Sequenz? Was ist? Was ist hier los? Misch dich mal bei mir in den Dialogen. Ja. Ja, du kriegst jetzt die Sequenz, die... Die da auf der Straße passiert wurde, die... Dann heu er den mal an. Dann heu er den mal an. Dann heu er den mal an. Ich habe es damals nicht geschafft. Ich habe... Überzeugend. Ja, ich... Ich glaube, ich habe mich gerade versehentlich in sein Kopf astral projiziert oder sowas. Ja, dann bring ihn dazu, dass er zu dir kommt. Das Lager... Das Lager... Definitiv... Nein. Ich werde ihn nicht verlassen. Ich werde ihn nicht verlassen. Wenn es dazu kommt, kann ich... Danke. Cool, und er ist im Lager. Er ist jetzt bei uns. Ja. Ne, er ist nicht bei uns. Er ist noch mal drin. Er ist an der Stelle dort. Ich habe nur... Ich habe nur die Knochen ins Feuer gesoffen. Er bleibt bei dem Leichnam. Er kommt nicht mit. Ja, ja, klar. Erstmal. Lass ihn bitte in... Lass ihn in Ruhe. Der braucht seine Zeit. Der kommt dann ins Lager. Ich streche ihn gerade. Na, die Hand ausstrecken. Ja. Sehr schön. Dann haben wir beide Optionen jetzt. Dann kommt er irgendwann ins Lager. Ja, er kommt definitiv irgendwann ins Lager. Ja. Wann das sein mag, keine Ahnung. Ja. Ich bin wirklich... Er guckt hier beim Schlafen zu, Molly. Äh, bei mir war es nicht in der Sequenz. Bei mir hat er hier beim Schlafen zugeguckt. Er ist jetzt im Lager. Er ist jetzt auch legit im Lager. Sehr schön. Ich habe nur den Knochen gebrochen. Tja. Wenn man Knochen wirft, dann... ...beschwört man den Mund. Dann beschwört man ihn. Dann astral projektiert man sich zu ihm und dann... ...taucht er im Lager auf. Wie kann es sein, dass er immer noch nicht hier ist? Er ist doch hier. Nein, der andere. Er wird jetzt von allen mal gestrechert. Ach so, der, dann ist der. Platz raus, das ist noch nicht. Ich gehe in der Zeit einen... ... ich gehe in der Zeit mal einen Eulenbären töten, ne? Nein, mach das nicht. Nicht ohne mich. Warum? Erstens brauchen wir ihn im Camp. Wir brauchen ihn auch als Verbündeten. Zweitens habe ich mir dich dem Näh begegnet. Und einen Eulenbären. Ich weiß, du hast die Hülix gelebt. Und was machst du da? Ich gucke mal, ich gucke mal kurz was los ist. Ich gehe mal in der Zeit, ich gehe mal Karla holen. Wenn du mitkommen willst. Das ist hier gleich in der Ecke. Okay, wo sind wir? Nein, das ist durch das ganze Dorf noch durch. Und dann dort hinten oder... Oder geht es auch hier lang? So, jetzt gehen wir Flüchtlinge. Wo sind die Flüchtlinge? Von welcher Straße geht es zu Karla hin? Ich würde meinen, hier auf der Brücke. Ähm, komm einfach mal bei der Brücke. Komm einfach mal mit mir mit. Wir machen jetzt erstmal die Standard-Sachen, die man immer macht. In der Situation. Das ist übrigens schon... Wollen wir mit den Leuten reden? Und gleich halb eins Ja komm, den Eulenbeer machen wir noch kurz und dann Ach ja, ich glaube, das ist der mit dem... Ja Das habe ich auch gemacht Ja, ich benutze mal den Blumen Und hier ist noch Eulenbeer Ja Das sah gerade sehr strange aus Ich habe die Situation ein bisschen verkackt, weil ich... Weil ich dir gesagt habe, ja, ich bin... Wir wissen das alles zu gut, Sir, aber... Die Absoluten hat uns hier Ja komm, wollen wir die beiden umbringen, kurz? Wir wissen nicht, was sie machen Ja komm, wollen wir die beiden umbringen, kurz? Ja komm, wollen wir die beiden umbringen? Wieso? Ja komm, wir schützen die beiden mal Du wirst den... Wo ist der Eulenbeer? In der Höhle da unten Aha Dann rein dort Den Eulenbeer brauchen wir ein Camp Du gehst erst doch den Typen Ja, ich weiß, wir müssen erst die Mutter töten, dann... Später im Goblin Lager Aha Fett fühl ich herzlich in die Explosion verwandt Also konzentriere mich bitte... Ja, konzentriere mich nur auf... Nur auf die Mutter, und dann kriegen wir das... Ah, es wird gespeichert, sehr schön Ja Natürlich wird es gespeichert, das ist eine sehr... krasse Encounter Na toll, das hab ich noch gebraucht Ja 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 Aha Müssen wir jetzt bekämpfen Sehen wir gleich Ich brülle auch Ich brülle auch Kann man das nicht auch wirklich... Ja Natürlich Aber wir müssen ihn töten Was kriegen wir den Kleinen nicht? Tja Wir wollen hier wohl einen kleinen... Wir wollen doch wohl einen kleinen Eulenbeeren... Aber den Kleinen müssen wir auch töten Nein, den Kleinen lassen wir in Ruhe Wir töten nur die Mutter Okay 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 Du darfst angreifen. Ja, ich überlege, was ich mache. Ein Fischler darf ich. Die Bibion ist dran. In Ruhe lassen. Ja, es rennt mich an. Das ist egal, ich lasse es in Ruhe. Hab ich vor. Ja. Ja. Stopp! Ja. Hast du die Sequenz? Ja. Ja. Ein einziger Streik wird seine Gefahr enden. Am Leben lassen. Oh, wie süß. Es ist seine Mutter. Ja. Ich loot es. Kann ich mit ihm jetzt reden? Äh, nein, noch nicht. Lass es erstmal in Ruhe, dann gehen wir ins Lager, machen noch eine Rast und dann... Das sollte es bei dem Goblin-Lager ankommen sein. Umarmung des Eichvaters! Was macht das? Was macht das beim Goblin-Lager? Äh, es wird gefangen genommen, dann können wir es retten und dann kommt es in unser Lager. Ja. Na dann. Ich folge dir. Ich hänge es mit Ruhe. Ja. Die nehme ich kurz mit. Das könnte es sein. Kann sein, wenn es so gut ist. Kann sein, dass es so gut ist. Wollt ihr nicht öffnen? Äh, ich weiß was hier passiert. Deshalb nehme ich erstmal das Gebet hinten mit und dann... Kann sein, dass es so gut ist. Kann sein, dass es so gut ist. Schuft oder Gedanken wahrnehmen. Was intentar ersetzen nicht die Träume wirst. Das ist die Nachbarkeit nicht leichter gesprecht. Jetzt... Jetzt ist die Frage. Ähm, ne, ich machs einfach... Moment. Au! Du musst es halt richtig machen. Nächste one. Ja, weil ich es genommen habe. Ja, das war's hier. Ja, das war's hier. Ja, das war's hier. Dann raus hier. Wir haben jetzt nur den Baby zum Waisen gemacht. Sehr schön. Weiter geht's. Wie lange wollen wir noch spielen? Spätestens nach Karnach machen wir feiern. Wie gesagt, wir hauen noch eine lange Rast rein. Dann müsste das beim Goblin lager sein. Dann können wir uns da drücken machen. Noch haben wir ja genug. Let's go. Wie ist es möglich... ...dass der noch nicht da ist. Der kommt nie. Ich verfürchte es auch fast. Normalerweise gehen doch, wenn die Charaktere sterben, dann hauen die erstmal so ein Team ab. Das ist ziemlich weird, der Bug gerade. Ich weiß, ich gehe jetzt gerade nochmal zu den Ruinen und gucke nach, ob er tatsächlich eventuell da ist und ob wir jetzt gleich eine Sequenz aber nicht getriggert haben. Ja, außerdem bin ich voll und relativ hoch gelevelt, das heißt, ich kann ihn eventuell sogar einfach raus. Ich laufe hier trotzdem schon mal durch. Moment, lass es im rundenbasierten Modus bitte. Es ist nicht im rundenbasierten Modus. Ist es bei dir nicht? Nein. Oh Gott sei Dank. Ich bin ja auch am anderen Ende der Map als du. So, wie kommen wir jetzt am besten da hoch, ohne viel Aufsehen zu machen? Ich würde es mal hier den Pfad lang versuchen über die Brücke. Ich glaube, da war das mit den Gnollen, wenn wir über die Brücke gehen. Ja. Jetzt haben wir noch was. Genau die falsche Richtung. Ich habe Astarion gerettet. Na dann fantastisch. Du musst den jetzt nur noch leveln. Ja. Und heilen. Ich bin an der Brücke. Ja. Vielleicht kann ich hier irgendwo, vielleicht kann ich hier mal einen Schnellreispunkt finden, damit du zu mir kommen kannst. Das wäre gut. Auch hier sind ein paar. Ich rede mal mit den Leuten hier. Ja, ich rede mal mit dem Kollegen. Okay, wir wollen unten noch liegt. Okay. Ich habe vorhin den Auftrag abgelehnt, bis es ausschaut. Ich denke, hier geht es jetzt weiter. Schnellreisepunkt ist hier aber nicht. Oder doch? Alles gut. Ja doch, hier ist es. Hier müsste, glaube ich, einer sein. Dann müsste es den hinterher kommen. Ich glaube, ich glaube, hast du gerade irgendwas gemacht für XP? Ich habe mit ein paar Leuten geredet und deren Auftrag abgelehnt, wie es ausschaut. Und jetzt bin ich direkt vor Kardach. Gut. Wir sind auch da. Wir kommen gleich. Und du hast natürlich überhaupt nichts an Portal mitgenommen, weil warum auch? Ich habe keine gesehen. Sie kommen, Wix. Seid besonders vorsichtig auf eurem Rückweg nach Baldos Tor. Ich habe von Weitem über Gefälle aufreisende Regionen gehört. Ich möchte nicht, dass mein bester Boot am Ende irgendwo mit dem Gesicht im Straßengraben landet. Rate mal, wo er ist. Mein Gesicht im Straßengraben kam. Ich habe ein paar Briefe. Das ist schön für dich. Ich komme demnächst eventuell sogar nach. Ich habe ein paar Bären geflückt. Ich habe ein paar Bären geflückt. Aber wo geht es hier zu Kardach? Ich stand auch dort irgendwo am Flussufer. Ah, ich sehe dich. Du bist hier komplett falsch. Mir erscheint so. Ich bin nicht hier, um zu chit-chatten. Und wo jetzt? Das war auf dem Map hier unten drüben. Wenn du die Quest zwingend machen willst, dann komm mit. Da war ich ihnen auch schon. Ja, weil die hier auch komplett falsch sind. Ja, weil die hier auch komplett falsch sind. Ah. Oho. Hm. Ich komme mal, glaube ich, nicht weiter nach. Hier gibt es ein paar Wurzeln lang. Doch, hier kommen wir in das Zerstörte Dorf, was wir erst mal machen müssen. Wir können es doch rechtlich liegen lassen unter uns. Und das später machen. Nein, können wir nicht. Wir müssen hier durch. Das ist der Hauptweg. Schlaf nur toll. Das ist ein Grottensprat und den mache ich kurz fertig. Moment. Ich gehe schon mal weiter. Ja, ja, alles easy. Okay, ich gehe jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr an. Ich gehe jetzt nicht mehr an. Ich gehe jetzt nicht mehr an. Können wir die Schädenkollstür bitte zulassen? Ich weiß, was dahinter ist. Die spinnen? Ja. Hier sind die Trolle drin. Kurz fertig machen. Sein muss. Ich würde gerne bald mal Feierabend machen. Du willst Karlach mitnehmen und dann Feierabend, oder? Es ist schon fast um eins. Und ich habe noch keine Ahnung. Ja, Abendrug gegessen. Deswegen... Ja, würde ich gerne. Dann grabe ich hier noch fertig. Wir können das Dorf auch mal im nächsten Stream machen. Dann ist fertig. Ja. Ah, die Brücke. Alles nochmal rüber. Ja. Wieso rüber? Wie gesagt, ich wäre jetzt einfach zum Lager. Du speicherst kurz und dann können wir beenden. Ich will noch Karlach mitnehmen. Das dauert ja nicht so lange. Hier sind noch die Genolle. Und dahinter müssten ja die... Das ist Karlach sein. Wir hätten tatsächlich nur mit... Wir hätten tatsächlich nur mit ihm noch mal reden müssen. In der... Dingens, er ist jetzt da. Ja, die Kühen sind hier. Ich will noch keinen Kampf gegen die Kühen. Na toll. Ah, habe ich geschafft. Na toll. Ich kämpfe hier gerade noch mal ein bisschen... Ich bin mit gegen die Kühen. Ich dürfte aber schnell gehen. Ich habe dir gerade ein bisschen was... Abendessen gegeben. Du wolltest dabei sein, finde ich, Karlach. Wunderbar. Gut. Wie du meinst. Ehe, die Vereinschaft ist ganz anders. 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 Es geht nicht um einen Gegner. Ok. Holt den Impfer ab. Oh nein, der holt Verstärkung. Das dauert noch ein bisschen. Sie kämpfen den Kampf alleine. Kann mir jemand sagen, was hier los ist? Jetzt kannst du mal jemanden dazukommen. Sie steht hier drüben. Moment, ich mache hier gerade Gespräche. Wir sind hier im Lager. So, danke schön. Dazu sollten wir hier mal mitkämpfen. Sehr schön. Rastarin ist auch dabei. Sehr schön. Sehr schön. Das soll das denn werden, wenn es fertig ist. Das ist ja eine Stone. Nostarion. Nostarion. Ich bin ziemlich dauer. Du kannst dich selbst sein. Nicht, wenn ich nicht dran bin. Na komm Baba. Du kannst dich nicht sagen. Ich habe das effizienteste, was ich kann. Ich habe das effizienteste, was ich kann. Schriftelwerfen. Exakt. Das hat gerade gar keinen Schaden gemacht. Der Tod ist näher zu uns. Mein Weg wäre wahr. Ich hoffe, dass es die Kosten wert ist. Ich glaube, dass es die Kosten wert ist. Immerhin. Hat sich viel gemacht. Nicht, dass du dich zurückziehen kannst, sonst kriegst du Gelegenheitsangriffe. Ja, das versuche ich ja. Natürlich, ich bin im Sterben. Ich bin im Sterben. Ich glaube es nicht. Ja, dafür habe ich die Gewohnschaft hinein. Wir brauchen gleich noch eine Norderlanger Rast. Das war wohl nichts. Lern dich, Zeit zu ziehen. Ich versuche es ja. Warum tust du es dann nicht? Weil es nicht geht. Weil meine Zugzahl war begrenzlos. Alles klar. Let's go. Du hast Sprinten und Sprinten. Wenn du dich zurückziehst, kriegst du keinen Gelegenheitsangriffe. Wenn du dich an ihnen vorbei bewegst. Das sind die Grundlagen. Aber wenn es nicht mehr... Wenn ich die Zahl nicht mehr... Wenn ich es nicht mehr kann. Wenn ich es einfach nicht mehr kann, weil die... Für den Zug... Weil die begrenzte Zahl für den Zug vorbei ist. Ich kann doch bestimmt eine Anzahl von Sachen machen. Dann hast du doch optimal gewirtschaftet. So. Ich muss auch kein Zug ziehen mehr. Ah, fantastisch. Jetzt läd's ja da unten. Ja, jetzt bin ich in der Rage und den ersten Sezen. Und ich bin auch down. Großartig. Sterbend. Dafür brauche ich kein Tutorial. Kannst du mir dann mal hochhelfen? Das ist der Zeit. Das sind nur 3 Rettungswürfe. Alles gut. Das sind nur 4 Rettungswürfe. Das sind nur 4 Rettungswürfe. Wenn ich es noch mehr Schaden kriege, dann kann ich auch gleich aus... gleich sterben. Ah, sehr schön. Das ist der Fallstealing. Du kannst Heiltränke schmeißen. Und jetzt ist er schon wieder tot. Gut. Ich kann mich nicht mehr selbst halten. Ich kann... Weil ich irgendwie... Du musst doch einen Heiltrank dabei haben. Ja, hier. Bitte. Ich habe nicht genug Ressourcen, um mir aufzuhelfen. Fantastisch. Ähm. Schieß einfach auf den Gnoll. Kann ich nicht. Ja, fantastisch. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, dann kann Neze gleich Feierabend machen. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das noch... Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich weiß nur was ich zu tun ist, wenn ich die Töpfe sehe, sie töten. Oh je, ähm, kann das sein, dass sie im Team zu haben, schon ein Buch ist? Dann wird es interessant. Wobei, technisch gesehen, ich weiß nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin Karlak. Und du bist? Ja. 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 Ich bin der Magier und dann... Alleine wird das jetzt schwierig, die dann. So, ich frage dich, ob dich... Ja, sofort, Moment. Wo ist der Kader? Hast du schon reingerannt, oder? Ich habe sie kurz vermutlich. Ich bin bereit, wenn du es wüsst. Ja, ich bin hier noch gerade am Leveln. Moment. Moment. Das war's. Ich bin da. So rein hier. Ich komme von oben. Das passiert eh drinnen. Ich weiß. Ich kann mich auch mal praktisch funktionieren. Ich bin der Wunsch. Ich bin der Wunsch. Ich bin der Wunsch. Ich bin der Wunsch. Wir haben uns gesagt, dass du gekommen bist. Der Wunsch. Ich bin sicher, dass sie ... Wir sind Paläden von vielen Flüchtlingen verletzten. Gestern hat sie eine ganze Familie verletzt. Wir waren glücklich. Zario wird das finden. Zwei hier drin. Und jetzt ist er was tot. Jetzt schon. Ja. Tut mir leid. Das andere muss gerade den Lack zaubern. Ich finde hier drin deine Hilfe geworfen. Ich brauche nur kurz zwei Waffen weg. Schlaf raus. Was reif. Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Oder ... Okay. Ja, das ist sehr schlecht. Von den Magiern wurde ich gefesselt. Alles gut. Lebt der Typ noch? Der anders. Er hat ein großes Schwert. Ich weiß auch nicht, wer gerade dran ist. Neze ist dran. Ehrlicherweise. Die einzige, die sich hier noch bewegen kann. Ah, na dann. Okay, die kann ich nicht angreifen. Ihr habt einen Schlagweifertraum. Die haut ab. Ich muss mal her. Hier. Ich muss mal her. Hier wieder. Ah, ich bin wieder im Kampf. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wo du dich abhältst. Ich bin auch im Kampf. Ich halte mich im Hintergrund. Ich habe keinen Plan, welchen Kampf ist, aber okay. Ich habe keinen Plan, welchen Kampf ist, aber okay. Ich habe keinen Plan, welchen Kampf ist, aber okay. Oh, ja cool. Du siehst vielleicht nicht alles. Was glaubst du, wer die Dolchworte dahinten gepackt hat? Oh, nein. Ich bin schon wieder gefasst. Fantastisch. Ah. Die geht nach oben. Dann kommt sie vielleicht zu dir. Prost. Kann nichts machen. Neze ist tot. Am sterben. Geil. Kann ich meinen Zug beenden. Hilfe. Was mache ich jetzt? Keine Kontrollenkampferung. Geil. Ähm. Wer ist dran? Ich. Ah, okay. Okay. Und wo ist Kalach? Unten. Irgendwo. Oder tot. Mhm. Wird gespeichert. Wird gespeichert. Das ist merkwürdig. Sie müssen eigentlich irgendwo hier sein. Siehst du, auf der Map ist sie gar nicht drauf. Vielleicht ist sie im Lager. Vielleicht. Vielleicht. Kann sein, dass es auch Buggy ist. Eigentlich wäre sie. Hier. Ich weiß nicht, wie war sie. Ich glaube, mit gekämpft hat sie nicht. Wir brauchen eh eine lange Rast. Du vielleicht. Ich hoffe. Alles klar. Das Paladinschwert hast du sowieso schon mitgenommen. Ja, aber das ist nicht besser als das hier. Ja, für dich vielleicht nicht. Äh, habe ich das mitgenommen? Ja. Ein Leze hat. 6 bis 16 Schaden. Wird für Leze eine gute Waffe. Brauchst du das? Schwert der Gerechtigkeit. Potenzial. Ansonsten würde ich es Leze geben. Ein Leze. Kadach ist dann hier mit der Axt. Vorhanden. Dann. Nimm los. Zu Kadach hier irgendwo. Dann kommt die Automatsch ins Lager. Wie war denn das? Ich gucke im Lager. Ich muss zu suchen gehen. Ja, sie ist im Lager. Das ist wie jetzt. Deine Sequenz. Ich bin noch nicht im Lager. Und jetzt. Und ist ja... Da z du sie nicht da Yoo For seller Off er oder... Ist der noch nicht he. Haben wir das noch nicht geschafft? Was? Mhm. Sometimes I'm jealous of that girl. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted and... You never... Oh well. So, äh, Leetze müssen wir uns ins Team schmeißen. Schattenherz will noch was von uns. Oh, ist eigentlich Leetze. Ach, dort ist er. Schärfe ihre Waffen. Ich sollte zurück. Und du wolltest Gale mit ins Team nehmen, oder? Ich habe aus Tarin zum Magier gemacht. Gale war nur da, damit er nicht irgendwann hochgeht, wenn er tot ist. Und dann... Alles ruiniert. Wie du sagst. So, ich wechsle einmal mit dem Hauptcharakter auf Mönch. Und dann sollte er eigentlich so weit. Und dann machst du einen neuen Hand, oder was? Nein, nein, ich respekt gerade eben auf Mönch. Das war ja der zweite Punkt. Hm. Muss man gerade auch nehmen, weil die sowieso relativ ähnlich sind. Ich will nochmal mit dem Schattenherz reden. Es ist etwas, was ich euch zu sprechen möchte. Es ist etwas, was wichtiges zu sprechen. Ich kann es nie für eine Chance nehmen, wie jemand reagieren könnte, wenn sie lernen, dass ich Frau Schärfe. Es ist leichter, einfach zu halten, als ob das Risiko. Aber Sie zeigen, dass Sie eine Öffentlichkeit haben. Ich versuche es zu sagen, dass Sie meine Hoffnung in einer Weise sehr wenige haben. Ich will, dass das etwas bedeutet. Ich will, dass Sie mehr über mich wissen können. Ich will, dass Sie mehr über mich wissen können. Ich will, dass Sie mich bereit sind. Ich will, dass Sie mich bereit sein können. Ich will, dass Sie alles für Sie sein können. Ich will, dass Sie alles. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will, dass Sie eine Überraschung sind. Ich will, dass Sie alles für die Nautiloye sind. Ich will, dass Sie alles für die Nautiloye sind. Ich will, dass Sie alles für die Nautiloye sind. Okay, Stufe 2 ist nicht schwer beim Barbaren. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, dann bei Stufe 3 auf wilde Magie zu gehen. Einfach, weil das echt stark ist. Ich bin jetzt bei Stufe 3 und da gibt es Bärenherz, Adlerherz und Tierherz kann ich jetzt machen. Nein, du gehst einen Tab weiter hoch und zu den Unterklassen. Unterklasse und wilde Magie, aha. Aber das bist du ja schon. Genau, weil das... Ich habe gewechselt, ich bin jetzt Mönch. Ah, okay. Deshalb, weil wilde Magie ist eigentlich ein Barbar, den man immer dabei haben sollte, weil der super stark in der Offensive und im Support ist und Mönch ist halt einfach krass. Ein Berserker. Das heißt, Berserker könnte hier tatsächlich auch... Berserker könnte auch hier gut sein. Ich weiß, dass es ein Base-Dean, die halt scheiße ist. Gewalt ist sowohl Mittel als auch Zweck. Du folgst dem Blutsglitschigen Pfad der ungezügelten Rage und genießt ohne Rücksicht auf dein höhergehendes Chaos der Schlacht. Das kannst du auch nehmen, aber... Dein Kampfrausch wird zur Raserei. Du erhältst rasenden Lieb und wütender Hof. Aus dem kannst du die Bonusaktion einen improvisierten Waffenangriff ausführen. Bonusaktion, rasender Heep. Führer als Bonusaktion einen Nahkampfangriff mit der Waffe aus, die du trägst und wütender Wurf. Schnellt du einen Gegenstand oder eine Kehrtour auf ein Ziel, dem du zusätzlichen Schaden zufügst und umstößt. Dass es regend ist. Das sind die Informationen, die das Spiel bietet. Auch nicht schlecht. Das ist halt, du haust mit allem, was du hast, einfach rein. Wilde Magie oder Berserker? Ich persönlich bin für Wilde Magie einfach, weil die auch ein relativ guter Supporter teilweise sind. Und ja, bei mir hat es ja ganz gut funktioniert. Na dann. Wir können sie auch noch ändern. Wir können sie auch theoretisch später zu einer Klerikerin machen. Naja. Naja. Wird eher Doppel-Klasse-Kämpfer gehen. Also dass da... Damage-Diener. Dass da dann... Dass der Kerl auch wirklich... Draufhau ist. So wollen wir einen langen Rast machen oder... Also ich bräuchte es auf jeden Fall. Nach dem Neukampf. Ich finde es schade, dass die Eingriffe keinen Schaden machen bei der Puppe. Dass man die nicht zerstören kann. Ja. Ich probiere gerade ein bisschen... Vielleicht kann ich Kerl auch noch Rüstung geben. Die Rüstung Zecken waren das könnte bei... Macht das bei Kerl auch irgendwas besser oder... Schichtigkeitswürfe? Naja. Sie braucht ja was für stärker aber... Naja. Bisschen. Ich bin schade. Ich bin schade. Ich bin schade. Jetzt ist die Pinker. Oh nein. Die Sequenz. Die Rüstung. Aber ich bin schade. Jetzt ist sie... Die Schade. Die Schade. Die Kerl. Wie die Leute. Die Schade. Eine Krasch. Eine andere... Die Schade. Ich bin schade. Du.. Und Frankly? Die Schade. nicht auf, ihr habt es auch gesehen, Color Scan Gefahr, den praktisch wenn es Maul will aber ein Kampf, wenn ihr jetzt nicht auch nur Kampf besiegen komm, wir brauchen ihn eigentlich nicht, wir müssen mal wissen, was dann passiert ach, komm ok, kann auch wenig, ich kann kaufen so, sehr schön ich bin schon unterwegs, ich klicke mich schon durch wer hat Gesprächsbenau, will was, nein, der will sich ausheulen nein, das nehmen wir nicht es gibt ein Achievement dafür, dass man eine lange Rast nur mit Alkohol macht hast du die schon bekommen? ne und dann hast du nur Alkohol, dann hast du nur Alkohol, die jetzt wir essen das Eulenbeerenei appetitlich er kann nichts anderes tragen aktuell wir müssen erst ein Level aufsteigen, damit er wieder leichte Rüstung tragen darf aha na dann er ist halt jetzt aktuell Necromencer da haben wir noch ein Team, bis es ausschaut ja, dann haben wir ein brauchbares Team keiner muss doch den nun streichen ja ich finde es auch schön, dass wir schön farblich abgegrenzt sind aber die Farben passen zu Karla also das Violett und das Rot passen irgendwie ja, das Violett passt bei mir hier auch ganz gut äh, das Rot passt bei mir auch ganz gut ich meine, er hat ja auch Violett jetzt hier ich finde den Hut immer noch großartig äh, der Hut bei mir kam, der sieht einfach der sieht legendär aus na dann äh, der Hut 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 Hast du gespeichert? Ich habe gespeichert. Abgesehen davon, dass nach dem Angrast sowieso speichert, automatisch. Gut. Was nicht gut ist, dass es hier wieder verpackt ist. Ich hänge schon wieder auf. Oh, hängt nicht mehr. Na dann, nächsten Samstag nochmal, weil los geht. Offensichtlich. Jetzt haben wir gestartet, jetzt müssen wir auch durchziehen. Ich bin auch vor, dass wir das zu Ende kriegen. Ja, wir haben jetzt ein solides Team, von daher. Wenn wir bis zum Urinkampf kommen, glaube ich nicht dran, aber das dauert zu lang. Noch sechs Streams, dann sind wir beim Urinkampf. Ja, zumindest hast du gelernt, wie man das Spiel spielt. Dann können wir das vielleicht noch, kann ich mein Let's Play damit weiterführen, falls wir es bis zu der Stelle schaffen. Dann muss das nicht in meinem Spielstand weiterspielen, alleine. Dann könnte man das so regeln. Also, das wäre sehr lustig. Können wir schon ausmachen. Ich meine, ich habe die Parts in Form produziert, also könnte klappen. Also wenn wir da 20 Teams verbrauchen, also dass da Zeit haben wir. Das würde rechtzeitig... Ich glaube, der letzte Part, den ich vorgelegt habe, ist für Mai 2024, also... Also wenn da... Bis Mai ist vorge... Also... Eventuell wäre das eine Option. Na gut, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020